so dann fange ich schon mal ein paar sekunden früher an das weg und das weg und ja das wieder her ich will euch ja sehen so ja zu früh ja ich weiß nur der nächste song hätte jetzt was irgendwie zwei minuten oder so noch gedauert und das wäre dann wieder zu spät ich muss das mal wirklich abteilen ich muss mal genau gucken wann welcher song aufhört und dann durchrechnen wann ich den stream genau starten muss also diesmal hätte ich so dass ich keine ahnung anderthalb minuten später starten sollen oder früher oder wie auch immer beide varianten werden gegangen das kannst du eigentlich so ja ich habe ja ich bin zumindest der meinung dass ich das beim letzten mal gesagt habe also am ende des letzten streams dass ich mich wieder hierhin begeben werde also an die spitze von oh wow danke für den hostexo ja an die an die spitze von dem na wie heißt er noch mal von der ascension peak genau ja habe ich jetzt auch gemacht und habe auch noch ein paar level dazugekommen stimmt die kann ich ja gleich mal verteilen ach man da fehlt mir auch schon wieder nur ein punkt so doof nehmen wir stärken natürlich wieder stealth damit er einen höheren rüstungsschutz hat nahkampf damit er mehr schaden macht und die waffen kann er alle nicht gebrauchen weil er eh keine waffen ausrüsten kann range combat kann er dementsprechend auch nicht gebrauchen dual weapon auch nicht oder gelten die auch für ne scheinbar nicht also ich glaube zumindest nicht dass die auch für unbewaffnet gelten ansonsten wäre es auch schon um einiges höher critical strike kann ich nämlich mehr erhöhen de facto mythologie haben wir unseren experten kommunikation haben wir unseren experten ich mache mal artefakte ich habe nämlich auch gelesen dass bestimmte artefakte oder nicht bestimmte das generell artefakte die man benutzt auch so ein bisschen abhängig sind von dem artefakt wert hier da macht das noch am meisten sinn auch wenn es halt trotzdem kaum sinn macht davon abgesehen so du kriegst natürlich geschwindigkeit und vitalität damit wir die auch bald auf 100 haben was für eine auswahl ja gut nehmen wir gerade einen angel kann er nicht schaden so pole arms hast du schon hoch genug also zu hoch als dass ich das noch steigern könnte ja range combat das kann sie ab und zu noch gebrauchen dann den bogen noch dazu dual weapon und sowas brauchst du auch nicht nehmen wir divinity noch so dann kann sie beim nächsten mal vielleicht schon bessere zauber lernen so einmal speichern damit ich jetzt hier nichts falsch mache weil kein expert skill nur gut das wundert mich jetzt aber ein bisschen geschwindigkeit noch hoch ja und ein punkt kann ich noch verteilen neben moment moment ich mach mal so ein punkt noch auf und vitalität ein bisschen hoch weil der stirbt mir zu oft im moment hier lohnt sich das ja ich nehme jetzt hier return to portal obwohl nein 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 nehme ich nicht oder nehme ich das doch nehme ich das nicht ich habe nämlich schon gelesen moment jetzt muss ich mal kurz was gucken okay und zwar ach quatsch nicht hier rein sondern hier rein er hat es noch gar nicht okay nee dann dann war das schon richtig was ich da machen wollte ich hatte nämlich gelesen dass das war das jetzt hier ein punkt da drei punkte genau ja ja wie ich nutzlos genau nicht so jetzt noch mal ich hatte gelesen dass es in dem gebiet das ich heute als nächstes besuchen möchte da sind wir auch schon mal ganz kurz drin gewesen übrigens dass es da ein book of return gibt wo ich dann diesen return to portal zauber auch lernen kann draus und ja irgendeiner von meinen charakteren ich glaube unsere unsere klerikerin war das oder die magerin eine eine von beiden die hat ja set portal aber kein return to portal weil sie halt das buch also book of portals mal gelesen hat und da müsste ich jetzt quasi beide sprüche auswählen um um den überhaupt nutzen zu können aber ich habe halt also ich weiß dass es da jetzt ein buch gibt return to portal und damit kann ich das dann wieder ausgleichen dann hat die mageren oder halt die klerikerin halt auch beide varianten ach ja er hat doch ein expert skill bekommen okay wurde dann irgendwie nur nicht angezeigt ja ich setze den mal hoch die sind nämlich wirklich gut so was lernt er denn was lernt er was lernt er divine magic ja ja doch doch so einmal noch mal speichern und dann kann es losgehen und zwar möchte ich ich ganz kurz auf der karte zeigen hier da diese große brücke möchte ich jetzt wieder rüber weg dann sind noch gegner einmal vielleicht zweimal je nachdem wo die hier hin drin werden wir gleich sehen so la 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 spaziergang wieder runter theoretisch hätte ich wenn ich jetzt versuchen drüber nachdenke jetzt eigentlich gar nicht bis da oben hin rennen müssen und da speichern weil ich hätte eigentlich jetzt offscreen gleich oben gleich hier hin rennen können also da hinten hin aber naja gut und gleich geht es wieder los mit kämpfen hilfe so nehmen wir ein feuerball nee wir nehmen eisball weil wassermagie kann ich außerhalb der kämpfe halt mit ihr nicht steigern und da macht es schon sinn armageddon tour los leider falsches spiel also ein armageddon zauber wäre hier auch geil obwohl dem gebiet wo gott dem gebiet hier hat es eine wolke gewesen nicht schön da wäre der armageddon zauber glaube ich nicht so gut weil wir würden uns dann hier den visabela bela genau da war es kurz zu sehen den würden wir uns hier zum feind machen und das muss er beim besten will nicht sein so nach gut dann kannst du jetzt eigentlich auch einen anderen sprach machen hier whipping rocks genau weil sie kann erde zum beispiel außerhalb des kampfes nicht steigern element shield das ist halt leider nur im kampf dann machst du ja bei so vielen gegnern machst du einmal web jetzt ist sie ein webdesigner haha ich bin ruhig ähm hmmm psaionic blast oder ne ich mach ego whip sind wir im moment nicht ein paar gegner zu viel so schauen wir mal wie der kampf jetzt läuft ouch achso die anderen sechs gegner wurde gerade ermittelt hier das sind flying snakes keine ahnung Oh, wow. Der ist einmal durchgegangen. Ja, da war doch eine Flying Snake hier. Schwach und, äh, das fangen, glaube ich, ja, okay. Also die sechs Gegner, das sind die leichteren. Na, stirbt der noch? Nein, der hier. Mensch. Der ist nämlich nicht gelähmt. Autsch. Ach, da hinten ist auch noch jemand, der sich noch bewegen kann. Äh, ja, hier. Reicht jetzt gehen. Du, 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 du. Du machst gleich nochmal Whipping Rocks. Du machst, ne, bleib nicht nochmal. Das lohnt sich jetzt nicht. Äh, du machst Whirlwind. Genau. Doch, ich glaube, den kann sie außerhalb des, also, äh, Luftmagie generell kann sie außerhalb des Kampfes steigern. Ja klar, sie hat, ähm, sie hat ja Portal. Achso, äh, ja gut. Hätte ich eigentlich auch, ähm, den Zauber wiederholen können. Naja, egal. So. Schnappen wir uns die nächsten Gegner. Und alle drei können noch zaubern. Gut. Oh, wow. Ja, 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 ja. Und, oh, 34.000. Oh, gleich das nächste Level ab. Sehr schön. Äh, ha, ha, ha. Was nehmen wir hier? Ich hätte vielleicht Feuer speichern, sondern aber egal. Totalität und Stärke. So. Dann... Oh. Oh. Ah, Identify. Identify Item. Hm, 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 hm. Oder Web. Ich nehm Web. Hä, was? Oh. Äh, okay. Dann nehm ich Web und Identify Item und, äh, Divine Trap. Kann man gut außerhalb steigern. Und Holy Water. Ja. Falls wir mal... Moment, war das nur gegen Untot oder auch gegen Dämonen? Ja, auch Dämonen. Okay. Wow. Kann vielleicht mal nützlich werden. So, Pole Arms. Haben wir nichts. Oh Gott, die Werte hier. Ähm. Ja, Range Combat. Bup, bup, bup. Bogen und Divinity. So. So, und ich muss mich mal ganz kurz häuspern. So. Weiter geht's. Äh, ach so, ich hatte ja gerade gespeichert, glaube ich. Egal. Lieber einmal zu viel, jetzt einmal zu wenig. So, kommen die jetzt hier in Kontakt mit mir? Ähm. Ne. Ach so, ja, ist ja gleich hier vorne. Die Abzweigung. So, hier diesmal einfach nach rechts. So, und dann lauf ich mal ein Stück. Lalalala, lalalala. Irgendwo ist doch jetzt hier die Brücke. Oh Gott, oh. Was? Schon? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass der generell nicht mehr so lange hält wie sonst. Hi, Lucifer. Hi. Ja, wieder RPG der älteren Generation. Ist aber schon der, äh, siebte? Ne, der achte Stream läuft sogar. Also es läuft schon eine ganze Weile jetzt hier. Aber es ist ein schönes Spiel, ähm, das ich früher sehr gerne gespielt habe, aber, äh, ist auch schon eine ganze Weile her. Also ein paar Sachen, an die erinnere ich mich dann immer noch, aber halt nicht mehr alles. So, und wie gesagt, hier ist, ähm, irgendwo im Süden dieses Gebietes. Also, naja gut, äh, hier jetzt nicht unbedingt. Kann ich hier durchfallen? Nö, gut. Oh, das sind stabile Seile. Wupp, wupp. Ähm, achso, ja. Ganz kurz, ich kann es mal zeigen. Hier hatte ich mich irgendwann mal schon hin teleportiert. Genau, überall so einzelne kleine Gegner. Hm. Irgendwo, ah, ich glaube hier. Ich glaube, dieser eine rote Punkt. Ich glaube, das ist der Gegner, der die Höhle bewacht, in die ich rein möchte. Ähm, 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 na, gehen wir erstmal hier unten lang. Da ist schon mal ein Gegner. Hopp. Äh, krasse Grafik. Haha. Äh, hier ist Wasser. Kann ich hier durch? Ja, ich kann hier tatsächlich durch. Wollten mich grad sagen, das sieht irgendwie flach genug aus. Oh, was haben wir hier für einen Gegner? Ach, Schleim. Okay. Wow, die sind bisher immer einfach gewesen. So, alle in der Reichweite. Und dann können wir auch kämpfen. Bam und bam. Ich bin mal gespannt, wie viel Schaden unser Kämpfer jetzt macht mit dem Schleim. Oh, gelähmt. Oder bewusstlos. Oh, 7.50. Schön. So. Ah, und ja, ich sehe jetzt schon die ganzen Schätze dort auf der Karte. Weg, geh da. Oder war das gar keine Höhle? Ich weiß es jetzt gar nicht. Ähm. Naja, werde ich ja gleich sehen. So. Äh, was haben wir hier? Ganz normale Pfeile. Naja, mehr oder weniger nochmal. Und, und, und. Auch Book of Frost. Okay. Ach, hier ist noch was. Da, 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 da. Was haben wir hier? Äh, Acid Bomb. Okay. Äh. Ach, da oben bin ich. Okay. Gut, hier scheint es ja auch noch lang zu gehen. Ich erkunde generell erstmal die ganze Südküste hier. Ja, ja. Lichteffekte, Tag-Nacht-Wechsel, alles vorhanden. Das Spiel ist ja auch von 2019. Ist gerade vorgestern rausgekommen oder so. Deswegen streame ich das auch schon seit, keine Ahnung, seit einem Monat. Sind halt nicht allzu viele Streams gewesen. Ist momentan halt auch zeitlich, äh, äh, au. Oh, toll. Ich kam da gar nicht hoch. Super. Ähm, nee, ist momentan zeitlich auch ein bisschen schwierig mit dem Stream. So. Was ist für deine Reichweite? Solange das Spiel gut ist, ist es nicht zu neuemodschulig. Also, bitte. Oh, da ist er wieder bewusstlos. Der Anfang vom Ende für ihn. Also, der wird aus seiner Bewusstlosigkeit jetzt nicht mehr aufwachen. Ja, vier. So, das war's. Geht's hier hoch? Nee. Okay. So, dann habe ich zumindest schon mal die südlichste Küste erreicht. Und da liegt auch noch irgendwas. Da sind bestimmt wieder Steine, weil ich, ja, da sag ich doch. Immer wenn ich auf dem kleinen Radar-Ding da unten was sehe, aber auch der, äh, in der eigentlichen Spielumgebung nichts, dann kann ich mir immer sicher sein, das sind Steine. Die sieht man nicht mal so schlecht. So, hier ist noch irgendwas. Ah, Pfeile. Oh, nehmen wir mit. Oh, okay. Normale Pfeile haben sich jetzt auch nicht wirklich gelohnt. Aber egal. So, da ist irgendeine neutrale Kreatur, so schräg vor uns. Ach, Moment, kann es sein, dass das die Höhle ist? Oh, hi. Battering, oh, ah, okay. Ah, ihr seid doch immer sehr anfällig für... Paralyse, ja, ne, schlaf nicht, Paralyse. So, und wenn der erstmal paralysiert ist, dann ist er überhaupt kein Problem mehr. Ah, hier, du machst auch noch zur Sicherheit Paralyse. Und, so. Puff, 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 puff. Achso, ja, gut, du bist schon nahe, Kampf. Sehr schön. Ich sehe aber gerade, es lohnt sich eigentlich schon gar nicht mehr mit der Paralyse. Weil der ist ja schon fast tot. Na, gut, aber jetzt ist er... Ja, gut, das ist nicht paralysiert, das ist, äh, was... Ah doch, paralysiert, ja, gut. Aber jetzt ist er auch noch bewusstlos, wow. Na, kann einem fast schon leid tun, so. Habe ich ihn von seinen Qualen erlöst. So, hallo, Höhle. So, hallo, Höhle. Ja, ja, ja. Oh, jetzt geht er schon wieder los. Ich laufe hier einmal kurz durch, so. Noch irgendein Geheimsitem? Nein. Gut, es nervt mich immer so ein bisschen, wenn, äh, die dann immer wieder ankommen mit, ja, hier, ich habe ein Item gefunden, bla bla. Da wird man immer vom Einsammeln auf, oder, ja, abgelenkt. So. Waste of time. Ja, ja, ja. Da haben wir noch was Schönes. Ah, das wegdrücken. Hier haben wir noch ein Musikinstrument. Wir haben nur blöderweise keinen Baden, der das benutzen könnte. So, hier noch. Und ich glaube, das ist das Buch, oder? Hm. Achso, ist noch gar nicht identifiziert. Okay. Gut. Einmal speichern. Einmal ins Inventar rein. Ist hier noch irgendwo was unidentifiziertes? Na gut, bei ihm ist es sowieso nicht. Er hat ja die ganzen Instrumente da so ein Moment. Oh, okay. Ist es so leid? Oh Gott, nein. Ah. Ihr hört es, glaube ich, ne? Ähm. Also, den Hund meine ich jetzt. Ja. Return to Portal. So, und jetzt muss ich noch mal genau nachgucken, wer das jetzt hatte, äh, oder wer das nicht hatte, viel mehr. Ja, ja, ja. Du hattest... Ach ja, genau, du warst das. Ich höre dich. Du hattest beide Varianten, ne? Und du hattest... Ja. Ah, ich habe vergessen, beim Berg oben noch ein Portal zu setzen. Ah, egal. Achso, ja. Meine Magelern sollte das natürlich auch benutzen. Hm, hier. Oh, ja. Oh, ja. Ach, die freut sich immer so schön. So. Gut, dann haben wir das auch. Und jetzt haben wir drei Charaktere, die Portale setzen und dahin zurückkehren können. Ich muss mir mal generell so ein bisschen Gedanken machen, wo ich am besten Portale setze. Also, eins auf alle Fälle, ähm... Ah, Mann, Hilfe. Ähm, eins auf alle Fälle in Martins Bluff. Unten im Keller, da ist ja dieser Teleporter gewesen, der mich an vier verschiedene Stellen führt. Und da ist ein Portal natürlich sehr, sehr sinnvoll an der Stelle. Äh, ja. Und dann muss ich mal schauen. Ah, Nika brauche ich dann kein Portal mehr, weil, äh, ja, kann ich ja von Martins Bluff aus dann hin teleportieren ganz schnell. Das wäre dann Verschwendung. Äh, ich muss mal genau gucken, wo mich die Portale da generell hinführen. Äh, nicht die Portale, die, die Teleporter meine ich. Und dann kann ich immer noch entscheiden, welche Gebiete jetzt nicht so gut erreichbar sind. Da setze ich dann einfach Portale rein. Und denen kann ich mich dann da von überall hin teleportieren. So. Äh, darf nicht. Okay. Na gut, der Streifen da oben, der ist dann relativ schnell nachher aufgedeckt, wenn ich hier erstmal fertig bin. So. Hier nochmal lang gehen. Nochmal speichern. Man kann ja nie wissen. Gerade in solchen Spielen sollte man ja regelmäßig speichern. Und ich sehe auch gerade. Äh. Ach, Quatsch. Mensch. So. Ähm. Heilst du dich selber? Ja, du heilst dich mal selber. Obwohl, ja, in St. Death. Ne, Moment. Haha. Wozu habe ich denn die? Also die beiden Valkyren, die können doch hiermit auch wunderbar heilen. Zumindest außerhalb des Kampfes. Oh, das war's schon. Okay. Ähm. Dann gleich nochmal hier hin. So, äh, und, dann hab ich doch noch, Moment, ähm, so. Kannst du nämlich gleich mal, ähm, achso, nee, das hattest du, ne? Ja, Tatsache. Hier. Okay, hat nicht funktioniert. Okay, hat nicht funktioniert. Okay, hm. Gut, dann musst du das machen. Aber zumindest sind die Werte jetzt hoffentlich ein bisschen hochgegangen. Hab ich noch irgendwas nicht identifiziertes? Nö. Äh, okay, Werte sind auch nicht hochgegangen. Egal. Irgendwann werden unsere Valkyren auch ein bisschen besser zaubern können. Ich meine, wir haben ja noch, äh, jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh, aha. Level 15. Oh. Level 14, Level 16, 15, 15, 16, 15, 15, 15. Ja, so ungefähr Level 15 im Schnitt. Also ein bisschen über, durch, über Level 15. Target ahead. Ja, ja. Eigentlich wollte ich die jetzt noch überraschen vorher. Egal. Ähm. Ja, oder, da ist noch. Sind noch genug Punkte zu verteilen in die Sachen, die ich bisher so kaum benutze. Weil die wichtigen Sachen, die sind ja jetzt alle schon mindestens auf, äh, auf dem Wert von 75. Das heißt, äh, ja, die kann ich jetzt mit, also beim Level Up sowieso nicht mehr steigern. Die muss ich jetzt durch Anwendung halt steigern. Äh, aha. Äh, ach hier, mach mal Armourmel wieder. Den will ich auch mal ein bisschen höher kriegen. Äh, ach hier. Laufen. Sicher ist sicher. Und jetzt kommt mal alle her. Also speziell für Lucifer jetzt, ähm, ich muss nicht unbedingt gehen oder laufen. Aber dadurch, dass ich gehe oder laufe, bin ich halt viel später im Kampf dran. Und das ist in solchen Momenten ganz gut, weil dann erstmal die ganzen Gegner rankommen. Und damit auch eine Reichweite meiner Sprüche sind. So, oh, oh cool. Die beschießen sich schon gegenseitig wieder. So, ja. Leider können jetzt zwei meiner Zauberer nicht mehr erzaubern in dieser Runde. Hm, naja. Ja, ja, ja. So, ähm, dann gehen, weil... Auch speziell für Lucifer jetzt, weil die beiden hier nicht in Reichweite sind. Da muss ich noch ein ganz kleines Stück ran. So, was solltest du... Ach hier, Wolverine, ja. Ich hab schon gesehen, Wolverine scheint gesteigert... Oder, äh, Luft generell bei ihr scheint gesteigert worden zu sein. Weil auf der Stufe war der eben nicht komplett grün. Bin ich jetzt der Meinung. So. Einen Schritt nach vorne. Und jetzt können auch... Vor allem mein Krieger, der beste Nahkämpfer, also mit Abstand, der beste Nahkämpfer, den ich habe, Also, der kann jetzt nämlich auch angreifen. Ja, ja, ja. Aber die Berserker hier, die... Man sieht ja schon, dass die relativ einfach sind. Aber dafür, dass die so einfach sind, gehen die gut Erfahrungspunkte. So, Wolverine Rocks... Äh, Moment. Äh, ne, 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 den mach ich mal komplett neu. Dann kann ich den nämlich auch wieder ein bisschen besser ausrichten. So, jetzt... Ah, Hilfe. Jetzt werden auch alle getroffen davon. Ähm, zu sehen übrigens an diesen kleinen Pfeilen da oben. Also orange, meine mageren, oranger Name. Das heißt, alle, die jetzt so einen orangen Pfeil hier drüber haben, werden davon getroffen. So, äh, und... Ja, machen wir den nochmal. Upp. Ich kann ja hier jederzeit rasten. Hier kann man tatsächlich auch ganz gut rasten. Moment, ähm, nehm ich den? Äh, doch. Ne, doch, ne. Äh, na gut. Ach hier, ne, nehmen wir Psyonic Fire. Kann ich halt auch wieder nicht außerhalb der Kämpfe steigern. Feuer, bei ihm zumindest nicht. Ihm fehlt noch irgendwie sowas wie ein Lichtzauber. Den ich auch, äh, außerhalb der Kämpfe einfach sprechen kann. Dann wäre er ideal. Ne, gut, ideal und auch lieber. Ach so. War gar keiner mehr. Im Wirkungsbereich. Im potenziellen Wirkungsbereich. Da, 46.000. Hm. Das gefällt mir. So. Weiter geht's. Immer schön abseits der Wege. Ich spiele so ein bisschen Herr der Ringe jetzt. Haltet euch von den Wegen fern. So. Hier zum Beispiel könnte ich wunderbar übernachten. Da können mir die Gegner nicht in den Rücken fallen. Oh, apropos Gegner. Ach so, ja, das kann ich in Lucifer auch kurz zeigen. Das ist meine Formation hier. Also ich habe, ähm, fünf verschiedene Felder insgesamt. Und in jedes dieser Felder kann ich halt drei Leute reinpacken. Und wenn, wenn jetzt Gegner von hinten kommen, dann sind halt, äh, meine drei Magier gefährdet. Aber so weit sollte es nicht kommen. Deswegen ist es immer ganz gut, wenn man in so einer Nische übernachtet. Da kann man von den Gegnern auch nicht umzwingelt werden. Äh, zwei an der Flanke. Meine beiden Volküren übrigens, weil die die höchste Reichweite haben. Und die drei Nahkämpfer, die sind halt hier. Wobei, äh, ich überlege gerade. Ja doch, ich lasse das so. Ja stimmt, der Mönch, also hier mein, mein Roboter. Ich glaube, der hat tatsächlich die geringste Reichweite. Ich weiß gar nicht, ob, ob, ob seine Reichweite tatsächlich geringer ist. Oh, Mensch, als die von, von dem Krieger. Aber höher ist er definitiv nicht. Was? Look over here. Ach so, das war auf die Gegner wahrscheinlich bezogen. Die da irgendwo rumkreuchen und fleuchen. Naja, gut. Oh, da liegt noch irgendwas. Ach da. Ah, okay. One-Man-Job, ja? Ernsthaft? Ja, gut. Die sind tatsächlich nicht mehr allzu schwer. Ähm. Nichtsdestotrotz. Ah, nee, nee, nee. Das lohnt sich jetzt überhaupt nicht. Nehmen wir Noxus Fumes. Der ist immer gut. Also generell, ähm, so Angriffsmagie ist in dem Spiel später zumindest gar nicht mehr so stark. Aber die, die ganzen Statusveränderungen, die können halt einen großen Unterschied machen. So, du machst noch mal psionisches Feuer. Oh. Dann lasse ich denen mal den Vortritt. Kann ich nicht direkt... Oh, okay. In Nahkampf gehen wollte ich gerade sagen. Äh. Schnappen wir uns den hier. Idealerweise. So. So, so. Ja. Jetzt habe ich sie alle vor mir. Na, na, na. Böses Viech. So. Äh. Noxus Fumes. Sehr gut. Den hätte ich jetzt einfach auf Zauber wiederholen gehen können. Aber die werde ich jetzt noch mal neu ausrichten. So. Dahin. Und. Äh. Auch da. So. Der Rest greift an. Ich habe so das Gefühl, dass die Kämpfe mittlerweile nicht mehr ganz so zäh sind. Ich meine, äh. Ist halt auch nichts, was man mal so im Vorbeigehen quasi macht. Ah, stimmt. Der ist ja ängstlich jetzt. So. Das nervt halt. Und damit können die Kämpfe tatsächlich noch sehr zäh werden. Und die Gegner dann die ganze Zeit wegrennen. So wie ich hier jetzt gerade. So. Na komm. Autsch. So. Der ist weg. Ja, toll. Dann mache ich jetzt einfach mal Runde beenden. Entweder kommt er dann irgendwann gleich wieder. Weil er keine Angst mehr hat. Oder der rennt so weit weg, dass der Kampf vorbei ist. Ah, ich glaube, letzteres wird eher eintreffen. Ah, 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 ah. Na komm. So, geht doch. Ja, wir waren jetzt leider auch nicht allzu viele Erfahrungspunkte. Und wieder ein paar Steine. Vor allem ganz normale Bullet Stones. Also, dass der Artefaktwert dabei steigt, ist für mich noch tausendmal besser als die Beute an sich. Also, die Bullet Stones an sich. Oh, wie weit ist denn der gerannt? La, la, la. Da bist du. Da bist du. Der ist immer noch ängstlich? Okay. Ja, gut. Na komm. Hoffentlich kriegen die den jetzt noch getötet, bevor der wieder abhaut. Gut. Gut. Ich bin stolz auf euch. So, äh, wo bin ich jetzt mittlerweile? Äh, da, 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 da. Okay, hier oben. Da wurde ich hin teleportiert. Irgendwann mal. Ja, damit hat sich das Gebiet nämlich jetzt auch geschlossen. Ich gehe jetzt trotzdem erstmal nach Süden. Äh, Moment. Hier nochmal schnell ein bisschen aufdecken. Äh, ich sollte hier vielleicht nicht laufen, weil... ... weil beim Laufen kann ich keine Gegenstände finden. Und in dem Gebiet bin ich ja noch nicht gewesen. Deswegen kann hier überall noch irgendwas Schönes liegen. So, ähm... So, kurz gucken. Ja, gut. Äh, jetzt wird da nichts mehr liegen. Jetzt kann ich hier auch mal kurz lang laufen. So, dann werde ich jetzt dem Weg erstmal nach Süden folgen. Äh, äh, aber, äh, ich glaube, ich will generell eigentlich eher nach Norden im Moment. Ich will nur erstmal gucken, wo es hier jetzt hingeht. Ach, Moment. Wo genau bin ich jetzt? Ach, da oben. Ah, okay. Wir sind wieder quasi am Anfang. Hey. Ähm, ja gut. Dann weiß ich zumindest schon mal Bescheid. Jetzt haben wir im Grunde einmal ne, ne, ja, Weltreise, wenn man es so will, gemacht. Einmal durch das, durch ganz, äh, Dominus, ne? Ja, genau. Dominus hieß die Welt hier. War mir grad selber nicht mehr ganz sicher. So, liegt hier noch irgendwas Schönes? Irgendwo? Nö? Nö. Oh, und ich seh grade, Detect Secrets ist schon wieder abgelaufen. So. Der Held, oh. Oh, da ist zum Beispiel gleich ein Gegenstand. Da, 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 da. Och, irgendeiner spielt da draußen laut Musik ab. Ich glaub, das hört man jetzt nicht unbedingt im Stream, aber... Ich versteh sowas immer nicht. Naja. Jedem das eine. So. Äh, aha. Achso, das wird wahrscheinlich dann einfach nur so ein einzelner Felsen hier. Oder so ein einzelner kleiner Berg sein. Ach, da ist noch irgendein Gegenstand. Ah, da. Ein Trank. Ach, und noch ein Gegenstand. Dafür ist halt der, äh, Essenzwert. Da, also, äh... Moment, ich kann's kurz zeigen. Äh, nee. Hä? Hier, da unten, Essenz ist. Der ist unter anderem dafür da, dass man halt solche Gegenstände findet. So eine versteckten. Und mit Detect Secrets, der Spruch, der hier ständig abläuft, mit dem steigt halt die Chance, sowas zu finden. Beziehungsweise, äh... Die bestimmte Gegenstände werden automatisch gefunden. So. Ach, davon hatten wir doch eben schon mal zwei. Ich werde mal jetzt keine Zauber benutzen, weil... Nicht, dass einer von denen wieder ängstlich wird und ich dann da wieder Ewigkeiten hinterherrennen kann. Damage. Ach, ich mag den Roboter. RF... RFS-81, ne? Ja, RFS-81, genau. Das hier oben sind übrigens auch immer, für die Leute, die es noch nicht wissen, das hier oben, äh... Also, wie? Und RFS-81, das sind NPCs. Also, das sind... Äh... Ja, quasi Sönder. Oh, toll. Der ist ja doch ängstlich. Genau das wollte ich doch eigentlich vermeiden. Ach, Mann. Probieren wir es mal. Ich könnte jetzt auch in die Richtung hier einfach laufen. Möglichst weit weg von ihm. Und dann haben wir das schneller hinter uns hier. Was? Wieso Ärger? Da ist doch keiner mehr, oder? Hm. Na komm. So, geht doch. So, apropos Trouble. Ich muss mal kurz wegen Munition gucken. Ich hatte nämlich, ähm... Als ich mich da wieder zum, zum, äh... Zur Ascension Peak hingearbeitet habe. Außerhalb des Streams. Ähm... Da habe ich natürlich auch wieder einiges verbraucht hier. An... Äh... Da. Ja, das sind auch noch welche. Äh, einiges an Munition verbraucht. Und die hatte ich jetzt nicht aufgefüllt. Was? Achso, sie hat... Oh, sie hatte... Äh, nein, nein, nein. Mensch. Da sind noch welche. So, äh... Aha. Oh ja. Er hat zum Beispiel gar keine Munition mehr. Äh, für ihn wollte ich doch immer die Dartsien benutzen. Genau. Hier einmal. Der beste Nahkämpfer hat keine Munition mehr. Das kann nicht sein. Paling Stones. Da einmal. Und da einmal. Und... Da einmal. So, nochmal speichern. Gehe ich jetzt überhaupt wieder richtig? Ja, ne? Ja. Oh, das ist noch eine größere Gegnergruppe. Und dieser eine... Äh... Dieser... Great Seeker. Der eben ängstlich weggelaufen ist. Da ist der Great Seeker. Und... Da sind die anderen. Ich versuche mal erstmal nur den zu bekommen. Damit er dann... ...möglichst schnell auch weg ist. Oh, na komm. Oh, ja gut. Jetzt ist er blähmt. Jetzt hat er definitiv keine Chance mehr. Oh Gott. So viel dazu. Ähm. Mal speichern. Das sind Tasten. Ach. Oh, sogar mal menschliche Gegner wieder. Das haben wir lange nicht mehr gehabt, glaube ich, ne? Hm. Gut. Äh. Eisball. Sogar einen Anführer dabei. Wow. So. Den setze ich mal hier hin. Dann... Äh. Was machst du? Ah, Instant Death. Ne, du machst hier wieder. Psionic Fire. Einmal net. So. Du machst einmal Web. Auf der höchsten Stufe. Und natürlich... Meine eigenen Angriffe verzögern, damit die Gegner dichter kommen. Jetzt sind die nämlich alle in Reichweite. Also, na gut, alle noch nicht. Aber die kommen jetzt alle in Reichweite. Hoffentlich. Na. Na, bei dem könnte es knapp werden, wollte ich gerade sagen. Aber er ist doch noch in Reichweite. In dem Fall zu sehen an den drei Pfeilen da oben. Also, blau, orange und gelb. Blau, orange, gelb. Äh. Äh. Bewege ich mich? Nö. Ansonsten hätten meine Magier jetzt wahrscheinlich wieder... Oder meine Zauberkundigen sind ja nicht alles Magier. Die hätten wahrscheinlich nicht mehr zaubern können. So. Ja. Das sind die ersten beiden schon tot. Und die, die jetzt nicht tot sind, die... Ja, sind eigentlich auch schon tot. Die wissen es nur noch nicht. Irgendwo war doch... Achso, ach, der Anführer ist schon tot. Okay. Na gut. Ähm. Du machst nochmal Whirlwind. So. Und... Ach, du machst nochmal ein bisschen ironisches Feuer. Na gut. Für den einen hat sich das jetzt eigentlich nicht mehr gelohnt, aber egal. Das Schöne an solchen menschlichen Gegenden... Oh, die haben... Ach, Moment. Äh. Da war doch was. Gut, lange ist es her. Aber ich muss mal ins Tag hoch gucken. Ich glaube... Ich glaube... Ich glaube, die konnte ich irgendwo abgeben. Ist hier noch irgendwas? Nö. Oh, aber... X-Ray ist auch weg mittlerweile. Gut, äh... Ja, dann raste ich einfach mal. Das ist eine ganz gute Position gewesen da eben. Aber jetzt laufen die ganzen Zauber ab. Ne, der Psioniker hat noch nicht ganz volle Magie. So, jetzt. Gut, dann nochmal kurz buffen. Äh, und zwar... Und zwar... Achso, ja, Licht kannst du machen. Auch wenn ich jetzt Licht hier nicht unbedingt brauche, aber... verkehrt ist es ja nicht. Äh, nee, Quatsch. Hier Armor Plate... Für bessere Rüstung... Äh, nein... Nein... Hier Magic Screen... Abwehr gegen Magie erhöhen. Dann... Kannst du hier noch... Deine... Deine Missile Shield... Also, ja, Abwehr gegen Geschosse erhöhen. Logischerweise. Äh... Enchanted Blade... Also, bessere Waffen. X-Ray... Damit ich auf der Karte... Äh, nein, ich mach mal auf dem... Die Gegner und... Ja, die Gegner in erster Linie sehe. Also, äh... Alle möglichen Kreaturen. Können ja auch dann NPCs sein. Oh, okay... Oh, 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 oh... Ich gehe erstmal wieder dahin. Da oben ist nämlich so eine kleine Ecke noch nicht aufgedeckt gewesen. Oh, warte, oh... Oh, kann ich hier runterfallen? Nein, kann ich nicht. Gut. Ach, Mann. Das müsste doch eine Brücke sein, äh... Die wir schon mal in einem Ladebildschirm auch gesehen haben. Immer wenn wir in die Northern Wilderness kommen... Sehen wir nämlich genau diese Brücke... Auf dem Ladebildschirm. Aber... Da will ich noch nicht drüber. Ich glaube nämlich, ich weiß, wo es dahin geht. So, dann, ja... Einmal hier nach Süden. Waren ja irgendwo auch noch Gegner. Bop, 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 bop... Hier ist das Camp wieder. Da haben wir ja gerade übernachtet. Äh... Und irgendwo müssen doch jetzt hier die Gegner auf dem Radar wieder auftauchen. Oder wo sind die jetzt mittlerweile hingerannt? Achso, ach, da. Da sind sie mittlerweile. Ja gut. Da unten ist noch so ein kleiner Fleck. Den werde ich noch schnell aufdecken. So, ja. Oh, Moment, da liegt noch was. Steine, ne? Äh, 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 ach da. Ja, Steine. Was auch sonst? Naja. Zumindest ist der Artefakt wert bei irgendjemandem wieder hochgegangen. Ist ja auch nicht verkehrt. So, äh... Ach, bei... Bei unserem Roboter. So, und hier haben wir jetzt noch ein bisschen was aufzudecken. Ähm, bop, 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 bop. So, ich gucke ab und zu mal, weil ich, wenn dann auch natürlich alles aufdecken möchte. So, zwischendurch nochmal speichern. Das ist nie verkehrt. Ähm, okay. Da sind Gegner. Da hinten sind auch nochmal... Oh, sogar zwei Gegnergruppen. Drei. Da ist noch... Sind noch gelbe Punkte, wenn ich das richtig sehe. Oder? Äh, oh. Ne, so weit ranzoomen wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja, ne. Das sind sogar rote. Okay, also die sind von vornherein schon als Gegner klassifiziert. So, Mythologie. Okay, das heißt... Gegner sind irgendwie schon in Sichtweite gewesen. Äh, auch da. Ja, gut, von hier aus werde ich nicht erwischen. Aber sind schon wieder die, diese Seeker und irgendwie... Rennen die ja ständig weg. Deswegen versuche ich mal, mich hier in der Deckung möglichst dicht dran zu bewegen. Okay, gut. Ja, so. Ach, ich verzichte. Au, wieder aufzaubern. Aber die sind ja jetzt nicht wirklich schwer. Ja, ja, ja. Gut. Dann lasse die Kämpfe beginnen. Ähm, aber gut. Der ist auch schon wieder halb tot hier. Ah, lala. Ich hoffe mal, dass... Ah, nee, schade. Ich hatte gehofft, dass der noch stirbt, bevor mein Krieger angreift. Weil der kriegt... ...die Gegner hier fast schon im Alleingang besiegt. So, mit einem Schlag dann halt. Naja, gut. Auch nur zur Hälfte. Aber reicht ja. So. Dann dich noch schnell erledigen. Ähm... ...Autsch. Das war nicht nett. Okay. Oh, äh, Insta-Death. Ähm... So, ich geh hier lang. Ich muss ja nachher sowieso wieder zu der Brücke, bei der ich eben kurz gewesen bin. Und da kann ich dann... ...den Rest hier im Norden noch aufdecken. So, hier ist noch was. Zum Aufdecken. Ähm... 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 Zumal die auch nicht allzu viele Erfahrungspunkte kriegen. Und ich sehe gerade, es sind nur zwei Sieger, aber hier auf dem Radar ist da hinten auch schon ein roter Punkt. Das heißt, es kann... Oh, da auch nochmal. Kann sein, dass die jetzt auch gleich noch mit in den Kampf reinkommen. Ist jetzt... ...an sich nicht schlimm. Weil, äh... Ja, ich glaube, die Kämpfe werde ich hier überleben. Ist halt ein Gebiet, in das man im Grunde schon fast am Anfang reinkommt. Nachdem man halt die Monastery ganz am Anfang erledigt hat. Und dementsprechend werden hier jetzt nicht, weiß ich, was für harte Gegner drin sein. Wobei die Gegner ja generell noch, ähm, mit der eigenen Party aufleveln. Aber ich glaube auch nur bis zu einem bestimmten Punkt. Beziehungsweise es gibt, glaube ich, auch immer so ein Mindestlevel für die Gegner. So. Dann darfst du mal hier mit... Na, hm, toll. So, hier mit Wunden heilen. Ach, das war's schon, ja. Okay. So, genau deswegen hatte ich nämlich vorhin seine Vitalität noch ein bisschen gesteigert. Weil, die... Also, die von unserem Psyoniker. Schon wieder. Ha, 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 ha. Na, komm. Seid ihr fertig? Ja. Ich hätte jetzt auch, kurz bevor sie in Sichtweite waren, hätte ich eigentlich auch schon in den Kampf gehen können. Dann laufen können. Dann hätte ich in der ersten Runde, in der der Kampf eigentlich noch gar nicht läuft, hätte ich halt schon direkt in Kontakt mit denen rennen können. Okay, mein Krieger kann auch angreifen. 90 Schaden. Ach, so gefällt mir das doch. Ah, aber der ist jetzt wieder nicht in Reichweite, der Krieger. Schade eigentlich. Und, stört da noch. Ja, ist ja schön. Ah, nicht wieder verängstigen. Ich glaube, das mit der Angst liegt an den Fearbolts. Oder, ich glaube, er hat Fearbolts. Also, äh, ja. Angstbolzen quasi. Als Munition. Ist, dann brauche ich mich auch nicht wundern, wenn die Gegner ständig Angst haben. So. Immer gut, äh, die Angst ist durchaus angebracht, wenn man sieht, wie, wie ich hier mit denen umgehe. Och, schon wieder ernsthaft. Ah, Mann, Mann, Mann. So. Na, kommt mal alle her. Drei Stück. Ah, die Stähne war jetzt auch ein bisschen doof. Ja, ja, ja. Und da hinten, da hinten sind auch wieder Great Seeker. Ich sehe sie doch schon. Gut. Ach so. Ach, die sind jetzt aber mit dem Kampf drin. Okay. Dann dauert es wenigstens nicht ganz so lange. Kommen die jetzt so, während ich mich um die Ersten hier kümmere, kommen die halt ein bisschen näher. Ja, ja, ja. Es ferocious. Das sind dann ja insgesamt, äh, im Moment noch, äh, im Moment zehn Gegner, aber einen habe ich auch schon getötet, also elf Gegner waren es dann insgesamt, elf Sieger. Aber das sind andere hier. Ja, da werde ich dann mal gleich mit irgendeinem Zauber reinhalten. Und dann sollten zumindest die Kleinen schon mal alle erledigt sein. Dann sind die Runden auch schneller vorbei. Einfach weil die Gegner sich, also zumindest die toten Gegner sich dann logischerweise nicht mehr bewegen müssen. Oder können, oder wie auch immer. Äh, 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 ne, hier mache ich dann mal einen Feuerball. Obwohl, ne, im Moment, der Eisball macht ja eigentlich mehr Schaden, ne? Naja. Ich weiß jetzt nicht, wie die Resistenzen sind von denen, aber... Äh, ne, 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 so... Weil die sich ja auch noch ein Stück nach vorne bewegen, hoffe ich ja zumindest mal. Nicht, dass die jetzt von da hinten schon spucken können. Ne, die bewegen sich nach vorne. Sehr schön. Das heißt, die kleinen Viecher, die dürften dann wirklich gleich, äh, obwohl ich weiß nicht, ob der, äh, der Eisball ausreicht. Ja. Das hast du schön erkannt. Ja, dadadada. Das meinte ich hiermit, äh, es dauert dann immer so lange, bis die Gegner sich alle bewegt haben. Der eine ist noch nicht in Reichweite, ich weiß mal nicht. Was? Hm. Ah, okay, die sind dann scheinbar nicht in Reichweite. Also werden auch nicht in Reichweite kommen, dann offenbar. So, du weg, du weg. Sehr schön. Ultra Harmon. Äh, haff, durchschnittlich 25 Schaden, das ist genau die Hälfte. Ja, naja gut, der hat ein bisschen mehr Schaden genommen. Äh, der nicht. Ja gut, dann werde ich... Äh, erst mal hier wieder gehen, bevor ich das nachher vergesse. Dann machst du nochmal genau denselben Zauber. Hast du nicht mittlerweile auch irgend so'n... Äh, ha, 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 irgendein... ...Dingszauber? So'n Umgebungszauber? Ne. Wellwind, das ist so'n Kegelförmiger. Äh, ja gut, dann machst du einfach mal, damit ich sicher sein kann. Obwohl, äh, hast du nicht irgend so'n... ...Zauber noch. Ne, Armourmild. Ne, Ego Whip. Ja gut, ich probier's mal mit Ego Whip. Ja, doch, von der Reichweite her haut das hin. Ach, dann kannst du eigentlich nur zur Sicherheit noch... Na. Ego Alvin machen in diese Richtung. So. So. Ähm, ja, alles eingestellt. Der spuckt erst mal den Hügel vor sich an. Soll mir recht sein. So, jetzt sind sie zumindest alle in Reichweite. So, ja toll. Der Wirbelwind geht diese Runde noch nicht durch. Autsch. Hm, 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 hm. Also, ab der nächsten Runde wird's deutlich schneller gehen. Weil dann die ganzen kleinen Viecher weg sind. Dann sind im Grunde nur noch die drei Great Seeker da. Oh, ja. Oder zwei sogar nur noch. Okay. Oh, kann ich mit leben. So. Autsch. Oh, oh. Äh, hm, 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 hm. Heil ich ihn? Ach, wenn, dann heilt er sich selber. So. Ja, was anderes kann er... Na gut, Instant Death. Aber da sind seine Fähigkeiten noch nicht so gut. Also bringt das im Moment herzlich wenig. Ähm, pop, 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 pop. Kannst du irgendwas Sinnvolles machen gerade? Ach, du machst mal hier, genau, äh, Rest All. Ich sehe nämlich gerade, dass meine Magerin schon bewusstlos ist, weil es keine, keine Puste mehr hat, quasi. Wow. Okay, doch. So, und du bist weg. Na ja, sehr schön. Okay, das gab jetzt wieder erstaunlich viele Erfahrungspunkte. Warum auch immer. So, Moment. Gut, dann brauche ich jetzt im Grunde nur auf die Küste im Norden langgehen. Da sind auch nochmal Gegner. Ich würde ja mal behaupten, das sind Seeker. Ich weiß nicht, wie ich darauf komme, aber... Und, apropos Seeken, ich will natürlich Geheimnisse Seeken. Deswegen, Detect Secrets. Ich weiß, der war schlecht. Es tut mir leid. Bin ich hier? Ja. Doch, ich bin hier richtig. Oh Gott. Ich habe immer Angst, dass ich da runterfalle, aber... Normalerweise, ähm... Ist hier so eine unsichtbare Wand, also ich kann da normalerweise nicht runterfallen. Aber es gibt ja so ein paar Stellen, an denen die Programmierer offenbar diese Wand... Diese Wand vergessen haben. So, jetzt zeige ich es doch. Moment, ist auf der Insel da irgendwas? Die sieht so verdächtig, unverdächtig aus. Einfach mal raufgehen. Ach, es ist was da, aber ich kann es nicht finden. Äh, äh. Das hat man an diesem Nothing Here eben gemerkt. So, äh, wop, 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 wo seid ihr? Gegnerlein. Hä? Äh, ja. Wo sind die? Ach, da hinten. Oh, und ich sehe gerade... Hier... Ach, da sind sie doch. Die könnte ich eigentlich auch mal noch aufdecken. Wop, 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 wop. Das sollte reichen. Ja. Das reicht. Und jetzt einfach nur noch in Richtung Gegner gehen. Ach. Äh, was sag ich? Great Seeker. Naja, gut, zwei Stück. Dann ist es das in dem Gebiet auch gewesen. Da, 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 da. Laufen, laufen, laufen. So. Äh, du... Ah, nee. Na doch, doch. Du machst mal. Sicherheitshalber. Den schon mal in dieser Runde. Na, stirbst du noch? Nein. Also, ja, aber ich wollte eigentlich, dass er stirbt, bevor man ihn Krieger angreift. Das war damit eigentlich gemeint. Na, komm. So. Na gut. Er hat in der Runde doch nochmal angegriffen. So. Dann... Ab zur Brücke. Also, hier vielleicht nicht unbedingt laufen. Weil hier überall noch was liegen könnte. So, ich glaube, ab hier hatte ich schon einen Aufdeck. Naja. Gut, dann kann ich jetzt auch laufen. Obwohl, hm. Nee, kann ich eigentlich auch nicht, weil... Der Aufdeckradius ist relativ hoch, aber das heißt nicht, dass ich in dem Radius auch komplett Gegenstände finden kann. Deswegen. Ja, gut. Gut, spätestens hier kann ich jetzt aber auf alle Fälle laufen. So, einmal hier noch speichern. Sicher ist sicher. Achso. Oh. Ich dachte, hier geht es jetzt gleich ins nächste Gebiet rein. So, irgendwie sieht er noch aus. Na gut. Ja, okay. Habe ich es doch richtig in Erinnerung gehabt. Oh, hi. So, von denen soll ich ja so eine Flagge klauen. Aber, äh... Oh, was, was, was? Ach, Detect Secrets mal wieder. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. Oh, okay. übrigens immer, wenn man in ein neues Gebiet reingeht, dass sie dann halt irgendwas erzählen. Beim Roboter, also bei RFS 81, ist das eigentlich mal ganz witzig, weil, äh, ja, weil, weil der halt Roboterartig spricht. Oh. Ne, man, man soll sie, also es gibt im Grunde, äh, drei Parteien hier in dem Spiel, also die Umpani, bei denen wir hier gerade sind, so die, ja, man kann schon sagen Krieger. Äh, dann gibt's die Trang, diese Schneckenartigen Viecher, die wir ja auch schon ein paar Mal gesehen haben, da ist ein Gegenstand. Ähm. Und dann gibt es halt die, die Rappacks, das sind die Diener des Dark Servants, oder die Verbündeten des Dark Servants. Und, oh, da ist ein Gegner. Oh Gott, das kann jetzt lange dauern. Weil, jetzt kommt die nämlich mit in den Kampf rein. Ich meine, hier kann man sehr gefahrlos kämpfen, in dem Gebiet. Das ist natürlich nicht verkehrt. Weil, ja, überall Verbündete rumrennen. Also, solange sie Verbündete sind, natürlich. Ne, aber, äh, das Spiel sieht eigentlich vor, dass man sich für eine dieser drei Parteien entscheidet. Ähm, aber... Man kann das auch so machen, dass man zumindest die Umpani und die Trang so ein bisschen gegeneinander ausspielt. Und am Ende mit beiden verbündet ist. Das geht. Allerdings kann man sich nicht mit allen drei Parteien verbinden. Und mit den Rappacks, äh, ich meine, der Dark Servant ist so mein, mein Nemesis hier in dem Spiel, der, im Grunde der Antagonist ist, wenn man so will. Und mit seiner Fraktion will ich mich dann logischerweise auch nicht unbedingt verbünden. Oh Mann, ne? So. So, dann kümmert ihr euch mal um die ganzen Viecher hier. Und ich mach die hier im Nahkampf so lange platt. Auch wenn's jetzt, wie gesagt, ne Weile dauern kann. Au. Ne, ne, lasst mal schön meine, meine, äh, Verbündeten, ja. Mehr oder weniger Verbündeten in Ruhe. Genau. So, ich bin in Reichweite. Und hi, dead enemy. Herrlichchen. Na, wie geht's dir? So, der war... Schade, ich wollte eigentlich gerade noch gucken. Wie? Oh, nein. Wer war das? Wie ist der Private Panra? Okay. Na, vergiftet man meine schönen Pani hier nicht? So, schnapp ich... Ja, doch, ich schnapp mir... Obwohl, Moment, wie viel? 28, ja, ja, da kann ich auch hier in Nahkampf reingehen und den dann notfalls... Ja gut, hat sich gerade erledigt, die Frage. Oder die Überlegung vielmehr. Ja, jetzt stehen die nur so blöd da. Jetzt muss ich an denen vorbei rennen, aber doch, das sollte ich in einer Bewegung schaffen. Right then. So... Oh, der ist ja auch schon halb tot. Ja, und seit einem Jahr unglücklich verliebt. Ja gut, sowas kann nervig sein. Aber da gibt es leider kein wirkliches Mittel gegen. Oh, und ich sehe gerade der, äh, kleinere Seeker, der ist schon wieder weg. Na, na, na. Spuck den mal nicht ins Gesicht hier. So. Und ich fürchte schon fast, dass einer von denen sterben wird. Nicht im Kampf an sich, aber... Äh, ja. Ja, jetzt hinterher vielleicht noch. Weil die Vergiftung hält meines Wissens nach noch eine Weile an. Ach, cool, er kann sich ja jetzt gar nicht bewegen. Die können jetzt auch nicht weiterlaufen. Ja, das meinte ich. Wie viel hat er noch? Oh, kann... Moment, kann ich den eigentlich auch entgiften? Ich glaube nicht. Cure, wo haben wir es hier? Cure Poison. Oder? Doch, kann ich. Sehr schön. So, dann ist der schon mal gerettet. Ist hier noch jemand vergiftet? Nee. Ach, dann, wenn wir schon mal dabei sind. Moment, Moment, Moment. Hast du doch, glaube ich, auch... Nee. Nee, oder doch? Nee, hast du doch nicht. Okay. Ähm. Was machst du hier? Cure Lesser Condition. Ich weiß nicht, ob man damit das auch heilen kann, tatsächlich. Oh, scheinbar nicht. Ja gut, irgendwann wird er sich wieder bewegen können und dann setzen die ihre Route auch vor. Keinen Kontakt haben dürfen? Naja, sowas finde ich dann sowieso mal ein bisschen albern. Achso, oh, bin ich jetzt im Kreis quasi gerannt? Ja, Tatsache. Ja, gut. Ähm. Tatsache. 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 Obwohl, nee, du, du machst das. Mental Magic auch noch gestiegen. So kann man halt auch ganz gut die Magiearten hier steigern. Deswegen versuche ich auch nach Möglichkeit immer für jede Magie-Kategorie bei den entsprechenden Charakteren natürlich, ähm, irgendeinen Zauber zu haben, den ich außerhalb von Kämpfen sprechen kann. Dann kann ich nämlich immer wieder sprechen, dann rasten, dann wieder sprechen, rasten und immer so weiter. So könnte ich theoretisch mit Level 1, ähm, schon alles auf, auf Höchstwerten haben. In der Praxis funktioniert das natürlich. Generell nicht mit männlichen Leuten. Ja, mal ganz ehrlich, äh, auch wenn das hier jetzt eigentlich nichts zu suchen hat, ne, aber sowas ist dann schon gewöhnlich ein Zeichen dafür, dass der wenig Vertrauen in sich selbst hat. Wenn man, äh, ein entsprechendes Selbstvertrauen hat und vor allem auch ein Vertrauen in den Partner dann, äh, dann braucht man solche, solche Regeln gar nicht erst aufstellen. Und wie gesagt, sowas finde ich generell albern. Halt! Stopp right there! This territory is the exclusive domain of the Imperial Umpani Federation. I'll have to ask you a few questions, before I can let you in. Are you carrying any flammable devices or hazardous materials? Mal abgesehen von den Flammenwerfern? It's important to know. Now, have you ever been convicted of a crime here or on any other planet? And particularly any other domain of the I.U.F.? Ähm, boh, ich denke mal nicht. Wie vielleicht? Oh, ja, hab ich, aber nein. Okay, gut. Also, mit den Tranks, Moment, sagt er da was? Äh, nee, sagt er gar nicht. Also, Zend ist der Anführer der Trank, deswegen. Äh, um Pani kann ich mal nachfragen. Yes, Sir, through and through. Duty, Power, Victory, that's our motto. Okay. Äh, hat er was zu dem Mut zu sagen? Das ist wahrscheinlich klassisch. Oh, Rappex, da vielleicht noch? Hm? Vielleicht, ich, du... Nee, okay. Moment, ich verarsche immer noch ein bisschen um Pani, wo? Oh, ja, gut. Äh, er verkauft oder verkauft auch nichts. So, ich darf eintreten. Äh, jetzt, das Außengelände ist ja soweit. Ja, gut, hier so ein Streit, aber, naja. Kann ich später notfalls mal noch hin. So, und ich werde gleich mal hier... Moment, erst mal gucken, ob hier irgendein Besonderer noch dabei ist. Pani Private, Pani Private, nö. Ich werde hier gleich mal ein Portal setzen. Ich weiß nämlich nicht, ob man sich hier irgendwie in die Nähe... Ja, doch, kann man. Kann man doch. Äh, ja gut, dann doch kein Portal. Nehmen wir diesen Teleporter-Ding, kann man sich doch zu dieser Brücke dahin teleportieren. Was? Yamos Roadhouse? Äh. Zu viele. Hä? Nu. Okay, geht doch. Was, was, was? Äh. Servilionsvorkommen. Aha, sein Lagerhaus? Achso, nee. Doch. Oh, nee. Du bist... Ah, HiSax. Okay, das ging gut. Dick. Achso, ich kann mit ihm gar nicht reden. Also, nicht richtig reden. Äh, ja, ich will eigentlich... Ah, jetzt. Hey, we serve hard drinks for hardened men. And you look a bit green under the collar. Like the ocean's got a bit of water. Wow. Besides, Roadhouse only serves enlisted troops. Looks like you need to go see Balbrak. Now, get out of here. Hm, so. Ah, toll. Ich wollte eigentlich mal ein paar Sachen verkaufen oder so. Ähm, Death Enemy. Im Grunde muss man die Leute einfach machen lassen. Die müssen die Erfahrung dann selber machen. Sich da einzumischen kann im Endeffekt... Äh, ja, einfach nach hinten losgehen. Das bringt da nichts. 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 Ich will niemals vergessen. Wenn du dich für die Spiele suchen, kann ich dir nicht helfen. Kommissar für die enlisteten forces nur. Okay. Natürlich. Ich habe eine Replika-IUF-Flagge. Eine dumme Idee, die durch den General gekocht hat. Ich glaube, er denkt, es wird Loyalität bauen. Hm. So eine Umpani-Flagge? Oder IUF-Flagge? Die brauchen wir doch noch. Für die Trang. Für einen der Aufträge. So, was haben wir hier? Recruitment Center. Nein, nein, nein. So. Aha. Recruitment Center und... Barracks. Okay. Gehen wir erstmal hier rein. Ich habe nichts gefunden. Aha. Hi. Hier könnte Detect Secrets sogar sehr, sehr nützlich sein. Deswegen gleich nochmal neu sprechen. Ach. Eine Träpe. Eine Träpe. Das klang ein bisschen komisch. So. Äh. Hast du den noch? Ja, du hast Divine Träpe. So. You bellowed. Äh. 105 Prozent. Wow. Kann ja eigentlich gar nicht schief gehen. Äh. Ja, machen wir das schon mal? Sind das Poison Darts? Nee. Alarm. Okay. So. Wasser. Eine Rüstung. Eine einzelne. Wow. Ähm. Das kann jetzt eine Weile dauern hier. Ich habe eine Träpe. Da habe ich eine Träpe. Bop 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 bop. Nee. Du. Du machst mal weiterhin Divine Träpe. Das ist eine gute Möglichkeit, die Werte hier hochzukriegen. So. Also ich hoffe, ihr habt ein bisschen Zeit mitgebracht. Wie gesagt, hier kann es jetzt eine Weile dauern. Ist das jetzt abgelaufen schon mit Detect Secrets oder was? Oh. Oh, das ist eine Dagger-Scatter-Falle. Äh. Hop 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 hop. Mhm. Achso, nee. Äh. X-Ray ist abgelaufen. Moment. Das spreche ich auch direkt mal neu. Hop 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 hop. X-Ray. Oh. Ja, gut. Ja, hier kann ich ja jederzeit rasten, also. Äh, Moment. Ich sollte ab und zu mal zwölf durchspeichern. Nicht, dass ich hier irgendwie doch mal Alarm auslöse. Äh, bin ich jetzt nicht unbedingt großer Freund. Man, auch wenn sie kann das, glaube ich, auch. Naja. Oh, wow. So, geht doch. Ah, ha, 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 ha. So, okay. Das ist wieder ganz interessant. Da könnte ein Device sein, aber ich glaube nicht. Und bei den grün umrandeten, das ist auf alle Fälle drin. So. Dann hier noch. Die ganzen Schränke sind da auch noch. Haha. Das kann sich eine Weile hinziehen jetzt. So. Ich kann auch mit 5 und 6 noch mal zwischen den Charakteren wechseln. 6? Nee, hä? Achso, nee, mit 3 und 4. 5 und 6 sind ja... Äh, quatsch, 7 und 8 sind nachher die hier. Äh, so. Ich glaube, da macht sich das ein bisschen besser. So, noch eine Dolchfalle. Lalalala, so. Was ist da schon wieder? Auf Detect Secrets, ja gut. Ähm. Mensch, verdammt. Ich höre dich. Ich würde dich schon mal auswählen. Hm, Mann. Nächster Versuch. Ja gut, diesmal wird... Aber 87% wird auch noch funktionieren. Das war Alarm, ne? Genau. Vielleicht hätte ich diesmal vorher abspeichern sollen. Diesmal hätte es ja schief gehen können, theoretisch. So, äh... Die nächste, oh Gott, wie viele haben wir noch? Äh, das sind noch ein paar. Das sind noch ein paar. So, was machst du jetzt hier? Divine Trap. Und du untersuchst die Falle. Ich meine, theoretisch könnte ich jetzt auch auf Glück einfach hier immer Fallen auswählen. Oh, da haben wir mal was anderes. Welche ist das? Äh... Nur mal rein. Neugierde. Der Neugierde halber. Hä? Achso, geht noch weiter. Room of Chaos, Anti-Magic, Curse. Okay. Ja gut, dann mache ich das so. So, und da haben wir das Ding. Oh, ein Ring. Ring of Protection, ja, super. So, die nächste Falle. Äh, die nächste. Ja doch, ist ja eine Falle. Effektiv. So, nochmal untersuchen. Oh, genau, 100%. Das war Alarm, ne, genau. Achso. Aha, aha, aha. Nochmal abspeichern, sicher, sicher. So, du kannst, glaube ich, nicht mehr... Oh, Moment. Kannst, naja, nee, einer bringt nichts. Of course. Ja, und du hast gar keinen Divine... Äh, kein... Ja doch, Divine Trapezes. Ja gut, ähm... Dann, übernachten wir einfach mal, damit die MP wieder aufgefüllt sind. Also, so mehr oder weniger zumindest. Gut, ähm, die Buffs mache ich dann gleich. Ähm, du... Und, untersuchen. Dagger oder Alarm? Alarm, okay. Hopp, und... So, ne leere Flasche. Super. Na. So, drei Stück noch. Ich hoffe mal, dass die Spinde nicht auch noch fallen gesichert. Oh. Okay. Ah, nein, Quatsch. Du solltest das doch machen. Du bellern. Weil sie halt, ähm... Weil sie solche Sachen weder im Kampf noch außerhalb des Kampfes, also so auf freiem Feld quasi, steigern kann. Die... Ähm, Mente? Genau, die Mente. Also mentale Magie. Äh, so. Achso, Poison Dart ist das einfach nur. Noch ne leere Flasche. Super. So, letzte Truhe. Nächster... Na gut. So. Na, hundert Prozent reicht ja immer noch. So, was haben wir auch? Ne, Dolchfalle wieder. So. Steine. Ja, bewahrt bitte Steine in der Truhe auf. Vor allem in der verschlossenen Truhe. Verdammt. Oh, die sind echt alle noch fallen gesichert? Na gut, dann... So, ich mach das einfach mit dem Knock-Knock-Zauber jedes Mal. Ah. Inaccessible. So. Wenn die Fighter so schlecht gesichert sind, dann sollte der Knock-Knock-Zauber immer von vornherein reichen. Oh, na gut, so viel dazu. So. Locked. Natürlich. Dann hier nochmal. Oh, ja stimmt. Hm. Na gut, dann... Machst du das schnell so. Äh. Geht doch. Dann wäre ich... Oh, oh. Das ist schon ein schwereres Schloss hier. Also eigentlich nicht. Also nicht wirklich viel schwerer. Na. Oder vielleicht doch. So. Oh Gott. Gut. Nochmal hasten. So. So. Speichernd. Und die nächsten. Oh. Okay. Locked. Okay. So. 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 mal die Seite hier fertig machen und dann die andere. Oh, wow. Das ist... Gut, der Spruch auf Stufe 1 war jetzt effektiver als der Spruch auf Stufe 7 war es, glaube ich, ne? Und rasten wir nochmal. Zumindest ist das eine gute Möglichkeit um die Werte mal wieder so ein bisschen hoch zu treiben hier. Nächster Versuch. Okay, dann machst du halt den Rest. So, na komm. Kannst du überhaupt noch höher? Oh, es hat gereicht. Immerhin. So, nochmal rasten. Oh, Mann. Es tut mir fast schon leid. Ah, da müssen wir jetzt gemeinsam durch. Na gut, ihr müsst nicht, aber ich muss. Na gut, ich muss eigentlich auch nicht, davon abgesehen. Inaccessible. Gut. Ah, toll. Das sind alles so, so wertlose Sachen bisher. Ich meine, da war diese, ähm, Chainhausen waren das, glaube ich, die hinter diesem Dreierschloss gewesen sind. Die sind ein kleines bisschen was wert, aber im Endeffekt auch nur zum Verkaufen. Hm. So. Locked! Natürlich. Hm. Na gut. So, aber Erdmagie ist auch schon wieder gestiegen. Oh. Oh. Aha. Moment. War irgendwo anders? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Hey. Das ist das einzige Bild bisher. Das finde ich ein bisschen verstörend. Die Ompani, die sehen ja auch so ein bisschen Drenozeros-artig aus. Das ist vielleicht so das Ompani-Äquivalent zu, zu so einem Pin-Up-Girl oder sowas. Hey. Also, die Modern Duck. 镜bet you the way? Und die Seite noch. Wie viele sinds noch? Na ja gut. Das ging noch. Wir haben's ja fast geschafft. So, das machst du jetzt wieder. Man muss so für einzelne kleine Gegenstände... Oh! Ach man! Also... Das passiert ab und zu. Wenn ich hier irgendwo zu weit links auf dem Bildschirm bin, dann wechselt er automatisch auf einen anderen Bildschirm. Dabei wird natürlich dann das Spiel auch minimiert. So... Hier nochmal... So... Okay... Ach da sind wir... Oh... Ja gut... Ach ne ne doch nicht... Ich dachte gerade ich habe mich verzählt... Ich dachte ich habe so eine Spinnkombination da übersehen. Irgendwann auch einmal speichern... Oh... Okay... So eine Rüstung die ist... Unverschlossen... Hm... So... Was haben wir hier... Smelling Sword... Ja gut... Ich glaube... Ich glaube das kann man noch ganz gut verkaufen. So... Hier jetzt nochmal... Noch irgendeinen Trank... Ich denke mir abbruschen... Die kann man auch ganz gut verkaufen... Äh... Aha... Oh... 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 Ein Dreierschloss... Da muss irgendwas ganz tolles hinter sein... Hm... Eisbomben... Ja gut... Das ist ja auch gut verkaufen... So... Das war es endlich... Oder? Hab ich jetzt noch irgendwas übersehen hier? Ne... Hat er auch lange genug dauert... Oh... Da sind... Gegenstände... Moment... Achso... Oh ok... Ähm... Ja... Da werde ich gleich hin... So... Mensch... Hoch hier... Ist das... Private Sparkle... Äh... Oh ja... Äh... Brauchst du nicht mehr? Das haben wir schon getan... Äh... Also hier dieser... Milano Calzone... Das ist der Anführer von den Ratten gewesen... Mh... 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 Ist einfach mal so... Ja... Schön... Mh... 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 Ja... Klar... Weißt du nicht... I.U.F. war das... Ne... Genau... I.U.F. und die Umpani... sind die größten Kriterinnen der Welt... Mh... 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 Äh... Ja... Macht jetzt nicht so viel Sinn... Einige Aussagen... Aber egal... Ja... Die kann man glaube ich auch noch... Nikotieren später... Den haben wir hier... Sergeant Balbrug... Äh... Ja... 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 Ein paar freie Erfahrungspunkte... Mh... Ok... So... Ja... Ja... Mal kurz hier noch gucken... Aber irgendwas liegt da noch... Ähm... Aber ich bin ja sowieso jetzt erstmal wieder baffen... Ich höre dich! Äh, Enchanted Blade und Missile Shield. Da. So, 1, 2, 3, 4, 5... Irgendwas fehlt. Hab ich Armor Plate? Ja, Armor Plate hab ich, äh... Ne, hä? Ach, ne, ne doch, das ist ja auch eins von den Symbolen, ja, genau. Ne, das war mein Fehler. Oh, hi. Toll, jetzt muss ich hier warten, bis ich an den vorbeikomme, so. Äh, Sergeant Rubble, Sergeant Rubble, der wird wahrscheinlich dann hier irgendwo sein. Geh ich jetzt mal von aus. Ach, da liegt irgendwas, komm ich da ran, ja. Da komm ich zumindest dran. Und irgendwas liegt da noch. Oh, ein Schwert. Komm ich da ran? Ja, komm ich auch, na komm. So. Also nicht, dass sie jetzt wirklich was wert waren, aber... Ist das... Ja, da ist er noch. Oh! Oh, okay. Ja? Okay, das sieht grad'n bisschen kummel aus, wie er da läuft. Tadadadadaaa. So, jetzt... Das erstmal wegdrücken hier. Und einfach hier durch. Oder was? Äh... Oh. Ohohohohoho. So. Ja gut, das ist jetzt nicht allzu schwer bisher, aber... Ja gut, hier muss ich ein bisschen aufpassen. Hier sollte ich jetzt nicht unbedingt laufen. So... 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 Oh... Oh... Ach so! Okay. Ich dachte gerade, dass das so ein... Ja, quasi Rambock. So. Cool, es gibt sogar Sachen zu finden. Stahlhelm... Huh? Ich sehe etwas. Die bewegen sich ernsthaft. Das macht mir jetzt fast ein bisschen Angst. Huh? Oh! Das sind tatsächlich Gegner. Gut, äh... Wieviel haben sie? 34. Ähm... Machen wir einen Eisball hin. So. Irgendwo... Hier? Ja. So. Ich glaube, das reicht sogar schon. Militant Spiros! Was? Na gut, hat doch nicht ganz gereicht. Hä? Wurden die gar nicht getroffen? Nö. Warum auch immer. So, weg und... Und... Weg und der noch. Na, irgendwann schaffst du es auch mal. Oder auch nicht mehr. Ja, aber immer einen Erfahrungspunkt dafür bekommen. So. Hier noch ein paar Gegenstände einsammeln. Und dann haben wir den Kurs, glaube ich, auch schon fast geschafft. Weg und geh auf! Oh! Stray Item! Äh... Hahaha... Da ist noch was Schönes. Moment, Detect Secrets ist schon wieder abgelaufen. Was ist denn das? Was denn jetzt? So, hier ist noch ein... Wurfmesser. Super. Moment, ich renne mal ganz kurz hier noch lang. Nicht, dass hier jetzt noch irgendwas lag, was ich nur mit Detect Secrets finde, aber offenbar nicht. Gut. Das sieht doch... Ja gut. Sollte jetzt kein Problem sein. So, und du machst den noch hoch und dann passt das. Oh, ist sogar noch mal Erdmagie gesteigert dabei. Oh Gott. Oh Gott. Oh, das ist ja schön. So, das ist die Level 2 Karte. Ist ja schön. Äh, und... Oh, noch ein bisschen Heilung. Äh, muss ich da jetzt echt... ... jedes Mal das so machen? Ja, tatsache. Ja gut. So, einmal nochmal speichern und dann... Achso, ich glaube ich kann jetzt auch zu den ganzen Händlern hier hin. Ich bin ja jetzt entlistet. Ich glaube da habe ich doch schon was Schönes. Und zwar den Trang-Arm. Oh, da... Okay, Moment. Da frage ich mal kurz nach. Oh, da... Ich weiß nicht, wo er ist. Ich sende ihn raus, um einen möglichen Rapax-Encampment zu scouten. Und nichts. Und nichts seit dann. Ich würde lieben, wenn ich gesagt hätte, dass ich ihn nicht überrascht war. Aber er ist so schwer wie Bone. Ich bin sicher, dass er alles gut ist. Okay. Okay. So. Trade. Gift. Und wir haben doch unseren schönen... Äh, ne hier. Oh Gott. Ganz weit unten irgendwo dürfte er sein. Dr. Tring-Arm. Yuck! Du wirst es! Nyaa! Ja. Ich bin stolz von dir. Es sieht aus wie du diese Slime-Bucket gefunden hast. Ich werde diese Infos direkt vor der Recon. In der Zwischenzeit, während du auf Bug-Killing, wir hatten eine wichtige Nachbarn-Ermöge hier. Ich vermische, dass du auf die Astral-Dominay hast. Wie, Recon ist Nachbarn-Ermöge auf zwei unterschiedliche Objekte, so keep deine Augen aus. Wir sehen, dass du einen von uns für uns beschreiben kannst. Aber erstens, wir brauchen Sie, um in tiptop Form zu kommen. Geh diesen Weg nach dem Sentryboot und reporte zu Sgt. Rubble in der Kompone. Oh, und Sie haben auch einen Kredit an der Kommissarie, damit Sie sich aufhören können. Train dich hart, Pups. Der schwerste Weg liegt vor dir. Habe ich den Arm jetzt auch immer noch im Inventar? Ich hoffe mal, weil... ja, gut. Den brauche ich auch, um diese eine Tür da zu öffnen. Jetzt stehen die alle im Weg. So, äh, ha, 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 speichern. Und wo ist Rubble jetzt? Ist der hier drin? Nein, ne? Nein. Da wird er wahrscheinlich hier in dem Ding sein. Er sagt ja Insept Compound. Ich vermute einfach mal, dass das hier der Compound sein soll. Ähm, Level 3 Karte. Werden nutzen. Ja, ja, ja. So, äh, ha, 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 ha. Gucken wir mal hier rein. Was haben wir denn hier Schönes? Kann ich hier irgendwas machen? Ja. Gut, ähm, ich denke mal das wird bei allen. Ja. So, das heißt hier kann ich jetzt noch nichts machen. Oh, hi, hell. Okay, ich glaube das soll tatsächlich so eine Anspielung auf hell sein. So, ähm, ähm, äh, 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 äh. Oh Gott, wo war das nochmal? Aber dieser Computer da. HAL, den meine ich. Oh, Sergeant und, ne. Kein Sergeant Rubble. Was haben wir hier? Was haben wir hier? Na? Mal schauen, ob die Stufe 3 reicht. Aber wäre eigentlich sinnlos, wenn nicht. Ja. Oh. Äh, okay, hier wollte ich jetzt eigentlich noch gar nicht hin. Ähm. Ach so, Moment. Pani Sergeant und... Pani Sergeant und kein Sergeant Rubble. Gut, äh, ich suche erstmal Sergeant Rubble. Das ist mir grad ein bisschen wichtiger. Weil nicht, dass ich jetzt hier durchrenne und am Ende da irgendwo nicht weiterkomme, weil ich den entsprechenden Auftrag noch gar nicht habe dafür. So, so, so. Mhm, mhm, bist du Rubble? Ne. Ich weiß auch gar nicht mehr, was der für eine Farbe hat. Ach so, ne, hier bin ich rausgekommen von. Ah, wo könnte der jetzt sein? Na gut, ähm, ich werde nebenbei erstmal... Hier, einkaufen und verkaufen. Also ich glaube nämlich, dass man hier irgendwo diese Flagge kaufen konnte. Ah. Oh, cool. So. Oh, ich kann echt mal wieder verkaufen. Ich hatte nämlich auf dem Weg zum, äh, Ascension Peak noch etliche Sachen eingesammelt, die ich aber bei dem, äh, Bela nicht verkaufen konnte. Und... Und... Ja, Bullet Stones können weg, die können weg. War Replayed. Initiative minus drei. Hm. Ja. So. Also es scheint nicht zu taugen. Gut, das sind die ganzen Gadgets, die behalte ich natürlich. Ja, den kann ich leider nicht verkaufen. Schön wär's. So. Dann hier, 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 hier. Das alles weg. Die ganzen Sachen, die ich vorhin da in den, äh, Dings gefunden habe. In... 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 In den Schränken. Die... Können jetzt alle weg. Könnt ihr alles wieder haben. So, so, so. Das kann weg. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nichts verkaufe, was ich eigentlich behalten möchte. Ale kann weg. Das kann weg. So. Retro kann weg. Bullet Stones können weg. Wurfmesser, ja, die normalen Wurfmesser. Oh, toll. Das kann jetzt kurz dauern. Langbogen kann weg. Benchy's House. Okay, da muss ich jetzt mal gucken. Achso, ja, das war das Musikinstrument. Ja, kann auch weg. Aber die kann ich... Ja. Obwohl, Poison Darts wären vielleicht gar nicht so verkehrt gewesen. Naja, egal. Ganz kleinen Moment mal. Ja. 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 So, Entschuldigung, ich bin wieder da. So, ähm, ich wollte ja hier weiterverkaufen. Das kann noch weg. Äh, ne, kann nicht. Zumindest nicht bei ihm. Ja, stimmt, den hatte ich schon untersucht, der bringt nichts. Ja, das war's. Genau, ich hatte es nämlich extra nicht sortiert im Inventar, weil, äh, ja, damit ich da nicht in Ewigkeit noch umsuchen musste. Achso, ich wollte ja auch noch gucken, was er, was ich bei ihm kaufen kann. Irgendwas Schönes. Nö, nö, nö. Langboog. Muskete. Hm, naja gut, aber er hat ja was Besseres. Ich kann ja mal kurz gucken. Muskete. Äh, Volküren können das nicht tragen. Mönche, naja gut, er kann es eh nicht tragen. Und die vier hier unten auch nicht. Außer dem Gadget hier. Aber, wie gesagt, wer hat eine bessere Waffe? Oh, aber die ganzen Pfeile hier nehme ich mal mit. Ist auf die ganz normal natürlich. Äh, Bullet Stones, ne. Crubbles, ganz normal auch nicht. Musketen, Schüsse. Oh, Raketen. Ja, er verkauft einfach mal Raketen hier. Hm, 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 hm. Hier noch irgendwas Schönes. Achso, ja, das war ja das Musikinstrument, was ich mir gerade verkauft habe. Resurrection Paula nehme ich mal noch mit. Book of Rocks. Move Wizardry. Ja, Wizardry Alchemy. Okay, Wizardry, also sie hat den schon. Bringt also nichts. Äh, Moment. Den, den habe ich noch nicht, glaube ich. Blinding, das war, ach, Blinding, nicht Binding. Äh, Alchemy, ja, gut. Ich habe keinen Alchemisten. Itching dürfte auch Alchemist sein, ja. Ah, da ist er doch. Die wollte ich doch noch kaufen. So. Können wir nämlich theoretisch jetzt, äh, zu den Trang, ja, ja, zu den Trang und dort, ähm, die Flagge abgeben. So, und, äh, für den Psyoniker war das, glaube ich, ne, ja, genau. Einmal bitte benutzen. Uhu. Ja. Uhu. Wie er sich freut. Ähm, achso, Moment, ich kann mal, erst mal sortieren, so. Äh, ich kann mal bei den Büchern gucken. Ich habe ja hier irgendwo, äh, ne, waren doch weiter oben. Da habe ich doch noch so ein paar Bücher gehabt. Okay. Ach, ne, die hatte ich doch alle verkauft. So, Ring of Protection. Einen brauche ich ja. So, hier. Mental leer. Ach, hier ist noch ein Buch. Book of Frost. Das war, äh, Moversatry, okay. Die können hier mit rein. So, nochmal sortiert. Du hast nur deine Gadgets. Okay. Ich muss generell bei den Gadgets mal gucken. Ähm, Moment, wer war das? Sasho Kuna? Nee, ich glaube, ich glaube, bei dem konnte ich mit Custom nichts machen. Okay, nee. Ähm, hier ist noch irgendwo ein Händler auf alle Fälle. Nee, dieses Custom-Ding kann man ja bei bestimmten Händlern machen. Also, bei, oh Gott, geht mal aus dem Weg hier. Ähm, auf alle Fälle bei den, bei dem, äh, wie hieß er, Antoine, genau, oder Antoine, ich weiß jetzt nicht, wie er ausgesprochen werden soll. Und da sind Gegner wieder auf der Karte. Ähm, also der in Arnica. Da kann man auf alle Fälle das Custom machen und sich da so ein paar, wenn man halt die entsprechenden Gegenstände hat, sich da so ein paar besondere Ausrüstungsteile herstellen lassen. Was ist das? Achso, na gut. Nichts Besonderes, aber, ach, du kaufst das nicht mal, das Buch. Verdammt. Soll das ein Aschenbecher sein hier? Hm, egal. Auch eine Sommersand. Gut, ähm, speichern, dann gucke ich mal ins, schau mal noch. Port Sergeant Rubble inside. Hm. Ich gucke mal generell kurz durch, äh, Feind Martin. Ach ja, genau, die habe ich ja gerade gefunden, aber die muss ich halt noch abgeben dann. Hierfür, das weiß ich noch, äh, muss ich halt mit den Umpani oder mit den Trang, ähm, ja so die Questline zu einem bestimmten Punkt bringen. Das hier, äh, äh, ja, die Quest kann man nicht abschließen. Man kann die Bank zwar ausrauben, aber der Typ taucht doch halt nie wieder auf. Ja gut, das ist quasi die Hauptquest hier. Äh, ja, und das hier hängt mit, äh, mit dem Ding von Bela zusammen. Ach, dann habe ich gar nicht mehr so viele Aufträge. So, wie sieht es hier aus? Ratkin, ja, das ist klar, und Ratpacks auch. Ja. Ja, und die, mit denen ich befreundet sein will, bin ich auch befreundet. Mit denen bin ich auch befreundet, so. Äh, ja, wo ist jetzt Sergeant Rubble? Moment, nochmal hier in der Bar gucken. Ach, Quatsch. Die war auf der anderen Seite. Hier stand doch eine. Achso, ja, das war Sax. Genau. Ha. Wo ist Rubble? Wo ist Rubble? Na, hoch her. Was? Oh. Achso. Äh, kann ich? Ach, Quatsch. Ja, toll. Das hilft mir jetzt nicht großartig weiter. Äh, mal schauen. Mach mal trotzdem das hier. Toll. Du hast mir auch gesagt, ich soll zu ihm hingehen. Dann musst du auch wissen, wo der ist. So, prinzipiell. Hey, hier, gehen wir aus dem Weg. Gut, ähm, hm. Hier würde er wohl nicht drum sein. Ich will jetzt hier nicht rüber, weil ich komme hier nicht mehr zurück. Ne. Das sind ganz normale Soldaten, ne? Hm, hm, hm. Ja. Nicht, dass er jetzt die ganze Zeit hier stand und ich habe den einfach nur übersehen. Okay. Gut, dann werde ich einfach mal in den Berg hier reingehen. Vielleicht wartet er da ja irgendwo am Anfang des Berges. Die hatte ich schon äh, untersucht. Genau. So, ja, jetzt muss ich natürlich so, Diamant. Achso, okay. Ich wollte gerade sagen, habe ich zwei Diamanten. Jetzt muss ich jedes Mal halt die blöde Karte hier raussuchen. Stufe 2, Stufe 1, Stufe 3. Äh, deswegen werde ich die Karte mal, keine Ahnung, hier bei ihm ins Inventar reinlegen. So. Bevor ich den halt jedes Mal suche. Access verified. So. Äh, Detect Secrets ist auch schon wieder abgelaufen. Was denn jetzt? Natürlich. Na. So. Und dann gucken wir mal. Vielleicht ist er ja irgendwo hier. Schau, ein Item. Back, geh auf. Ja, ja, ja. Äh, achso, hier. Gott, ich habe die ganze Zeit auf den Boden unten geguckt. Äh, ja, und habe die große Axt da nicht gesehen oder die Helle Bade, um genau zu sein. Na, komm. Äh, das Storage, achso, ich dachte, das ist jetzt richtig ein Dungeon hier irgendwie. Charlie's, hopp, 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 gehen wir erst mal hier rein. Lagerhalle klingt doch immer ganz gut. Kann ich hier irgendwas machen? Nö. Lalalala. Gott, was sind das für lange Wege hier? Das muss ein logistischer Albtraum sein hier. Hm. Aber da liegt irgendwas. Schon mal. Momentan, solchen Kisten werde ich mal immer langsam vorbeigehen, ansonsten kann ich eigentlich auch durchrennen, glaube ich. Äh, was haben wir hier? So, da ist das Lager und hier ist ... Oh, ja gut. Ich gehe erst mal ins Lager, auch wenn da hinten jetzt irgendwelche Leute waren. Lass mich raten, ich komme hier nicht rein. Oh, doch. Okay. Hopp, na, Mensch, ich soll es jetzt eins anhalten. So. Äh, hm, hm, noch ein paar Pfeile. Ja, ganz normale Pfeile. Wie aufregend. Na, warum muss ich da jetzt? Hm. Na, ich will euch einsammeln. Ist hier irgendwo? Ah, so, okay. So, schon wieder ganz normale Wolzen. Hm. Irgendwas, ach so, da, Steine, noch mal Steine. Na, komm. Und, was haben wir hier noch? Steine? Ja. Und lass mich, ach ne, Musketen, tschüss. Äh, Musketen, ähm, Kugel. So. Gut, Lager geplündert, Auftrag erfüllt quasi. Ernsthaft. Kann es sein, dass ich wieder, äh, dass ich wieder, äh, ganz am Anfang bin hier? Ich muss mal gleich auf die Karte gucken. erst mal einsammeln. Ähm, da haben wir noch was. Ne. Oh Gott, das könnte doch ein bisschen größer sein, als ich gedacht hätte. So, war das jetzt richtig hier? Ja, Süden, genau. Was haben wir hier überhaupt? Äh, Delta Hub. Okay. Hier mal kurz zu lang gehen. Äh, hm, war da irgendwo ein Hinweis? Achso, ja, da. Delta Hub, Bravo Hub, okay. So, ihr seid keine Besonderen, ne? Na? Nö. Oh Gott, ist das groß hier. Oh Gott, ist das groß hier. Ah, ich meine, so, ja, 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 ähm, so von, von der Fläche her ist es eigentlich gar nicht so groß, aber die ganzen einzelnen Wege hier, die sind dann doch ein bisschen verwirrend. So, ähm, mhm, 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 oh, da oben sind mal Gegner. Oh. Aber, ich gehe erst mal hier lang. Großer Raum, hopp, didn't see anything. Ach man, komme ich echt nicht durch. Stray Item, big get up. Ja, da liegt wieder ein bisschen was. Und, na komm. so, dann haben wir das auch. Ich halte mich jetzt erstmal einfach rechts. Äh, Steine? Ja, Steine. Was auch sonst. so, wo geht's hier hin? Was? Okay. Ähm, ich bin jetzt aber nicht wieder am Anfang, oder? Nö. Wie groß ist denn das Gebiet? Hm. Ja gut, ich meine, hier die Wege, die werden sich dann alle ganz schnell zusammenfügen. Äh, aber, oh, ist die Karte jetzt echt hier drin wieder gelandet? Toll. Access verified. Puh, oh, oh, das ist mir irgendwie, es sind mir zu viele verschiedene Wege gerade, das überfordert mich so ein bisschen. Äh, aha, Sergeant und Sergeant, ach, alles uninteressant für mich. Und lass mich raten, hier komme ich jetzt mit der Stufe 3 Karte nicht lang, oder? Oh doch, okay. Nein, du sollst, nein, Mensch, du sollst das einfach nur, so. Wow. Das war ja Zufall, dass in dem Moment Detect Secrets abgelaufen ist. Aber, so. Und irgendwo sind da auch wieder Gegner gewesen. So. Und, wo bist du? Okay. Das sind auf garanti wieder Steine, ja, genau. Noch mal so ein Gebiet hier. Oh, Stray Item. Und, oh. Toll, und jetzt ist X, äh, X-Ray natürlich abgelaufen. Äh, gut, dann werde ich hier an der Stelle mal kurz rasten. haben wir wenigstens mal wieder einen Kampf. Ist das natürlich schwer? Nö. Ja, ja, na komm. na komm. So. So. Oh. Der Gadget hier schläft zwar noch, Aber, ja, gut, das sollte jetzt kein Problem sein. So. Es gab dafür aber auch nicht allzu viele Erfahrungspunkte. So, nächster Versuch darf ich jetzt schlafen, ja? Danke. Ach, schade. Ich wollte eigentlich, bevor die, äh, ablaufen, die Dinger, wollte ich eigentlich die Rast noch beenden. Naja, egal. Dann muss ich jetzt alle Sprüche nochmal neu machen. Äh, erstmal hier. Matrix-Screen. Äh, Armor-Plate, genau. Da ist er. Licht wirst du noch sprechen. So, toll. Dann werde ich mit ihm jetzt wieder Detect Secrets mal machen. Ich meine, ich hatte mir das, äh, sein, seine, Dings, äh, seine Magie-Punkte eigentlich aufgehoben, damit er im Kampf dann halt auch noch zaubern kann. Aber, äh, ja, die Kämpfe sollten an sich kein Problem sein hier. So, speichern. Und dann gehen wir mal hier lang. Ich sehe nichts. Oh Gott, wie groß ist das hier bitte? Äh, aha, jetzt hast du die Karte wieder genau. Oh, okay, hier komme ich zum Beispiel noch nicht rein. Zumindest schon mal gut zu wissen. Das heißt aber auch, dass ich irgendwann nochmal hier hin muss. Schau dir fest. Ah, okay. Knock, knock. Wow. Hast du geflogen? Was schönes dabei? Nö. So, und... Ähm, was machst du? Ich höre dich. Da. Du, relevant. 106 Prozent, ja, passt. Achso, einfach eine Dolchfalle. Naja, gut. Es wäre jetzt auch nicht so schlimm gewesen, wenn ich die ausgelöst hätte. Ich glaube, Alarm kann hier ziemlich, ja. Ja. Äh, ich glaube, Alarm kann hier ziemlich böse werden. In dem Gebiet. Äh, also ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert, funktioniert, aber nicht, dass dann die Umpani irgendwann sauer sind auf mich. Muss ja nicht sein. So, da, da, da. Gehe ich, hmm. Ich werde mich hier sowieso verlaufen, das weiß ich jetzt schon. Irgendwo. Ich hätte vielleicht mal, ähm, markieren sollen, oder in die Karte reinschreiben sollen, wo hier der Eingang gewesen ist. Hm, ne? Ne, doch nicht. So, hier ist immer irgendwas Neues, auf jeden Fall. Automatisentwicklung. Please place security clearance on what? Äh, meinen die die Karte hier? Da ist. So, ja, gut. Nein, ich will das, ah, okay. Warning, wiring malfunction. Please return machine to an authorized service center. Was? Äh, okay, gut. Ich dachte gerade, ich habe die Karte verloren. Dadurch. Äh, ja. Please security clearance. Warning, wiring malfunction. Hm. Kann ich hier irgendwas machen drin? Oh ja, Tatsache, cool. Kann ich das irgendwie da, ja, ranpacken, ey. Achso, ach, das war auch nicht drin, das gelbe Kabel. Ey, das weiße Kabel. So, nächster Versuch, äh, benutzen. Ah. Geht doch. Nichts hier. Oh, nee, ne. Schon wieder abgelaufen. Gut, äh, langsam überlege ich tatsächlich, ob ich das überhaupt noch spreche. Das nervt langsam so ein bisschen. Aber, ja, das zum Beispiel hätte ich jetzt ohne Detect Secrets nicht gefunden. Hm, naja, muss ich mal sehen. Ich meine, das dauert ja nicht lange, aber, wie gesagt, das nervt halt immer so ein bisschen. Äh, ja. Sehe ich hier was? Nö. Nö. Moment, so. Aber irgendwas ist auch da auf alle Fälle hinter. Ah, okay, wahrscheinlich komme ich je nachher raus, wenn ich das Training abgeschlossen habe. Ich sehe da einen einzeln grünen Punkt, das könnte tatsächlich der Sergeant Rubble sein. Oh, und ein paar gelbe Punkte, das gefällt mir jetzt nicht. Obwohl, das wird wahrscheinlich dann schon, ach so, ach, ach, ja, ich sehe es schon. Und, ja, da ist er doch. Okay, gut. Aber es ist doch richtig, dass ich hier reingegangen bin, das ganze Gebiet. Oh, come on, come on, now, stupid, get in there. Perfect. Oh, no, oh, 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 no. These babies will take out most anything at good range, but be careful up close so you'll cook your own hide. All right, here we go. Now be careful with it. There's a firing range here for you to practice on. When you're finished fooling around, head out the door and to your right. Covered ups. I'll meet you there. Okay, ich habe gerade einen Raketenwerfer bekommen. Äh, da, ich will den aber jetzt nicht unbedingt benutzen. Ähm, oh, okay. So. Okay. Du benutzt auch deine Schusswaffe. Also jetzt wirklich bei allen Einzelnen hier einstellen, ne? Ja. Hm. I'm on it. Ach, Quatsch. So, so. Taken care of. So, du hast das schon, äh, Taken care of. Und hier auch nochmal wechseln. So. I'm on it. Ah, more Fodder for our blades. Oh, die haben, die haben ein paar mehr HP. Okay. Na gut, eigentlich könnte ich da auch rein zaubern, glaube ich. Oh ja, mache ich jetzt auch einfach mal. Eisball. Äh, nein, Eisball. Äh, okay, so viel dazu. Ähm, gut, also den kann ich definitiv nicht benutzen. Kann ich Magic Missile? Äh, reicht, nee, reicht nicht, ne? Ja gut, dann, äh, dann schießt sie einfach weiter. Wenn die Trefferquote jetzt nicht allzu hoch ist, also es kann jetzt eine Weile dauern hier, aber... Na, jetzt, ich weiß gar nicht, ob ich, äh, bewusstlose Gegner im Fernkampf auch besser treffe. Also im Nahkampf ja auf jeden Fall, aber im Fernkampf bin ich mir jetzt nicht sicher. Oh Gott, das könnte dauern. Ja gut, hier kann ich auch mal den, Dingskampf anmachen. Den, ähm, durchgehenden Kampf. Ich komme gerade nicht auf das richtige Wort dafür, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Vielleicht hätte ich doch den Raketen benutzen sollen. Mensch. So, ich will eigentlich den Mauszeiger hier drauf behalten, aber ab und zu bewegt sich halt die Kamera so ein bisschen. Und, ja, das Ergebnis hat man eben gesehen. Okay. So, der ist weg. Na gut. Haben wir es doch gleich geschafft. So, bei, keine Ahnung, bei unter 50 werde ich dann auch den, äh, den, ähm, dauerhaften Modus ausmachen. So. Gut, treff doch. Leute. Oh, mal wieder ein Treffer. Cool. Mal wieder ein Treffer. Hm, hm, 51, na komm. Ich meine, zumindest kann ich hier die, die Fertigkeiten so ein bisschen noch trainieren. Das ist jetzt auch nicht verkehrt, aber. 35, ähm, ich wollte ja den Modus hier ausmachen, so. Na, ich glaube ein Treffer oder so noch. Dann soll es das auch gewesen sein. Ja. Gut. Null. Mann, super. Na gut, aber wenigstens sind die Werte halt ein bisschen hochgegangen. Aber das war jetzt ein bisschen enttäuschend. Die anderen Trainingsgruppen vorhin haben doch Erfahrungspunkte gegeben, ne? Wenn auch jetzt nicht weiß ich wie viele, aber immerhin. Oh, noch mehr Raketen, äh, so, nimmst du mal. Na. So, dann gucke ich mir den Raketenwerfer auch mal an. Oh, der kann echt von allen benutzt werden. Ist bestimmt ja modern weapon, nimmst du mal an. Initiative minus 6, hm. Aber, wie viel Schaden machen die Raketen? 3 bis 18. Ja, ist jetzt auch nicht so super viel, also, hm. Ne, ne, ne. Der einzige, der das Ding effektiv einsetzen könnte, ist sowieso mein Gadget hier. Und der hat seine, seine Superwaffe da. So, wo, wo musste ich jetzt hin? Äh, äh, wo ist er denn? Oh. Irgendwas mit nach rechts gehen, hatte er, glaube ich, gesagt, ne. Gucken wir mal. Hier vielleicht? Also, Moment, äh, ich hatte ja gesehen, dass Detect Secrets mal wieder abgelaufen ist. Also, so. Oh, wo ist hier ein Gegner? Hm, okay. Guck ich hier durch? Nö. Ist auch kein Schild, war so dran. Na gut. Dann erst mal hier lang. Hm, 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 komm ich bei der Tür, die ich da eben nicht öffnen konnte, komm ich, eventuell, oh, irgendwo wieder raus. Ist ein Moratz? Was ist ein Moratz? Oh, okay. Ja, ja, ja. Und mein Gadget hier kann ich nicht mehr zaubern. Ja gut, das ist jetzt nicht wirklich schlimm. So. Das war schon fast langweilig. So, na komm. Äh, dich und okay. ich denke mal, ich denke mal, ich muss hier die ganzen Flaggen einsammeln und dann irgendwann mich irgendwo wieder melden. Ich habe aber keine Ahnung wo dann genau. da sind aber noch Items dort. Irgendwo. Hier links. Und irgendwas. Achso, oh, ich habe den die ganze Zeit in der Hand gehabt. Okay. Geht es hier irgendwo lang? Nö. Gefällt mir schon wieder nicht hier. Das ganze Labyrinth. Oh Gott, das ist groß. Auf alle Fälle sehr groß. Gut, aber scheinbar geht es von hier aus dann zu dem Item, was ich da eben schon gesehen habe auf dem Radar. So, hier ist ein Gegner, ne, ja. Und Detect Secrets ist schon wieder weg. So. Ja gut, aber das sind keine schweren Gegner hier. So. Ich würde sie nicht mal als Gegner bezeichnen. Ja, ein Opfer. Keine Ahnung. So. Na komm. Nächste Flagge. Äh, und da liegt noch was. Das ist Poison Reduction, okay. So einen Trank habe ich, glaube ich, auch noch nicht gesehen hier. So, hier bin ich noch nicht lang, oder? Ne. Gut, aber hier scheint es zu den Items zu gehen, die ich da eben schon auf der Karte gesehen habe. Oh Gott. Oh, hey. Na. Nein. Die Information wollte ich jetzt nicht ändern. So, komm mal her. Nein. So, ich würde mich doch nur ein bisschen drehen. Exterminate. Das sind tatsächlich leichte Gegner hier. Ich meine, klar, man kann ja auch sehr früh in diese Gegend reinkommen. Komm mal her. Ähm, und dementsprechend können sie jetzt hier keine, weiß ich wie schweren, Gegner hinmachen. Ne, eigentlich wollte ich, äh, hier, das wollte ich doch machen. So, und Mental Magic ist sogar 95 hoch. Ich glaube, bis 120 kann das so gesteigert werden. Da bin ich mir aber nicht mehr ganz sicher. Äh, Oh, äh, 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 ach so, hier, Flintko, oder? Okay. Bist ja der härteste Gegner in dem Gebiet. Also rein von den Lebenspunkten zumindest. Aber ja, gut. Und von Erfahrungspunkten auch. Aber wie schwer war der jetzt auch nicht? So, hier sind, äh, da ist die Flagge. Na, Mensch, ist immer eine Katastrophe, die Dinge einzusammeln. Muss mal sehr präzise darauf gehen. So, hier haben wir noch eine schöne Belohnung. Hopp. Und dann geht's hier weiter. Na. Wo geh ich zuerst lang? Hier. Das sieht irgendwie aus, als wenn da eine Sackgasse ist. Oder, oder auch nicht. Oder doch. Ach, ich glaube, hier komme ich raus. Moment, ich speichere mal, und dann gucke ich einfach mal. Okay, also ich bin hier auf alle Fälle schon gewesen. Gehe ich mal hier zurück. Hier war doch noch ein Weg. Irgendwo waren das jetzt hier, glaube ich, ne? Sicherheitshalber, ja. Sicherheitshalber noch auf die Karte gucken, wollte ich gerade sagen. Was haben wir hier? Oh, ein Gin. Okay. Okay, der sieht, also der in Allardins sah freundlich aus. Oh, wow. Kannst du doch mal angreifen. Na gut. Autsch. Und wie schläft. Hm, na gut. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Gin Auge. Ah, ich glaube, das war auch eins von den Sachen, die man für so eine Custom-Ausrüstung brauchte. So, aber erst mal hier Level Up. Achso, hier Pietät. Genau. Und im nächsten Level Up hat sie dann Vitalität 100. Schön. So, was nehmen wir? Silence, Lightning. Oh, Moment. Ja. Ist hier noch irgendwas? Nö, nehmen wir Lightning. Dann hat sie ihn nämlich bei Feuer jetzt auch endlich mal einen Angriffszauber. So, äh, wo, ne. Wenn dann hier. Feuer, kann sie jetzt durchaus gebrauchen. Mäntel und Luft. Ja, da hat sie nämlich auch einen Angriffszauber noch. Obwohl, verdammt, jetzt ist es auch zu spät, aber eigentlich wollte ich mit ihr doch Kommunikation auch immer noch erhöhen. Nu, Mensch, kann doch nicht so schwer sein. So, dann haben wir den Abschnitt hier. Moment, geht, Ah, das war, äh, oder? Ja, doch, das war, ähm, das, äh, na, hinter dem, nicht hinter dem Djinn, sondern hinter diesem Golem, genau, hinter dem Flint-Golem war das. Ah, Detects-Grid's, jetzt erneue ich das nicht. Das wird mir jetzt noch ein bisschen viel. So, 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 und dann, gehen wir jetzt durch die Tür hier durch. Und, äh, ja, das ist nämlich eine von den Türen, durch die ich von der anderen Seite nicht durchkam, oder langkam, äh, Moment, 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 äh, hier will ich doch eigentlich lang. So, oder will ich hier lang? Da oben, hm, gut, ich gucke erst mal. Aber ich glaube hier oben. So, Moment, ne, jetzt bin ich schon komplett raus aus diesem Trainingsbereich. ich bin da fertig, oder? Oder zumindest sehe ich jetzt keine Wege mehr dort. Das waren alles Sackgassen hier. Oh, gut. Dann müsste ich jetzt eigentlich zu Sgt. Rubble wieder, würde ich mal behaupten. Frage ist nur, wo ist der jetzt? Hier vielleicht? Bist du? Ja, da bist du doch. Das ist so, oh, wow. Na gut, dann habe ich das wohl schon erledigt, oder? Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, cool. Oh, Entschuldigung, jetzt habe ich das ein bisschen zu früh weggedrückt, leider. Ja, das werden die Flaggen sein, oh ja, der wird vier, 50.000 Erfahrungspunkte, hm, links hier, äh, magere müsste doch auch, hm, ja doch. Hm, ja, 126.000 ungefähr noch. So, äh, gut, haben wir das erledigt. Hier südlich ging es, glaube ich, nicht weiter, oder? Da war, glaube ich, eine von den Türen, die man von der Seite nicht öffnen konnte, richtig. Äh, die, wo ich, äh, gedacht hatte, hm, es war eigentlich die, bei der ich gedacht hätte, ähm, dass ich bei der nächsten Prüfung da rauskomme. Aber, kann ich jetzt, äh, die Level-4-Karte hier, in den, na, wo ist er, hier, genau, und das Ding reinlegen, und dann geht die Tür auf? Hm, ich probiere es einfach mal. So, Level 4. Okay. Okay. Ja, hm, meinetwegen. Gut, ähm, aber hier gab es doch... Achso, ne, Quatsch, das war ja die Richtung, aus der ich gerade gekommen bin. Da gab es ja im Norden noch irgendwo was. Lalalala. Hier lang. Aha, und hier. Oder? Ja, genau hier. Mal schauen, was uns hier noch alles erwartet. Hm, hier sind Gegner irgendwo. Ach da, ich seh doch schon ne Bewegung da. Irgendein Flügel. Ich bin auf. So, sind wir gleich im Nahkampf. Ich glaube die Vampire-Bets, die gaben auch ganz gute Erfahrungspunkte. Na toll, jetzt werde ich hier umgezingelt. Das gefällt mir nicht so sehr. Oh, 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 oh. Ähm. Autsch. Oh, 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 oh. Nach, ihr, um mein' ich werden. Äh, gut. Ich heile mal. Ja, doch. Die Lunes ist wahrscheinlich ein bisschen Overkill. Naja, Overkill ist jetzt eigentlich nicht genau das Gegenteil. Ne, aber lieber zu viel heilen als wenig. So, und du hast auch noch deinen schönen... Wo ist er jetzt? Hier. Nein, den nicht. Ja, ich, ich, ich bezirze die Gegner jetzt einfach. So, ne, gut. Nein, nein, nein. Oh, gut. Oh, 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 oh. Nochmal einer weniger. Und... Äh, ja, gut, einen Rest mache ich halt so schnell, hoffentlich. Oh, 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 ja, geht doch. Oh, woher hin? 25, also knapp 25.000 Erfahrungspunkte. So, äh, Moment. Da, ich hab mich gesucht. Äh, du machst mal kurz... Fatsch, hier. Rest all. Nicht, dass die jetzt schon wieder da ständig in die Bewusstlosigkeit fallen. Ähm, gehen wir erstmal hier lang. Tup, tup, tup. Oh, Hilfe. Oh, Gott, nicht schon wieder so viele Truhen. Ja, gut. Die sind... Oh, ne, doch nicht. Ich wollte gerade sagen, die sind bestimmt alle wieder... Fallengesichert. Ja, gut, die... Die auf jeden Fall. Da, 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 da. Ein Trap. So. You bellowed. Hm. Und, äh, ich glaube, so ein Trap ist gerade gestiegen. Das hab ich gesehen, weil die Prozentzahl da gerade hochgegangen ist. Ah, ja, gut. Da, da sieht man es noch. Ah, okay. Es sind doch größtenteils zumindest fallen gesichert. So. Oh, was haben wir diesmal? Oh. Und ich glaube, X-Ray ist gerade abgelaufen. Ah, nehmen wir das schon mal. So, Rune of Madness wäre es gewesen. Ja, gut. Oh, ja, da. X-Ray ist abgelaufen. Ähm, tata, tata. Das, das will ich halt immer aufrechterhalten, weil... Oh, okay, das ist sehr schön. Ähm. Stray Item. Ach man, lasst mich doch mal ausreden hier. Äh, das will ich halt immer aufrechterhalten, einfach, weil es sehr praktisch ist, Gegner auf der Karte schon zu sehen. Weil generell halt, ähm, müssen ja nicht nur Gegner sein, aber alles mögliche auf der Karte zu sehen. Oh, da, 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 da. Oh, ne Dolchfalle wieder. Oh, ne Dolchfalle wieder. So. Dann haben wir noch da zwei Tore und hier noch so ein Gegenstand da, an den ich wieder nicht rankomme von dort, weil die Tore im Weg ist. Master, this is trapped. Ach, sag bloß. So, und... Ähm, ähm... Was haben wir diesmal? Oh. Na gut, ich nehme das schon mal. Ah, okay, äh... Und macht das tatsächlich weiter. Ach, Katapultfalle wär's gewesen, okay. Excellent. So, ah, toll. Da ist einfach nur Leggings drin. So, und die letzte Truhe, glaube ich zumindest. Ich gucke gleich nochmal. Kann sein, dass ich da irgendwann übersehen habe, aber... Okay. Eventuell ist das hier noch. Also, wenn, wenn die jetzt, wenn ich das hier entschärft habe und die nicht aufgeht, dann... Ja, gut, hat sich erledigt. So, was haben wir hier denn? Okay. Hm. Oh, wo liegt hier was? Steine, ne? Ja, da. Toll. Ich hatte übrigens, äh... In Arnica, da gab's ja unten auch so eine Quelle. Da hab ich dann leider später erst gelesen, dass man in der... Bei der Quelle, ähm... Was war das? Irgendwas auf alle Fälle wiederherstellen konnte. Also, die hat halt ganz normal HP auch geheilt. Aber, äh, die sollte... Hätte man sich eigentlich aufheben sollen. Die kann man insgesamt wohl nur dreimal benutzen. Und damit kann man dann irgendwie... die gesenkte Werte oder so wieder auf den Ursprungswert hochtreiben. Und vielleicht war das eben auch so eine Quelle. Deswegen bin ich da jetzt nicht mehrfach angegangen. Kann man ja immer mal gebrauchen irgendwann. So, und wo sind die Gegner? Hm, hm, hm. Oh. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen. Das war jetzt ein bisschen zu auffällig. Gut. Ah, die sollten jetzt kein Problem sein. Oh der ist, ja gut, auch weg. Ich wollte gerade sagen der ist blind, der hat jetzt keinen Unterschied mehr gemacht, aber da kann ich auch so fangen. So, back get up, back get up. Was sind das da für Runen dran? Haben die irgendeine Bedeutung? Das ist nichts was ich wirklich brauchen kann, aber immerhin. So, dann haben wir den Raum erledigt. Ist hier drauf, der ist riesengroß. Wo bin ich jetzt da? Achso, hier ging es ja noch. Genau. Ich wollte gerade sagen, wo geht es jetzt hier weiter? Laufen, laufen, laufen. Ist das hier schon die Kreuzung? Ne. Hier. Hier. Bin ich da links schon lang gegangen? Ich glaube ja, ne. Achso, ja stimmt, das waren die Räume. Hier, oder? Ja, genau. Also, hier lang. Irgendwo ist jetzt hier so ne... genau die meine ich hier. So ne große Kreuzung wollte ich gerade sagen. So, mal kurz gucken. Nach Norden und nach Westen. Gehen wir erstmal nach Norden. Oh, Moment. Das steht auf dem Schild. Oh, Moment. Ich guck mal, ob die, äh, Level 4 gerade die hilft. Die ist jetzt echt hier irgendwo drin, ja. Gut, dann nimmst du die wieder ins Inventar. So, so, und? Nein. Nein, okay. Gut, da komm ich also noch nicht rein. Komme ich hier rein? Äh, nein, Moment. So, oh. Ah ja, okay. Oh, was haben wir hier? Äh, will ich den Schalter betätigen? Moment. Moment. Ah, okay, ich bin... Okay, ich bin jetzt im oberen Stockwerk von, von diesem Gebäude hier. Kam ich... doch hier wär ich doch vorher auch rangekommen, oder? Also ich bin ja schonmal... Ich bin ja schonmal... Ich überlege jetzt gerade, bin ich hier schonmal in dem Gebäude gewesen, oder verwechsel ich das jetzt gerade mit dem anderen? Ich weiß es gerade nicht hundertprozentig. Ja, aber zumindest kann ich ja scheinbar auch zurück teleportieren, also... Irgendwo liegt hier noch was. Was ist das? Äh, das ist doch auf... Ne, da oben wahrscheinlich drin. Äh... Ne, gegen die will ich jetzt nicht kämpfen. Die bringen eh kaum noch Erfahrungspunkte. Hier unten? Nein. Hm... Da 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 da... Achso, hier! Oh, wow! Eine Laute... Oh! Die Gegner... Die Gegner sind direkt unter mir, wie's aussieht. Ja, na gut, dann... Dann nehmen wir die doch noch auseinander. Äh, das... Hä? Huh... Okay... Ich kann die irgendwie nicht anvisieren. Kann ich denn... So hinzaubern, dass... Nein! Dass ich die damit erwische? Hm. So... So... Und so... Ja, okay. Das geht wenigstens. Dann kannst du mal... Äh... Was macht der eigentlich... Oh, okay. Der könnte taktisch ganz nützlich sein. Mit dem locke ich halt die Gegner an einem bestimmten Punkt. Und gerade bei... Bei den ganzen Flächenzaubern, die ich benutze, ist das... Wahrscheinlich gar nicht mal so verkehrt. So... Hattest du nicht noch irgendeinen... Ach hier, Lightning, genau. Den kannst du gleich mal ausprobieren. Mal schauen, wie viele Erfahrungspunkte die geben, ob sich das überhaupt noch lohnt. Also in gewisser Weise lohnt sich das natürlich immer... Gegen die zu kämpfen, weil... Ein paar Erfahrungspunkte gibt's immer. So... Nummer 1, Nummer 2... Beziehungsweise... Vorhin ist schon mal einer gestorben. Also technisch gesehen... Nummer 2 und Nummer 3 weg. Beziehungsweise... Beziehungsweise... So... Dann einmal warten, damit der Rest noch aufrücken kann. Ah, toll. Der eine schießt ja. Ah... Ach ja, eigentlich kann ich... So. Ich habe mich so ein ganz kleines bisschen nach vorne bewegt. Eben, ich glaube, das hat man kaum gesehen. Aber... Ja... Dann habe ich halt quasi meine Blickrichtung geändert. Ja gut, sie müssen tausend. Well... Thank goodness that's behind me. Feel like myself again. Kann man auch mal machen. So... Äh... Aha... Hoch... Und... Hier war das, ne? Genau. Ich hoffe mal, ich komme jetzt hier auch normal wieder. Ja, komme ich. Gut. Das wäre jetzt ein bisschen doof gewesen sonst. Du warst ja normaler, ne? Genau. So... Äh... Jetzt muss ich mich kurz orientieren. Ach, hier. Da bin ich noch nicht lang. Achso, ja stimmt. Hier kam ich auch noch gar nicht lang. Aha. So... Moment, ich werde mal... Äh... Aha... Da. Ich werde mal hier eine Notiz hin machen. Ich glaube, mit der Federspitz muss ich mal, ne? Tele... Porter... So... Enter... Past. Also, einmal speichern. Ob die Notiz gespeichert ist. So... Und jetzt an der großen Kreuzung nach... Westen gehen. Stray Item. Oh, hey. Oh, da hinten sind irgendwo Gegner, aber die Gegner will ich jetzt mal. Oh, Mann. Schon wieder so viele verschiedene Wege hier. Na gut, eigentlich auch nur zwei. Ach, Quatsch. Ähm... Hast du die Karte? Ja. Du hast die Karte. Verifying Clearance. Access... Gut. Dann darf ich hier wohl auch noch nicht lang. Hm... Dann geht's eigentlich nur auch hier runter jetzt. Oh, Mann. Oh. So, zwischendurch nochmal speichern. Und... Hier sind irgendwo Gegner. Ich weiß jetzt nicht, ob die... hier auf dem Weg sind, oder... hier auf dem Weg sind. Hm... Hm... RFS 81 detects hostile beings. Hm. Na gut. Oh, ja toll. Jetzt kommen sie doch an. So, äh... Ah, ne, 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 ne. Heißball... Stufe 1 bringt jetzt herzlich wenig. Mach ich doch lieber das hier. Okay. So... Du machst Tionic Fire in die Richtung und du machst nochmal Lightning in diese Richtung. So. Na, kommt mal alle her. Die sind irgendwann tatsächlich mal ziemlich hart gewesen, die Gegner. Das weiß ich noch. Ich weiß gar nicht mehr, wo ich zuerst gegen so eine, ähm... Höhlenspinnen gekämpft habe. Ich bin grad nicht auf das deutsche Wort gekommen. Aber ich weiß noch, dass ich da ziemliche Probleme hatte. Das ist nicht möglich. Ich kann es nicht. Ja, dann probiert ihr es einfach nochmal. So... Und... So... Und... So... Und... So... Na, komm mal her. Ich glaube nämlich die Spinne hat den anderen da jetzt so den Weg versperrt. Ja, da kommen sie doch jetzt alle. Ja, toll. Alle. Zwei. Okay. Ach, das lohnt sich jetzt. Äh... So... Nochmal psionisches Feuertum. Nochmal Magic Missile. Und... Hoffentlich kommen die anderen beiden jetzt. Ja... Nochmal eins. Und... Nummer... Zwei. Gut. Werden die jetzt wenigstens auch von den Zaubern erwischt. Ach, ich mach einfach nochmal die Zauber. Na, und bei dir vielleicht nicht. Äh... Du machst dann einfach Whirlwind. Und... So... Wir wollen ja die... Die... Entsprechenden Zauber auch ein bisschen noch nach oben treiben. Oh... Schön herkommen. Nein, na super. Ja gut, er hätte sowieso nicht schießen können. Deswegen... Ist das jetzt gar nicht so schlimm gewesen. So... Oh... 20.000 Erfahrungspunkte. 20.000 Erfahrungspunkte. So... Jetzt muss ich grad überlegen... Wo... Ich... Hm... Ja... Hier... Hier hatte ich's noch nicht probiert. Genau. Also... Die Karte ist wieder hier drin. Äh... So... Hopp... Na... Normale... Ja... Sergeant... 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 Und... Ah, da ist der drunter. Sergeant... Okay... Ich guck halt immer nach, ob das... Irgendwelche namenhaften Charaktere sind. Äh... Bin ich jetzt... Oh, ich bin wieder ganz am Anfang. Wie es aussieht. Waja... Mensch... So... Also... Gibt's hier überhaupt noch einen Weg? Da oben kam ich nicht weiter. Da fehlt mir die Berechtigung. Genauso wie hier. Hier unten kam ich... Ich weiß nicht mehr genau, was da war. Aber ich weiß, dass ich da nicht weiter kam. Ha... Ja gut... Äh... Mensch... Die blöden Kanten... Äh... Da würde ich sagen, bin ich zumindest erstmal da fertig. In dieser ganzen Höhle. Also zumindest in diesem Abschnitt der Höhle. So... Das mit den Security Cards nervt ein bisschen. Oh... Hoi... So... Aber ich glaube hier waren noch Wege, ne? Ja... Oh... Ja... Wo bin ich denn? Hä? Ach... Da unten! So... Hier an der Abzweigung... An der T-Kreuzung einfach geradeaus weiter. Da war ich nämlich noch nicht. Ratten. Super. Ähm... Hm... 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 Ich mach mal ein Feuer, weil... Nicht, dass die jetzt vor mir dran sind und dann... Mich hier umzingeln... Und würden nämlich diese... Diese... Äh... Konischen Zauber... Also hier sowas wie Whirlwind... Die würden dann halt nur noch eine begrenzte Menge von denen treffen. Äh... So... So... Und... So... Und... Du... Machst... Hm... Ach... Moment... Du machst einfach Psionic Blast... Auf die ganze Gruppe... So... Hm... Wow... Hm... Hm... Doch... Die ersten drei sind schon tot... Ja... Aber das... Meinte ich hier... Jetzt treffe ich mich auf der Seite... Hm... Na gut... Noch ein bis zwei von denen hatten... Na zwei... Zwei waren es... Immerhin... So... Hm... Hm... Na klar... Gut... Nächster Kampf geschafft... Und... Äh... Ich guck mal ganz kurz... Oh... Oh... Nicht mal mehr 50.000 Erfahrungspunkte... Haben wir da... Unsere Magierin auch die Level ab... Wieder hinbekommen... Ich sag ja immer... Mit dem Magier macht das Aufleveln immer irgendwie am meisten Spaß... Äh... Links oder rechts? Wir sind politisch direkt... Wir gehen nach links... Wir gehen nach links... Oh Gott... Oh Gott... Große Höhle... Schon wieder... So... Ach... Mann... Vor allem diese... Ähm... Ja... Ich nenne es einfach mal Billigkämpfe... Gerade die nerven halt immer... Exterminate... Einfach weil die Ausbeute halt... Entsprechend auch sehr gering ist... Oh... Okay... Da muss ich mal wieder die Munition auffüllen... Ah... Ja... Den Rest mache ich halt so schnell... So... Äh... Aha... Bist du da... Wo sind die... Da... Ja... Kriegst trotzdem weiterhin... Fear Bolts... An sich sind die ja taktisch ganz sinnvoll... Die Fear Bolts... Weil man damit halt... Gegnergruppen so ein bisschen auseinanderreißen kann... Aber... Äh... Ja... Kann halt auch ganz schön mal nerven... Wenn man dann... Ein Gegner hinterher rennen muss... So... Hier ist nichts... Lalalala... Das... Das sind große Höhlen... Oh man... Wenn ich... Schon sehe... Hier geht's überall... Also bis hier hinten geht's irgendwie noch lang... Hm... Ja gut... Oh... Zumindest scheint hier erstmal ne Sackgasse zu sein... Dann haben wir zumindest den einen Weg schon mal abgehandelt... Da... 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 Okay... Das ist eben auch so als wenn es da links auch noch lang geht... Aber... Hab ich mich geirrt... Moment... War das denn zu nett? Ja... Tatsache... Kann man hier irgendwas machen... Nö... Ach... Moment... Da lag auch noch irgendwas... Äh... Steine... Auf Garantie wieder Steine... Ja... Sag ich doch... Wird schon fast so ein Running Gag hier... Na aber zumindest mal Spike-Stones... Mal ein bisschen was anderes... Hm... Noch ein Skelett... Aber wenn hier Skelette liegen... Dann sollte ich mir eigentlich Sorgen machen... Pfff... Oh... Oh man... Ah... Okay... Gut... Oh Gott... Da geht es auch noch weiter... In dieser Richtung... Äh... Aber zumindest habe ich jetzt hier einen Weg geschlossen... Und irgendwo geht es jetzt hier nach Süden auch noch... Wo war das? Ah... Mensch... Hier... Nichts... Oh... Und unser Psyoniker ist schon bewusstlos geworden... Vom ganzen Laufen... Ach... Die Mageren ja auch... Wow... Ich bin besser jetzt... Äh... Ja... Aber hier für ein Schild... Ja... Ich fühle mich... Ja... Ich fühle mich... Ja... 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 Ich fühle mich... Ja... Ich fühle mich... Okay... Okay... Äh... Oh... Kann ich hier... Kann ich hier... Autsch... Ich glaube das war... Ein Gadget... Hm? Waste of time... Na gut... Nehmen wir einfach mit... Hm... 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 Sieht auch alles so gleich aus hier... Deswegen... Hm... Ist halt... Ein bisschen langweilig... Aber sowas gehört ja auch mal dazu... Stray item... Was... 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 Wo? Steine... Ne... Doch... Doch nicht... Na... Nicht sehr gut... Verdammt... Äh... Haha... Da ist der Chat... Was mir gerade auffällt... Ich hatte ja jetzt... In meinem letzten Stream... Und bei dem Podcast... Den wir auf Play gemacht haben... Oh... Okay... X-Ray ist sogar abgelaufen schon... Ähm... Da hatte ich ja... So eine Extrem-Frame-Drops... In beiden Streams... Und... Ja... Von denen habe ich jetzt... Heute noch gar nichts gemerkt... Also ich habe jetzt... Bisher nach... Ja... Über 3 Stunden... Genau... Null ausgelassene Frames... Das stimmt mich positiv... Obwohl die hier im Dorf... Tatsächlich... Äh... Ja... An mehreren Stellen mittlerweile bauen... Oh Gott... Elbmoment... Bin ich gerade einen falschen Weg gegangen? Oder bin ich versehentlich... Irgendwie wieder zurückgegangen? Ja... Eigentlich wollte ich... Hier doch weiter lang... Oh wow... Sogar Armor Plate und Magic Screen sind abgelaufen... Okay... Das habe ich so noch nicht gehabt... Außerhalb... Von der Rast natürlich... Äh... Ich such mir mal... Irgendeine... Hm... Ja gut... Sichere Stelle... Sicherer wird es jetzt nicht ganz einfach... Das ist schon ein gutes Zeichen dafür, dass ich ziemlich lange in den Höhlen hier unterwegs bin... So... Magic Screen... Armor Plate... Light... Du hattest nichts mehr... Nö... Du hast dann Detect Secrets noch... Und... Du hast dann X-Ray... Ja... Machen wir mal die Stufe... Enchant Blade... Und... Ach ne... Hier war das Missile Shield... So... Einmal speichern... Oh Gott... Okay... Also die Höhlen sind tatsächlich... Oh... Die Höhlen sind tatsächlich noch größer als ich gedacht hätte... Vor allem wenn ich mal gucke... Hier geht es jetzt... So... Hier geht es jetzt... Irgendwie noch nach oben... Dann ist hier noch ein Weg... Da ein Weg... Wahrscheinlich werden die sich da irgendwo treffen... Aber hier oben geht es dann ja auch irgendwie noch hin... Weil da ja Gegner sind... Hier geht es noch hoch... Da geht es lang... Da geht es lang... Hier sind insgesamt drei Wege... Hier sind noch... Ist noch ein Weg nach oben... Hier sind noch Wege... Die werden sich wahrscheinlich auch treffen da irgendwo... Hier ist noch ein Weg... Der sich wahrscheinlich mit dem dann verbinden wird... Ja... Das ist eine Menge... Ähm... Hm... Toll... Aber hier... Was haben wir hier? Hä? Ähm... Komisch... Kann es sein... Hm... Egal... Nicht... Nicht dass die hier jetzt sogar noch mehrere Ebenen haben... Spray Item... Weil... Da waren eben irgendwelche Kreaturen über oder unter mir... Oh... Holz? Ich wollte gerade sagen... Oh... 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 Dreh dich um... Oh... 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 Das scheint eine große Höhle hier einfach nur zu sein. Noch ein paar Pfeile. Und noch mal speichern. Ich will gar nicht wissen, was das für Gegner sind. Oh! Ach, oh, wow. Den habe ich jetzt gar nicht gesehen. Hi Hugo! Hallöchen! So, ja toll. Ich hätte laufen sollen, statt gehen. Ich hätte gehen sollen. So. Oh, was? Was war das denn eben? Ich habe jetzt kurz mal in Richtung Chat geguckt. Plötzlich war der Gegner weg. Okay. Na, wie geht's? Jo, mir geht's gut. Mir geht's gut. Wie immer eigentlich. Ja, okay. Und das waren... Oh, Black Slimes. Gegen die haben wir, glaube ich, noch nicht gekämpft. Das Blinding Clow, Train Stamina, Nausea. Ja, gut. Mal schauen, wie die sich gegen uns schlagen. Ah, da sehe ich doch schon was. Äh, ja gut. Ich hole mir erst mal die Slimes und dann sammle ich das ein. So. Prüfungsstress, okay. Ah. Ja gut, aber Prüfungen sind irgendwann vorbei und dann hat man ja was davon. Dann ist es ja was Positives. Aber dann würde ich dir schon mal viel Erfolg dabei. Ah, ich muss doch noch ein Stück gehen. Verdammt. Hm, 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 hm. Da kommt. Ach, da hinten kommen schon die nächsten. Wow. Oh, ich glaube, da kämpfen ja zwei Gegnergruppen noch gegeneinander. Einmal so eine Schleime wieder. Zwei Stück. Also ich glaube, zwei sind es gewesen. Die halt im Moment noch nicht als Gegner erkannt werden. Deswegen greifen sie die andere Gruppe an, die schon als Gegner erkannt wurde. Oh, sieben Stück auf einmal. Was sind denn das für Prüfungen? Abi oder? Ne, Ausbildung kann ich mir nicht vorstellen, dass es da sieben Prüfungen sind. Oder Schule? Ja, Schule könnte noch sein. Ich weiß jetzt gar nicht, wie alt du bist. Hab's ja zumindest gerade nicht im Kopf. Aber ich glaube, ne, Schule war es bei dir nicht. Bin ich mir ziemlich sicher. Ach, Weiterbildung. Ah, okay. Ja gut. Stimmt, an sowas hab ich jetzt nicht gedacht. Ja, wie gesagt, viel Erfolg. Ja, 33. Ich wollte gerade sagen, du warst schon ein bisschen älter. Also zumindest ein bisschen älter als so ein Schüler halt. So war mir nämlich auch noch. Ah, na. Och, komm. Achso, da ist der. Ne, Moment, das ist ein anderer. Hm. Man kann nicht das Item, was hier liegt, wo komme ich da ran von dir aus? Wo sind sie überhaupt? Ich seh da nichts. Hm, na egal. Und ich bin schon wieder gegangen, statt zu laufen, ne? Ja. Och, nö. Ich wollte... Hm, na egal. Was? Wie sind die jetzt erblindet gerade? Hä? Macht jetzt keinen Sinn, irgendwie. Na egal. Waffensachkundeprüfung, Dreiprüfung, schriftlich, mündlich und praktisch und Fahrschule. Ah, okay. Oh, das klingt nach einer Menge. Auf jeden Fall. Ah, dann hast du es wenigstens hinter dir. Hoffentlich. Also, wenn du die Prüfung soweit bestehst, natürlich. Ah, davon geh ich mal aus. Ach, ernsthaft, Leute. Lauf doch nicht alle weg. Oh. Die Waffe schießt schon dreimal mittlerweile. Sehr schön. Ja, kein Wunder, dass die Munition dann immer so schnell leer ist. Genau. Dann kannst du ja nochmal in Ruhe gucken, wie das dann mit Germanfighter geht. Ob du dann halt wieder ein bisschen mehr Zeit dafür hast. Beziehungsweise ob du dann halt überhaupt Zeit dafür hast, so. Privatliegen. Oh, Moment. Ah, ich glaube die sind über mir, oder? Hm, egal. Privatliegen geht ja generell erstmal vor. So. Ah, ne, ich schieße mal direkt. Also habe ich vielleicht die Chance, ja, ihn vorher noch zu erwischen. Oh, reicht das? Ja, es reicht für das Level ab. Cool. So, ähm, erst mal die Sachen hier schnell einsorgen. Oh Gott. Die Gegner machen mir echt Sorgen. Die sind aber wieder, äh, ja, über mir irgendwo scheinbar. So, und hier lag doch jetzt irgendwo noch ein Gegenstand. Hä? Ne, ne, bei der Insel war das da irgendwo. Da. Äh. Der ist auch über mir, oder unter mir halt, je nachdem. Toll. Oh, 15 Jahre, ja gut, okay. Das ist absolut verständlich dann. Da hat man dann irgendwann definitiv keinen Bock mehr drauf. Ja, aber finde ich gut, wenn, wenn Leute sich dann halt auch wirklich, äh, achso, Moment, Level ab. Äh, wenn, wenn Leute sich dann auch wirklich bemühen, daraus zu kommen. So, jetzt gibt es den nächsten Expert Skill. Snakespeed. Äh, und was machst du als nächstes? Vitali- Ja doch, Vitalität. Äh, äh, so, und, äh, bop, 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 pietät, ja. Eigentlich hätte ich pietät mal noch hochtreiben sollen, aber egal. So, was nimmst du Blizzard? Blizzard ist gar kaum, hä? Web könntest du machen. Ja doch, ich nehme Blizzard. So, Powercast hochtreiben, Snakespeed, was genau macht Snakespeed, äh, achso, ja, einfach Initiative erhöhen, ist immer gut. So, und, äh, welchen Wert, ja, bei ihr wollte ich ja mal den niedrigsten Wert hochtreiben, also, dass sie da schön ausgeglichen ist. Achso, ja, äh, ich mein, gerade was, was, äh, Weiterbildung und so angeht, da stellen die sich tatsächlich gerne mal quer, beziehungsweise, ähm, machen einem da das Leben so ein bisschen schwer. Äh, ja, okay, komischer Schatz hier, zweimal Lederstiefel, na, Dolch, und was haben wir noch, ach, nee, Wurfmesser sind das, ja, und natürlich Steine. Steine müssen irgendwie immer dabei sein, gefühlt. So, hier haben wir zumindest mal eine Sackgasse. Oh, Moment, der Felsen sagt komisch aus, okay. Äh, ach, Mann, muss ich doch auf der Seite lang, ähm, dann hier lang. Oh, wow. Oh, oh Gott, die Gegner massen da. Ja, und die sind auch wieder irgendwo anders. Wer bin ich denn mittlerweile? Okay. Das ist eine seltsame Höhle hier gerade. Okay. Da ist eine Flasche und verschlossen ja. Natürlich. Was jetzt? Ich höre dich! Ähm, was genau wird das für eine Weiterbildung? Book of Relics. Oh, okay. Was haben wir hier noch? Na gut, der Rest ist jetzt... Obwohl, der Rundschild könnte noch interessant sein. Book of Relics. Divine Psionic. Identify Item, ja gut. Haben sie beide schon. Ah, aber... Hier vielleicht? Ja, cool. Ähm, und... Ach, dann kannst du ja auch gleich mal... Schade. Gut, du probierst auch mal. Oh! Brimstone Shield. Shield plus 10... Und, ne... Das hatte ich, glaube ich, sogar schon mal. Das Ding. Äh... Ach, das ist ne Sackgasse? Wow. Ich seh hier in der Höhle so irgendwie gar nicht mehr durch. Aber egal. Oh Gott, langer Text. Moment. Und... Ach so. Ah, okay. Ja, das... Wegen... Wegen dem, äh... Wegen der... Was war das? Wach... Waffensachkunde. Da habe ich mir sowas in diese Richtung schon gedacht. Also... Äh... Das andere, was mir noch eingefallen wäre, wäre Soldat. Aber, äh... Das läuft dann ja... Nicht übers Arbeitsamt, sondern das macht die Bundeswehr dann ja selber. Also, die lassen sich da ja von, von... Ich sag mal, vom restlichen Staat nicht ins Handwerk pfuschen, was sowas angeht. Oder war zumindest früher so. Also, ich glaube auch nicht, dass sich da jetzt großartig was dran geändert hat. Ist bei mir ja... Also, Bundeswehrzeit ist bei mir ja... Schon ein paar Jährchen her. So, ist hier irgendwie noch eine Höhle? Nö. Ah, aha... Hm. Oh, dann scheint hier aber sonst nichts weiter zu sein. Ja gut. Ähm... Na doch, theoretisch könntest du tatsächlich noch zum Bund kommen mit 33. Aber... Ist sehr schwer. Also, wenn... Wenn du halt, äh... Soweit körperlich fit bist... Dann sollte das theoretisch noch funktionieren. Weil... Gerade jetzt im Moment suchen die ja... Naja, mehr oder weniger händeringend. Die sind da ja nicht... Besonders gut aufgestellt im Moment. Seit... Im Grunde schon seit die... Die Wehrpflicht weggefallen ist. Nein? Ah, hier. Ich fühle mich viel besser. Ich höre dich. Ich wollte mal, äh... Ein bisschen... Die Stamina wieder herstellen. So. Schön. So. Und ich glaube, hier bin ich noch nicht lang gegangen, oder? Wo bin ich denn schon wieder? Da. Ja gut, das ist jetzt aufgedeckt, aber ich bin ja unten schon mal lang. Ah, T2. Ja gut, also mit T2 würdest du... Hättest du auf alle Fälle gute Chancen noch. Sagen wir es mal so. So. Ja, aber... Ob man dann, äh... Bei der Bundeswehr... Dienen möchte, ist dann immer so eine andere Sache. Also... Ich hab's damals, äh... Zumindest als ich angefangen habe... Ähm, da war's ja noch Wehrpflicht. Und, und... Ich bin... Sagen wir mal... Nicht besonders begeistert gewesen davon. So, äh... Packen wir das mal auch hier hin. Ähm, aber ich... Ich hab mich da irgendwann dran gewöhnt, und... So... Unterm Strich war's ne interessante Erfahrung. Das muss man ja sagen. Aber ich... Ich würd's heutzutage zum Beispiel auch nicht mehr machen wollen. Aber man... So ist's ja nicht. Jetzt ist das moralisch mal beiseite gelassen. Das ist dann eh noch ein bisschen was anderes. Ah, zwölf Jahre Soldatlaufzeit, oder? Okay. Ja gut, an die Zeit bin ich definitiv nicht rangekommen. Bei mir war's halt wirklich nur Grundwehrdienst. So. Ich musste erst mal was trinken, Entschuldigung. Obwohl ich damals eigentlich, ähm... Am Ende... Tatsächlich entschieden hab... Oder... Eig... Eigentlich entschieden hatte, länger zu machen. Ähm... Allerdings... Ist da organisatorisch was schief gegangen. Und deswegen... Ist plötzlich die Frist... Abgelaufen, ohne dass die einen Antrag von mir bekommen hatten. Da hab ich dann auch gelernt, ich sollte mich nicht auf... Auf Vorgesetze verlassen, sondern sowas dann selber in die Hand nehmen. Naja... Ähm... So... So... Ach mach's... Machst du nochmal das Ding... Ach... 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 Du kannst ja auch auf den TS kommen. So... Oh... Moment... Und... Ähm... Ja... Und da können wir uns trotzdem hinsetzen und quatschen. So ist es ja jetzt nicht. So... Ich wollte grad sagen... Da fehlte doch noch ein Gegner, ne? Ja... Da kommt er doch. Und die Kugel bleibt sogar bestehen. Cool. Na komm mal her. So... Uff... Okay... Das war's. Wow... Wie gesagt... Also daran wird's dann nicht scheitern. Aber... Ich wollte grad sagen... Dann wahrscheinlich erst irgendwann nächste Woche. Vorher. Wird's höchstwahrscheinlich nicht gehen. Aber ich freu mich schon auf die Speedcon. Da sind ein paar sehr schöne Spiele dabei. Vor allem äh... Es ist zwar Zufall gewesen, aber ich hab sogar einen Einstiegsrun. Lustigerweise beim RPG Limit Break, also beim nächsten Event danach, hab ich auch wieder einen Einstiegsrun. Und beides ist zufällig. Also... Ich mein, für viele ist das ja immer so ein Prestige-Ding. Den Anfang zu haben bei so einem Event. Ähm... Ja... Mir... Mir ist es eigentlich immer relativ egal. Aber... Die beiden Spiele, die ich da kommentiere, sind halt morgen einmal Wonderboy. Ab 15 Uhr. Und... Technisch gesehen bin ich davon ja sogar selber Speedrunner. Ich hab's halt während der 12 Stunden Challenge damals gemacht. Oh, noch Morax. Gegen den haben wir doch schonmal gekämpft. Ähm... Ja und beim RPG Limit Break... Da hatten... Da hatten Yuki und ich uns schon geeinigt, als wir die Submissions gesehen haben. Falls... Final Fantasy Type Zero reinkommt, dass wir das dann gemeinsam kommentieren. Ja... Das kam rein und das ist der Einstiegsrun. Aber generell sind äh, bei der Speedcon jetzt, also ab morgen, ein paar richtig schöne Spiele dabei. Ich freu mich zum Beispiel auf Demon's Crest schon richtig. Ähm... Da hab ich... Da hab ich... Das hatte ich... Äh... Beim... Ich glaube beim BLR war es letztes Jahr. Also Ende letzten Jahres. Hatte ich das schonmal kommentiert. Und hab da wirklich sehr viele Notes. Also auch für meine Verhältnisse. Ich... Bei mir ist es ja aber so, entweder mach ich wirklich ganz wenige Notes und dann krieg ich das so irgendwie hin. Oder ich mach sehr viele Notes. Also so inzwischen, den gibt es bei mir irgendwie immer nicht. Und das war eins von den Spielen, bei denen ich äh, wirklich sehr viele Notes dann gemacht habe. Na? Ich will das Schild hier lesen. Oh... Dann halt nicht. Und ähm... Ach... Moment... Jetzt bin ich wieder... Oder? Ne... Moment... Das ist eine andere. Oder? Autsch... Oder doch nicht? Oh... War auch gut. Ähm... Ne, bei Demon's Crest hatte ich dann halt sehr viele Notes gemacht. Und das zeigt Zartox jetzt beim... Bei der Speedcon. Und da hab ich mich natürlich auch sofort eingetragen. Einerseits weil ich halt das Vorwissen hab. Und andererseits weil ich das Spiel halt wirklich mag. Und da hatte ich mich gestern... Oder gestern? Ja doch, gestern war das. Äh... Hatte ich mich mit Zartox da gerade zusammengesetzt. Äh... Also zusammengesetzt in Anführungsstrichen. Wir hatten halt kurz... Geschrieben. Okay. Da kommt man scheinbar nicht hoch. Äh... Nicht rüber. Ne und äh... Ja da hatten Zartox und ich dann kurz geschrieben. Ich hab ihm halt auch die Notes mal gezeigt. Weil ich selber nicht mehr wusste ob das Any% oder 100% war. Ja und er hat bestätigt das ist 100% gewesen die Notes. Also genau die Kategorie die auch bei der Speedcon jetzt kommen wird. Äh... Weil da Dinge anders gemacht worden sind als ich mir das notiert hatte vorher. Aber das hat das dann auch erklärt warum. Warum da so viel anders war. Ich fühle mich viel besser. Äh... Oh... Oh... Oh Gott. Hä? Achso hier, ja. Okay. So... Oh Gott. Ich will diese Höhlen jetzt hier irgendwie endlich beenden. So das Problem ist jetzt nur... Ähm... Ja doch hier... Hier bin ich glaube ich vorher auch blank. Das Problem ist jetzt nur jetzt äh... Kann es schnell passieren dass ich mich nochmal verlaufe hier irgendwo. Ich tue jetzt einfach mal so als wenn ich genau wüsste wo ich hier lang renne. Wenn das genau der richtige Weg ist. Lala... Ja ich bin mir ganz sicher. Ja... Oh... Oh... Oh hi... Ich glaube ich bin tatsächlich auf dem richtigen Weg gerade. Also äh... Richtig weiß ich jetzt nicht aber auf dem Weg... den ich mir als nächstes vorgenommen habe. I hear you. So... Nochmal... Hier so ein bisschen Rest All machen. Ihr könnt eigentlich auch mal... Hier... Genau... Hier nochmal ein bisschen heilen. So... Speichern... Karte... Wo bin ich? Da oben bin ich. So bin ich jetzt gleich wieder in der Abzweigung links. War glaube ich die eine... Äh... Oh... Oh hi... War zumindest mal wieder Gegner. Äh... Ne ich wollte gerade sagen links war glaube ich... Der eine Abgrund mit... Äh... Mit den Seilen... Und rechts war der Abgrund ohne Seil. Weil glaube ich gerade reingefallen bin. Ah... Ach hier... Mach Psyonic Fire... Ey... Du... Machst du... Pfff... 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 Flerermäuse hinzu... Das sind jetzt... Äh... 16 Stück... Hm... Nicht schön... Ach... Ich hätte mal mit... Äh... Mit dem Psyoniker doch wieder... Äh... Wie heißt es... Ähm... Obwohl, die behindern sich da gegenseitig. Das heißt, die stehen jetzt alle schön in diesem Kegel drin, bis auf die eine hier. Und da gibt es doch schon die ersten Opfer. Einmal eine Atronic Fire und was hattest du? Ja. Ach, das machst du jetzt einfach nur um euch zu ärgern. Magic Missile, weil das so schön laut ist. Ah, kommt alle her. Nächster Tod. Nulli Sekundus! 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 Zwölf. Komm. Ja, okay. Reicht. Gut. Wow, aber gar ordentlich Erfahrungspunkte. Ja, ja, ja. So. Dann gibt es mal wieder ein paar Level-Ups. Oh, ja, stimmt. Power-Strike und... Ach, zwei Punkte hat er noch. Speed. Ah, ja. Vitalitätsmäßig hat er eigentlich bisher keine großen Probleme gehabt. Moment, was genau macht Power-Strike nochmal? Ach so, ja. Ach so, ja, genau. Erhöht einfach die Treffer-Chance. Und wahrscheinlich auch die Stärke, aber das steht da jetzt nicht. Schild noch ein bisschen erhöhen. Bei ihm hatte ich ja bisher immer das Problem, wusste halt nicht mehr, was ich bei ihm noch steigern soll. Hm. So. Ich glaube, ab dem nächsten Level ab ist er schon... Moment, ich gucke nochmal. Äh... Ne, hier. Genau, ab dem nächsten Level ab hat er dann auch den nächsten Expert-Skill und dann weiß ich wieder ganz genau, was ich mit ihm steigern soll. Zumindest, solange ich das Schild auch noch steigern kann dann. So. Das hoch. Vitalität hoch. Äh... Aha. Locks & Traps hoch. Und ganz wichtig, Engineering. Das ist nämlich immer noch viel zu niedrig, irgendwie. Und Schwerter. So. Und dann mal kurz gucken. Welcher ist das jetzt? MK8. Kam was dazu? KO Attachment. Oder? War das vorher schon? Ja doch, das war vorher schon. Ne, kam nichts dazu. Ich weiß auch nicht mehr. Ich glaube, vorher hatte er eh schon die MK8. Also... Hat sich an der Waffe nichts geändert. Also mal kurz zur Erklärung für die Leute, die es nicht mitbekommen haben. Der Engineer, der hat am Anfang halt eine Waffe. Und... Autsch. Ich stand... Moment. Ja, ich stand wirklich genau vor dieser... Äh, vor diesem Abgrund. Wow. Äh, ne, der Engineer hat am Anfang des Spiels eine Waffe, die ist zu dem Zeitpunkt ziemlich am Mist. Und tatsächlich habe ich, als ich das Spiel damals das erste Mal gespielt habe, das weiß ich noch, äh, hatte ich die Waffe dann auch ganz schnell weggeschmissen. Beziehungsweise ganz schnell verkauft. Ich habe dann viel später gelesen, die Waffe wird besser, je höher sein Engineering Skill ist. Beziehungsweise sein Level und sein Engineering Skill. Oder nur sein Level? Ich weiß jetzt nicht mehr genau. Auf alle Fälle wird es besser. Einfach laufe das Spiel zum Bubbe nicht. Hä? Ach, da. Da unten. Und, ähm, ja. Ich habe damals halt so die vielleicht beste Schusswaffe des Spiels weggeschmissen. Weil sie da halt noch nicht gut war. Aber, aus sowas lernt man. Und sowas vergisst man dann lustigerweise auch nicht mehr. So, hier mal lang. Weil ich glaube, hier komme ich jetzt auf die andere Seite dieser, dieser Abgrundes. Ah. So. Woher hier schön ist. X-Ray ist abgelaufen. Ring Pro Frost. Okay. Ring Pro Magic hatten wir schonmal. Ähm. Ah, okay. Der erhöht halt einfach nur gegen Wasser. Ja gut, hätte ich mir jetzt eigentlich auch denken können. So. X-Ray neu sprechen. So. Und hier ist noch jemand. Na, ist hier was? Nö. Und? Ne. Hier ist noch kein Abgrund. Hier scheint... Oh, da geht's ja doch noch weiter. Moment. Da ging's doch auch rechts noch lang. Aber wo bin ich? Da. Dann gehe ich nämlich erstmal... Also von hier aus gesehen jetzt natürlich links. So. Jetzt ist nämlich hier der Weg auch zu... Ja genau, hier. Hier war nämlich dieser Abgrund. So, 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 so. Oh Gott. Diese Höhle. Gehen wir erstmal hier unten lang, weil... Ich glaube, hier schließt sich gleich wieder ein Weg. Ah, na gut. Ein kleines Stück noch. Hier nochmal gucken. Ist hier irgendwas? Nö. Gut. Dann den ganzen Weg wieder zurück. Und hier nach links. Sogar nach Westen, so. Ich sag jetzt... Ich... Ich... Nenne jetzt mal die Himmelsrichtung wieder. Sonst wird das ab und zu ein bisschen verwirrend. Nein. Äh... Ich will dich auswählen. Oh, wow. Na gut. So. Hier geht es jetzt nämlich auch noch lang. Moment, ich will mal was gucken. Da ist halt noch irgendwo was. Dort ist irgendwie auch nicht alles aufgedeckt, aber... in dem Gebiet hier oben sehe ich sowieso nicht durch, weil es da halt mehrere Ebenen noch gibt. Hm. Oh. Das ist eine Sackgasse. Okay. Ah. Ah. Ein Trapp. Ein Trapp. Ich kann... Ich kann das so gar nicht aussprechen, wie... die das ausspricht. Hm. 110. Äh, stimmt. Ich hab ja beim Level Up das eben auch gesteigert. So. Das war Poison... Ne. Alarm? Ja. Alarm war das. So. Pup, 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 pup. Oh. Wir haben BH gefunden. Ne. Hahaha. Gut, da war... Da war jetzt nichts drin, was jetzt... großartig Bedeutung für mich gehabt hätte. So. Dann haben wir zumindest den Bereich hier schon mal abgeschlossen. Eigentlich... Äh... Ich überlege gerade... Hier, diese Höhle, da will ich nochmal rein. Muss ich jetzt... Hm. Einfach erstmal geradeaus und an der T-Kreuzung dann nach links. Also geradeaus im Sinne von dem Weg folgen. So. Alle Abzweigungen ignorieren. Äh... Oh Gott. Wo... Wo war jetzt nochmal die... Ja. Und... Ich hoffe mal, dass sie jetzt nicht blindlings da rein rennen. Hi Tsunami. Hallöchen. So. Äh... Ja. Ne. Moment. Bin ich jetzt doch irgendwie falsch gelaufen? Ne. Nö, nö. Aber ich habe gerade gesehen, hier geht es irgendwie auch nochmal nach Süden. Also erstmal hier lang. So. Und hier scheint sich jetzt wieder ein Weg zu schließen. Aber Moment. Hier langsam lang gehen. Könnte ja überall was versteckt sein. So. Hab ich... Oh. Hoppla. Äh... Ja. Das habe ich jetzt abgeschlossen. Also... Ja. Hier lang. So. Wusste ihm selber gerade nicht, was ich sagen wollte. Egal. Mann. Nimmt das hier irgendwo irgendwann mal ein Ende? Oh. Moment. Da liegt was. Oh. Okay. Instrumente kann ich zwar... Ja, ja, ja. Kann ich zwar generell erstmal... Oh. Ja, ja, ja. Schnell aufsammeln. So. Ähm. Ja. Instrumente kann ich halt im Moment sowieso nicht benutzen und werde ich halt. Ist wahrscheinlich auch nicht. Ich könnte theoretisch dann irgendwann mal einen Klassenwechsel machen, aber... Nö. Mir gefällt der Gadget hier einfach besser. Gagget hier und Baden zu haben ist halt sinnlos. Also... Na ja, gut sinnlos jetzt nicht unbedingt, aber es gibt besseres. Ne und deswegen werde ich halt Instrumente nicht benutzen. Und... Oh. Oh cool. Ja, ja. Oh, gleich wieder Mythologie hoch. Heißt das hier schon wieder irgendwo ein Gegner? Ne, deswegen werde ich halt Instrumente nicht benutzen. Aber ich kann sie halt verkaufen. So. Du du du. Hier. Und was steigere ich mit dir als nächstes? Vitalität. Ja. Macht wahrscheinlich Sinn. So. Das hoch. Das hoch. Und... Äh, was hatte ich mit ihm sonst immer noch gesteigert? Ach hier. Ja, Artefacts. Das... Das einzige was... Ansatzweise noch irgendwie Sinn macht. Ach so. Äh... Da haben wir noch den schönen... Das schöne Level Up hier mit ihm. Äh... Geschwindigkeit... Und... Äh... Pietät. Ja. Vielleicht ein paar mehr... Magiepunkte. So. Was nehmen wir? Chameleon... Slow... Prismatic Ray... Hm. Ja doch. Oder... Was macht der? Ah der ist halt nicht besonders stark. Hey, ich nehme Prismatic Ray. So. Dann hier die beiden... Skills einmal erhöhen und... Bup, 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 bup. Äh... Hm. Na, nehmen wir Feuer. Genau. Wir haben ja gerade einen neuen Feuerzauber bekommen. Also... Macht's da wahrscheinlich am meisten Sinn. So. Äh... Hahahaha. Wo wollte ich jetzt lang? Ich guck grad... Ja genau. In die Richtung, in die ich gucke, wollte ich jetzt. Weil da scheint sich auch gleich wieder einen Weg zu schließen. Also so langsam machen wir hier Fortschritt in der Höhle. Oh, irgendwie. Ach da. So. Hopp. Ich kann mich an diese Höhle hier auch irgendwie gar nicht mehr erinnern. So. Ich meine, ich werde die damals sicherlich gemacht haben. Oder zumindest das, was ich machen musste, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Aber wie gesagt, ich hab halt absolut keine Erinnerung mehr daran. Endmoment. Hm. Okay. Ich bin grad ein... Oh Gott. Oh Gott. Oh, da sind schon wieder so viele Gegner. Ich bin grad ein bisschen verwirrt gewesen, weil... Ich dachte eigentlich, dass ich hier jetzt... Ah, ja gut. Hier. Ach man. Der geht immer automatisch dann, wenn ich in der Nähe bin, auf diese Position. Dass... Dass ich... Dass hier halt durchgeht. Aber... Offenbar nicht. So. Äh... Gegner? Ja, ja, ja. Das war übrigens R... RFS Variante von... Ja, das sind leichte Gegner. So nebenbei mal. Wizard... Nee, ich... Ich nehm klassischen Feuerball. Ich weiß halt nicht, was ich... Wann die dran sind. Und... Nicht, dass ich dann umzingelt bin. Da sind Feuerball dann definitiv besser. So. Du machst aber... Äh... Hä? Ach Quatsch. Äh... Hier. Dich für dich eigentlich. Du machst Pseionic Blast. Diesmal gleich von Anfang an. Hm. Ja. Einfach die Flair-Mäuse. Und du machst dann... Was machst du? Oh. Oh. Ah man... Ihr fehlt immer noch irgendwie so'n... So'n schöner... Umgebungszauber. Sowas wie Feuerball halt. So. Lalalalala... Da kommt mal alle noch ein bisschen dichter. Schönen Reichweite. Also vor allem von... Von meiner Klerikerin. Ultraharmone. Lumbokoari. 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 Ja. Eigentlich ständig. Ich geb's ja zu. So. Nee. Auf Stufe 1 lohnt sich der jetzt nicht mehr. Äh... Machen wir wohl irgendwie. So. Und du machst... Moment. Du machst nochmal auf Pseionic Blast. Aber diesmal auf... Äh... Moment. Nee. Doch. Wieder auf die. So. Okay. Okay. Das ging jetzt... Überraschend schnell. So. Aha. Gut. Hier... Könnte es jetzt... Sich mit dem unteren Gang verbinden. Deswegen ignoriere ich das einfach mal. Erstmal zumindest. Ja. Ja. Das sieht gut aus. Ja. Endlich. So. Das heißt nämlich auch, dass ich jetzt hier nicht ewig noch rumrennen. Also außen rumrennen muss, um den Weg da aufzudecken. Sondern dann hab ich das hier schon mal. So. Hier lang. Hopp. 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 Ich hätte ja gesagt, so viel kann es hier an der Stelle nicht mehr geben, aber... Offenbar schon. Okay. Aber hier scheint zumindest gleich Schluss zu sein. Obwohl... Hm. Ich will es nicht beschwören. So. Steine? Ja. Steine. Alles, was ich nicht auf dem ersten Blick sehe, müssen Steine sein. In dem Spiel. Oh. Ja. Und? Oh. Ach da. Stray item. Weg geht da. Ach man. Nun. Lass mich das auch erstmal aufheben hier. Äh. So. Das Problem ist nämlich immer, wenn ich hier Sachen aufhebe, bin ich immer so ein bisschen abgelenkt. Und dann kann es passieren, dass sich Gegner quasi ranschleichen. So. Und da sind ja auch Gegner gar nicht so weit entfernt gewesen. Ah. Hi. Absolut geheime Wand. Oh. Oh. Was bist du? Eine Mumie. Achso. Ja gut. Haben wir ja schon ein paar Mal gehabt. Na komm her. Ich glaube das ist wieder so ein... Wie hieß das Viech? So ein Scythe Ding? Äh. Ja. Achso. Mensch. Ich hab doch schon aufgedruckt. Na egal. Oder ne. Bleib bei Mumia. Okay. Bei Mumia. Bei Mumia. Ach der ruft jetzt auch nach seiner Mumia. Hahaha. Ich... Ich sollte sowas sein lassen. So. Okay. Mami Dust. Äh. Davon haben wir mittlerweile auch schon ein paar. So. Und was hast du hier schönes bewacht? Eine Schatztroh. Ach. Ach. Du hast eine Trap. Ich höre dich. So. Du machst einmal Divine Trap wieder rauf. Das ist immer eine schöne Möglichkeit. Ähm. Die... Die... Was war das Mental? Ich glaube Mental Magic bei ihr zu erhöhen. So. Ah. Was ist das? Catapult. Ne. Rune of Fire. Auch nicht. Stunner. Ja. Stunner. Im Falle ist es. Okay. Ring of the Road. Ja. Den habe ich doch blöderweise das eine Mal gekauft. Bei Bela war das. Also bei diesem Dämon da oben vor der Ascension Peak. Habe aber nicht darauf geachtet, dass der nur vom Baden getragen werden kann. Oh. Valentine's Neck. Necklace meine ich. Kommunikation plus 15. Hm. Äh. Blunder. Achso. Ja. Blunderbuss. Ja. Eine Waffe. Ja. Alles was so Modern Weapon ist, kann ich halt nicht wirklich gebrauchen. Weil der einzige mit Modern Weapon ist halt mein Gadget hier. Und der hat seine... MK... MK8 war es ja im Moment. Stray item. Oh. Da liegt doch noch was. So. Machen wir mal ein paar Höhlen-Spinnen platt machen. Ähm. Machst du... Feuerball? Ne. Ach du machst jetzt mal einen Blizzard. Okay. Was? Achso. Ahja. Das ist ja so konusförmig. Man hat das eben nur nicht gesehen, weil... Moment. Ich zeig's gleich. Äh. Hier. Weil der im Boden drin steckt. Das macht halt keinen Unterschied. Es gibt halt wirklich nur die Richtung an. Äh. Psionic. Ja. Obwohl doch. Psionic Blast. Oh. Gleich. Höchster Stufe. Jetzt hoffe ich, dass der nicht fehlschlägt. Bzw. Vor allem, dass der nicht zurückfeuert. Sollte vielleicht auch Deutsch reden. Das kann ganz böse enden. Das hat er nicht. Gut. Na. Komm. Tötet die bitte noch. Bevor die jetzt wieder flieht. Hm. Obwohl. Äh. Ich mach einfach mal. Feuerball. So. Wenn ich den hierhin mache, dürfte die selbst wenn sie jetzt fliegen würde, auch noch getroffen werden. Hoffe ich zumindest mal. Achja. Ist zwar nur auch Stufe 1, aber egal. Ah. Und du machst. Wep. Jo. Warum nicht? So. Ah. Toll. Jetzt fliegt die in die Richtung. Hm. Gut. Damit hatte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gerechnet, dass sie hier lagen. fliegt. Hätte ich aber eigentlich dran denken müssen. Naja. Komm. Nulli Sekundus! Gut. Die ist weg. Äh. Ja. Dasselbe nochmal. Irgendwie hat meine Klerikerin eben auch in die, ja in Anführungsstrichen falsche Richtung geschossen. Wird er nicht geschossen, aber... Äh. Ja. Toll. Achso. Er hat ja hier sein Cyanic Fire auch noch. Nehmen wir das. So. Und. Du machst jetzt Wep in diese Richtung. Äh. Nein, 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 nein. Moment. So. Jetzt geht er in die Richtung. Okay. Die eine ist sogar, äh. Verrückt. Genau. Insane? Ja, Insane. Genau. Ja, ich bin Nahkampfreichweite. Das passt. Duf, duf. Toll. Wie viel habe ich jetzt erwischt damit? Äh. Ach, drei. Ja, gut. Das geht noch. So. Und da ist noch irgendwo eine. Oder ein Gegner zumindest. Ich... Hä? Wo denn? Ach, da. Äh. Äh. Ich weiß jetzt nicht, wo die gerade hinrennen wollte. Oh, ne. Jetzt ist sie auch noch ängstlich. Äh. Wahrscheinlich zu den Gegnern, die dort noch sind. Die ist ja verrückt geworden. Deswegen wird sie halt ihre eigenen Leute unter Umständen angreifen. Ich glaube, das hatte sie auch gerade vor. Komm. Eintreffen irgendwie noch. Ja. Geht doch. So. Oh Gott. Äh. Jetzt muss ich kurz gucken, dass ich jetzt in die falsche Richtung renne. So. Schließt sich jetzt hier wieder ein Weg? Scheinbar schon. Und hier ist noch ein Buch. Äh. Oh. Nicht identifiziert. Äh. Was? Er kann das? Moment. Äh. Haha. Oh. Noch ein Book of Return. Okay. Äh. Ihr habt das alles schon? Moment. Nee, nee, nee. Er kann es nicht lernen. Haha. Äh. Weil... Mönche können eigentlich ab einem bestimmten Zeitpunkt ein bisschen Magie lernen. Aber äh. äh. Der NPC, das ist halt quasi ein besonderer Mönch. Wenn er zugeht. Okay. Und... Ja. Der kriegt das nicht gelernt. Lightning Bowls. Oh. Immerhin. Aber... Ihr könnt das lernen noch. Hm. Hm. Habe ich nachher hier fünf Charaktere, die Portale machen können? Ach Quatsch. Äh. 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 Okay. Gut. Noch können sie es nicht lernen, die beiden. Obwohl, Moment. Ich probiere es mal bei ihr aus. Nicht, dass ich jetzt immer davon ausgehe, dass sie... Dass wir eine von denen nicht lernen kann. Ne. Okay. So, aha, aha, nee, da bin ich noch nicht ganz fertig, denn hier, so, einmal hier lang gehen, einmal kurz hier lang gehen, so, und ich, genau, so, jetzt ist hier nämlich tatsächlich alles aufgedeckt, oder? Ah, da oben so eine kleine Kante, aber das ist in dieser großen Höhle. Gut, das heißt, wow, ich bin mit der eigentlichen Höhle, also mit dem ganzen Teil hier auf alle Fälle fertig. Hier sind noch Gänge, da sind noch Gänge, da oben geht es noch lang, also hier ist scheinbar noch irgendwie was. Wie komme ich jetzt am besten? Okay, dem Weg folgen, an der T-Kreuzung, äh, nach rechts und dann gleich wieder nach links und wieder nach rechts und, naja, gut, gucke ich dann gleich nochmal nach. So, ich will hier nicht wieder runterfallen. Es muss doch möglich sein, hier an den Seil ranzugehen direkt, scheinbar nicht. Na gut. Alles klar, Hugo, dann schlaf gut, wenn auch nicht mehr allzu lange, wie es aussieht, aber schlaf gut und, ja, vielleicht bis zum nächsten Mal. Was? Erstmal gibt es eine Hühnerparty? Okay. Achso, ah ja, okay, jetzt weiß ich, was du meinst. Oh nein, ich habe es noch gesehen, ich konnte trotzdem nicht mehr bremsen. Verdammt, hier, so komme ich hier ja gar nicht lang. Äh, haha, haha, wie komme ich am blödesten da jetzt hin? Nein! Verdammt, hier war ja auch ein Abgrund. Oh Gott. Oh mein Gott, okay, ähm, ich glaube, ich muss Hugo mal bannen. Nein, muss ich natürlich nicht. Oh, hast eine ordentliche Auswahl, auf jeden Fall. Nein, nein, nein. Achso, okay. Oh, ich dachte gerade wieder. Fertig. So, äh, Moment, bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Nee, nee, bin ich nicht, okay. Ich finde diese Höhlen extrem verwirrend. So, aber irgendwo, oh, Hilfe. Irgendwo hier muss es doch jetzt hoffentlich... Jetzt bin ich hier oben, verdammt. Ähm, ja gut, dann gehe ich jetzt einfach hier lang. Ich hätte mich vielleicht doch einfach in den Abgrund da fallen lassen sollen. Und dann wäre ich einfach den langen Blick außen rumgegangen. So, einmal kurz speichern zwischendurch. Ich fühle mich viel besser. Ich bin derartig. Das lohnt sich, auf jeden Fall. Ich habe schon Probleme, zwei Emotes zu finden. Beziehungsweise, äh, drei Emotes, aber ich will sowieso kein drittes Emote hier reinmachen. Ah, verdammt jetzt. Moment, ich hatte doch gerade gespeichert, ne? Hoffe ich mal. Äh, ja, doch, hatte ich. Ne, weil, weil ich finde, ähm, zumindest als Affiliate ist, äh, ist der Preis für drei Emotes, beziehungsweise eigentlich schon für, für zwei, ähm, ist der halt einfach viel zu, viel zu hoch. Das ist für mich eigentlich nur Abzocke. So. Ah, okay, danke für ein Follower oder fürs Abonnieren auf Twitter. Dankeschön. Auch wenn ich da nicht viel, äh, viel schreibe. Aber ich kündige dort zumindest meine Streams an. Äh, oh, ich sollte generell auch langsam mal wieder heilen, glaube ich. Äh, Quatsch, ja, na, rasten halt. Ist ja im Endeffekt heilen, aber nicht. So, was haben wir hier noch schönes, äh, Web, genau. Machen wir noch mal Web. So. Galo, Mann, da, oh, schmoll. Ne, 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 äh, ich, ich muss es nicht bezahlen, aber, ähm, für, also wenn, wenn man als Affiliate, oder wenn, wenn man einem, als Zuschauer jetzt einem Affiliate folgt, äh, zahlt man ja ganz normal, äh, die 4,99. Ähm, für Stufe 1 quasi. Stufe 2 zahlt man dann, was war das, irgendwie 9,99 Euro. Und da gibt's dann einen zweiten Emote noch dazu. Und, äh, Stufe 3 war da, glaube ich, sogar 24,99 oder irgendwie sowas. Ich weiß es halt nicht. Und, äh, ich meine, das 4,99 ist okay, ne. Das ist halt der ganz normale Preis. Aber alles darüber hinaus, das finde ich dann schon ein bisschen dreist. Und deswegen, das will ich nicht unterstützen. Ich hab damals zwar ein zweites Emote noch angefertigt, aber, ja. Nicht, eigentlich hatte ich gar nicht, äh, hatte ich das in dem Sinne gar nicht vor. Das hab ich halt generell auch erst ein bisschen später realisiert. Keine Eora, bin ich hin. 25 Euro, ja, ja genau, das meinte ich. Das finde ich dann doch ein bisschen sehr viel. So, äh, ha, 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 ha. Okay, 38 Monate, oh, das ist eine Menge. Über 3 Jahre. Das Höchste, was ich mal gesehen habe, war, glaube ich, äh, also über 6 Jahre. Ich glaube, über 72 Monate. Ich glaube, 73, 74 so. Was, so, gibt es jetzt mehrere sogar? Okay, ich hab lange nicht mal reingeguckt. Aber ich will meine Emote ja sowieso irgendwann mal überarbeiten, weil das eine, äh, also das, ähm, ja, das für 4,99 halt, das Ding, das ist ja eigentlich nur so ein, so ein Running Gag damals gewesen. Das mit dem Veni, wie die Violini. Ne, aber, ne, aber, ja, wer, wer, wer würde sowas schon woanders nutzen? Und dafür sollten Emotes ja eigentlich gedacht sein, dass man dann halt irgendwas cooles in einem anderen Stream dann mal zeigt. Und davon hab ich dann ja im Endeffekt auch was, wenn sich dann jemand denkt, oh, das Emote sieht cool aus, von wem ist denn das? Ne, ne, oh, den Abo, äh, den, 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 dem subscribe ich dann auch mal, dann hab ich auch so ein cooles Emote, so ungefähr. Ach, Sub-Points, okay. Äh, muss ich mich echt mal auf den aktuellen Stand bringen, was das angeht, aber danke für die Info, Leoba. So, die Zweifel der Mäuse fliegen jetzt, so wie es aussieht, äh, ja gut, dann kümmere ich mich jetzt erstmal um die Viecher da. Und wenn ich mit denen fertig bin, werde ich erstmal einmal rasten. Ja, kannst du gerne machen, kannst du gerne machen. Am besten dann über Discord, da geht's dann immer nicht verloren. Oh Gott, wow, ich fahre eigentlich der Markt, das ist nur zwei. Hab ich mich so verguckt? Ja, ich bin wahrscheinlich hier durcheinander gekommen. Zwei und da vier. Na, ich will auf die Lebenspunkte gucken, Mensch. Ach man, das kann doch nicht so schwer sein, die zu erwischen. Scheinbar doch, naja, egal. Ja, alles klar, Hugo. Ich kann dich auch notfalls für, für, keine Ahnung, für sechs Stunden bannen oder so. Dann, dann musst du ins Bett gehen. Nein, Quatsch. Aber nicht bannen, timeouten, in dem Fall, ja. Bis dann, Hugo. Nein, ach ich doch nicht. Ich bin dumm, halt nur so, bitte. Ja doch, eigentlich schon, aber egal. Der gute, gute, gute Nacht. Ach so, timeout, ja, T.O., ja. Das hatten, wer, wer waren das damals damals? Irgendeiner hatte doch damals, irgendeinen Zuschauer, also einen deutschen Zuschauer, meine ich jetzt, hatte doch damals, äh... Ich glaube, bevor er abends ein bisschen was getrunken hatte, hatte er darum gebeten, dass, dass wir ihn, weiß ich, um, ich sag jetzt mal, ich, äh, um, um zwölf Uhr für, äh, sechs Stunden, oder für acht Stunden dann timeouten. Damit er dann im Suff nachher gar nicht erst auf die Idee kommt, da noch Ewigkeiten bei uns rumzuhängen. Irgendwie so war, was war das, glaube ich. Oh, hast du auch gerade kassiert, letztens, okay. Jetzt, weil du nicht gehen wolltest, oder einfach, weil er dich ärgern wollte? Oder weil, weil du den Timeout vielleicht tatsächlich verdient hast? Weiß man ja nicht. So, campieren. So, dann nochmal, weil der Psioniker noch keine vollen MP hatte. So, na, speichert, achso, ich glaube, er hatte doch gespeichert. So, Licht. Oh, cool. Kann ich jetzt, äh, auch auf höchster Stufe schon sicher sprechen, das ist gut. Armorplate. Hier, hier war's, Magic Screen, genau. Alles klar, Leora, dann schlaf gut. Oder, äh, ja, falls du jetzt schlafen gehst. Mach gut, was immer du machen willst, so. So, äh, X-Ray. Oh, nehmen wir die Stufe wieder. Und... What now? Ja, naja, gut, jetzt mach ich einmal Detect Secrets. Lohnt sich zwar gar nicht, weil, naja, läuft halt viel zu schnell ab. Achso, ich sollte vielleicht auch mal gucken, wo ich gerade langlaufe. Äh, ja. Hier wollte ich doch jetzt auch lang. Da, 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 und den ganzen, ewig langen Gang jetzt. Oh, ah, Hilfe. Ganzen langen Gang jetzt hier nochmal. Langrennen. Da, 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 da. So, einmal kurz speichern und auch mal auf die Map gucken. Wow. Mehr hab ich noch nicht geschafft. Ich dachte, ich bin jetzt schon hier irgendwo. Oh Gott. Ah, ah, ah. Na gut, hier sind wenigstens keine Gegner. Das heißt, ich kann halt einfach durchrennen. Auch wenn die, die Hälfte... Oh, nix mit einfach durchrennen. Egal. Ähm, ne, auch wenn die Hälfte dann am Ende wieder bewusstlos sein wird vor Erschöpfung. Die halten halt alle nichts aus hier. Da kann sogar ich länger laufen. Äh, so, jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh, wo bin ich... Ach, okay. Jetzt hätte ich gedacht, dass ich erst hier irgendwo bin. Jetzt bin ich doch schon deutlich weiter. So, äh, fangen wir bei der nächsten Abzweigung nach links. Wow. Wow, vielen Flipperautomaten hier. Was, was, was? Oh, da liegt noch was. Oh nein, 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 nein. Das wollte ich jetzt eigentlich vermeiden. Also zumindest so lange, die hier noch bei so wenig Ausdauer sind. Aber naja, gut, dann mach ich auch mal den. So. Äh. Achso, ist ja nur eine. Na gut, dann... Ne, 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 nix da. Ah, die halten müssen was aus. Naja, gut. Hat sich gerade erledigt. Mein Kämpfer teilt nämlich auch ein bisschen was aus. Hm. Wow. Ich fühle mich. Ich bin besser jetzt. Und von denen können ruhig mehr kommen. Am besten so zehn Stück auf einmal, aber... Äh, in so einer Konstellation... Ah, da, okay. In so einer Konstellation, dass man nur einer, eine davon gegen mich kämpfen kann. Das wäre ideal. So, äh, hier... Ja. Okay. So, du machst... Psionic Fire? Ja. Oh, wow. Ich kann's... Nein, Mann, ey. Auf der höchsten Stufe fast schon sicher sprechen. Ja, toll. Sie ist ja gelähmt. Äh, so. Oh, die sehe ich schon... Äh, ich sehe gerade, ist ja schon wieder nach Mitternacht. So lange wollte ich eigentlich heute gar nicht streamen. Aber die Höhle ist halt groß. Hm. So mittendrin in so einem Dungeon aufhören, ist halt auch mal doof. So, so. Gut, die ist weg. Na, die ist hoffentlich auch gleich wie... Ja, da ist sie. Oh, gut. Haben sie schon deutlich gelichtet, die Reihen hier. Ah, wo sind sie jetzt? Ach, da. Na, komm mal an. Komm mal, ey. Dopp und dopp und... Na, komm. So, geht doch. Wow. Das war jetzt nicht allzu viel an Erfahrungspunkten. Gut. Sind wir wieder... Oh. Ah, Hilfe. Sind wir quasi wieder am Anfang des Dungeons. Also, naja, so ziemlich am Anfang. Und zwar hatte ich ja vorhin hier zwei Abzweigungen gehabt und ich wusste nicht genau, für welche ich mich entscheide. Das war doch das, äh, wo ich halt ganz großkotzig gesagt habe, ja, politisch korrekt nach links gehen. Ja, ich... Ja, ich... Ernsthaft. Ich hätte mal direkt nach rechts gehen sollen. Verdammt. So, unsere Klerikerin kann auch wieder agieren. Schön. Hier geht's noch lang, vielleicht noch nicht. Ah, okay. Ich habe natürlich tatsächlich genau den falschen Weg genommen. Ähm, hä. Ähm, naja, egal. So, äh, du machst einmal Divine Trap. Lopp. Dann darfst du jetzt hier ran. Äh, was ist das für eine Falle? Ah, ich kann das schon mal entschärfen. Hier, Rune of Madness. So. Ach, Quatsch. Uhu. Äh, ja, kann man verkaufen. Ist halt, äh, für mich an sich jetzt nicht, nicht wirklich sinnvoll oder nicht wirklich wertvoll. Aber verkaufen kann man so machen. So. Dann hier nochmal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, ob das eine Sackgasse war oder ob ich da nicht weitergegangen bin. Aber ich glaube, das war eine Sackgasse. Äh, wo war das jetzt? Hier, ne? Genau, geradeaus weiter. Weil ansonsten wäre ich hier gar nicht reingegangen. Und dann wäre halt nichts von dem Gangen aufgedeckt. Achso, nee, keine Sack... Achso, nee, das ist der Anfang gewesen, glaube ich sogar, oder? Ja. Jetzt sind wir wirklich am Anfang des Dungeons. Also, äh... Nicht des Dungeons, aber dieser Ebene hier. Oh, wow. Da hat es kurz geruckelt. So. Äh, oh. Ach, das sind gar keine Gänge, sondern die Höhle ist einfach nur so groß gewesen, wie es aussieht. Ja gut. Da beschwere ich mich jetzt nicht. Umso weniger muss ich jetzt noch erforschen. Ich dachte nämlich, äh, dass hier überall noch Gänge sind an der Seite. So, aber... Äh, gut, hier oben ist doch noch ein bisschen was. So, wo zuerst lang? Äh, ich sag mal... Einmal erstmal hier. Hier, oh. Oh, hier sind sogar mal wieder freundliche Gestalten. Also, naja. So freundlich wie um Pani halt sein können. Oh, da ist noch eine Schatztruhe. Natürlich mal wieder Fallengesichert. Wie sollte es auch anders sein? Oh, wir haben noch ein BH gefunden. Hey. Wir können unseren eigenen Harem hier irgendwann aufmachen. Unseren... Ne, ich, ich sag's immer nicht. Ne, doch, ich sag's. Unseren BHarem. Ich hab doch eigentlich gesagt, dass ich solche... solche dämlichen Witze sein lassen würde. Oh, hi. Oh, auch immer. Ach, da. So, und... Weil ich so ein bisschen Angst habe, dass ich hier irgendwas verpasse, äh... What now? Mach' ich doch nochmal Detect Secrets. So. Hm, hm. Nein. Hier war scheinbar trotzdem nichts. Ich muss ein bisschen mehr auf den Boden achten. Nicht, dass ich hier irgendwann doch mal wieder in so ein... so ein... eine Fallgrube reinlaufe. Das sieht irgendwie komisch aus hier. Das sieht irgendwie sehr komisch aus. Nothing here. Nothing found. To Alpha Hub. Bravo. Und... Delta. Moment, hier ist auch... Da sind auch Gegner hinter. Hier ist doch was. Ist hier irgendwo ein Schalter oder so? Nothing here. Ah. Nothing found. Gut, vielleicht... gibt's hier irgendwo noch ein Schalter, den ich aktivieren muss. Stray Item. Ähm... Moment, äh... Wo war das jetzt? Ich renne da nochmal zurück und dann brauche ich mal eine Notiz auf der Karte. Hier war das, ne? Ja. Ja, ich seh doch sogar den Raum dahinter schon. Wow. Moment, bevor ich... Ach ne, ich bin ja da vorne oder eben schon mal so rangegangen. So, äh... Da... 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 So. Hm. Moment, ich... Ich weiß, das ist immer ein bisschen doof. Oh nein, jetzt... Ja, jetzt habe ich das abgelegt. Ja gut. Muss ich gleich das Spiel einmal neu starten, weil er jetzt wieder die... Die Dinger nicht erkennt. Die, ähm... Äh, die Tastatur nicht erkennt. Das wollte ich sagen. Genau. So, äh... Da-da-da-da... Wo haben wir ihn, den Berg? Da hat man Giga's Caves. Felsnische, ist das das Ding? Ja. Felsnische. Drei Pestilent Rats, ein Death Sting Abus, Heavy Heal Tränke und eine Fallenkiste. Wäre toll, steht aber nicht, wie man da hinkommt. Hm, 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 hm. Äh, gut. Keine Ahnung, wie man da hinkommen soll. Das ist Quatsch. So, ähm... Und ich guck mal kurz, aber... Nee. Reagiert halt nicht. Ähm, also... Einmal zumachen. Kurz warten, bis... Ja. Na komm. Ah, jetzt. So, kurz warten, bis er synchronisiert hat. Und dann kann ich wieder neu starten. Wie gesagt, äh... Deswegen mach ich das nämlich immer so komisch mit dem Ablegen, dass ich dann halt, äh... Da nach links aus dem Bild geh, bis ich dann, äh... Bis er dann quasi raus tappt. Weil wenn ich, äh, Alt und Tab mache... Ach, Moment, da wurde mir aber, äh, ein Tipp gegeben zu. Werden wir gerade ein... Werden wir das nochmal... Ich glaub, einfach nochmal Alt drücken. Irgendwie. Äh, ja gut, jetzt ist es eh zu spät. Nee, aber, äh... Ja, wenn ich halt mit Alt und... Und... Tab da rausgehe... Und dann wieder ins Spiel reingehe, dann wird die Tastatur halt nicht mehr erkannt. Hä? Ha? Hm, naja gut, egal. Sind... Ja, offenbar, äh, nur so ein paar Heiltränke drin und... Ja, ne Fallentruhe, genau, Fallentruhe, so stand's da. Die ist natürlich immer sinnvoll trotzdem. Oder, na, nicht immer, aber... Da kann halt immer was Gutes drin sein. Hm, ich geh erstmal hier lang. Ah, Moment. Oh. Okay. Gucken wir doch jetzt nochmal. Nee. Okay. Hm, 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 hm. Okay, gut. Dann halt nicht. Ich weiß noch nicht, was... Moment. Das hat doch so ein bisschen Länge. Hm. Egal, was ich damit öffne, das... Äh, Quatsch. Das, äh, verschwindet auch ziemlich schnell wieder. Oder geht schnell wieder zu. So, äh. Gut, nächste Notiz. Na, so. Oh, 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 oh. So viele Geheimnisse hier noch. Ich hoffe mal, dass ich die jetzt alle gelöst kriege. Nicht, dass ich dann irgendwann nochmal hier rein muss. Muss wegen den Dingern. Wobei das ist zumindest ziemlich am Anfang des Dungeons, also. Würde das jetzt nicht Ewigkeiten dauern. So, äh, aha. Hm. Hm, ich fühle mich viel besser. Hm, ich fühle mich viel besser. Hm, ich fühle mich erst mal hier lang, weil ich glaube, hier schließt sich gleich wieder ein Weg. Ja. So, dann haben wir das nämlich hier. Na gut, hier geht es aber auch noch nach unten. Höh. Also nach Süden meine ich damit. Na gut. Machen wir erst mal den Gang hier. Also hier ist es auf alle Fälle schon deutlich angenehmer als in dem anderen Abschnitt da. Ich fühle mich viel besser. Ich bin besser jetzt. Einfach weil, da waren ja, 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 ja. Da waren ja mehrere Ebenen und das hat mich dann doch ein bisschen verwirrt. Ah, okay, hier scheint sich jetzt auch gleich wieder was zu schließen. Ja. Ich sehe etwas. Oh, ah ja. Zumindest in diese Richtung hier. Ach, okay, ich gehe erst mal hier lang jetzt. Oh man, so viele Wege. Ah, hi. War ich hier schon? Nee, hier war ich noch nicht. Da ist hier irgendwo was Schönes. I feel much better. I'm better now. So, okay, also... Zumindest dort habe ich... Waste of time. So weit alles. Das ist jetzt im Grunde der einzige Weg, der hier noch langführt. Moment, erst mal lesen. Power Station. Ich glaube... Die Power Station kann man später zumindest irgendwie zerstören. Waste of time. Ich glaube, das ist sogar so ein Trang-Auftrag noch gewesen dann. Aber will ich natürlich nicht machen. Also vielleicht, wenn... Wenn es möglich ist, werde ich das vielleicht einfach mal so machen. Aber dann natürlich hinterher nicht speichern. Oh, ist ein besonderer? Nö. Och. Mann. Der lässt mich hier nicht durch. Ja, super. Ganz schnell hinrennen. So. Kann ich hier überhaupt irgendwas machen? Ah, hier. Okay. 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 Kann ich hier noch irgendwo was machen? Hm, hm, hm. Nö. Ah, Hilfe. So, okay. Gut. Ah. Ah, Mensch, hier. So, dann haben wir den Raum zumindest schon mal. Ja, dann im Grunde hier noch ein Weg. Und dort noch zwei Wege. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Weg hier irgendwie mit dem zusammenführt. Aber werden wir gleich sehen. Dass diese Türen nicht offen bleiben können. Äh, wo war das jetzt? Verdammt. Achso, ja, hier oben. Genau. Hier lang, hier. Jetzt nochmal nach rechts um die Kurve. Und hier jetzt rechts lang. So, ich fühle noch mal speichern. Nicht, dass ich jetzt hier wieder in Gegnerhorden reinrenne und die halbe Fahrt, die ist bewusstlos. Äh, Rabah. Ja, ich hatte recht. Gut. Gucken wir das schon mal. Und dann ist das, glaube ich, jetzt der letzte Weg in der Höhle hier. Aber im Moment kann es sein, dass ich, äh, durch diesen Geheimgang dann einfach nur von der anderen Seite reinkomme. Oder halt rauskomme in dem Fall dann. Und die Möglichkeit habe ich jetzt natürlich nicht gedacht. Ja, werde ich gleich sehen. Was haben wir hier? Delta. Da war Delta, ne? Oh, hm, komisch. Ich bin dann irgendwas gerade hängen geblieben. Ähm, Delta bin ich doch meines Wissens nach schon gewesen. Oh, wow. Ernsthaft? Ich dachte, das ist jetzt nur so ein kleiner Gang noch, aber hm. So, dann müsste der Weg auch zu sein, ja. Gut, ich glaube, dann haben wir hier, halt bis auf diesen Geheimraum, alles erforscht. Sehr schön. Ich gucke jetzt nochmal. Vielleicht ist der jetzt aus irgendeinem Grund offen. Nein. Okay, hier war das, genau. Nee. Aber was ich auch nochmal probieren würde, äh, toll. So, nee. Wo war denn jetzt der Schalter? Achso, nee, da oben war der. Okay, ich war doch noch richtig. Ich bin besser jetzt. Das Pläge ist weg. Achso, hier. Das Pläge ist weg. Right. Much better. I feel much better. Ich bin besser jetzt. Ja, ja, ja. So, ganz schnell mal hinlaufen. Ich glaube nicht, dass das was bringt. Nee. Nein, nee, und schneller kann ich hier nicht hinlaufen, also am besten wenn ich. Eventuell muss man da irgendwas ra... Moment. Moment. Ich habe gerade überlegt, eventuell irgendwas rauflegen, irgendeinen Felsen oder so, aber ich kann doch auch Items generell hinlegen. Vielleicht... Vielleicht... Habe ich irgendwas schweres? Hier. Probier's mal damit. Äh, ja, toll. Das tut jetzt. Ja, Tatsache. So. Mal gucken, ist das Ding jetzt offen? Ja. Ha, ich hab's gelöst. So. Gut, dann habe ich... Oh Gott. Wow. Moment. Ich habe ja gerade gespeichert. Dann werde ich erst... Erstmal kurz wieder, äh... Ja, ja, ja. So. Das war hier wieder. Die Stamina ein bisschen auffüllen. So. Jetzt kann ich hier rein. Hä? Achso, hier. Hier war das. Wurde ich gerade sagen. Gut, dann darf ich nur nicht vergessen, den Schilder wieder mitzunehmen gleich. Nicht, dass ich den dann hier liegen lasse. So. Äh, ja, hier, Lightning. Steigerst du das wenigstens ordentlich. Und, äh, ja, du machst hier Psyonic Fire. So. Nein, nein, nein. Oh, cool. Hm. 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 Oh, cool. Danke für die Hilfe. Oh, nee, ne. Komm. Geht doch. Ich wollte gerade sagen. So, Hauptsache jetzt nimmt niemand den Schilder runter. Das wäre ein bisschen doof. Dann wäre ich hier in der Höhle gefangen. Also, wahrscheinlich. Ich frage mich sowieso, wie die, äh, Monster hier überleben. Oh, wow. X-Ray abgelaufen. X-Ray abgelaufen ist das eigentlich mal ein Zeichen, dass ich schon sehr lange unterwegs bin. So, äh, aber du kannst noch mal Detect Secrets nebenbei machen. Vielleicht ist ja hier noch irgendwas Schönes. So, gut, dann bitten wir uns der fallengesicherten Truhe. Im Grunde jetzt, mal abgesehen von, äh, Schildwiederholen natürlich, kommt das Letzte, was ich hier in dem Dungeon jetzt machen muss. So, ich kann ja hier schon mal optimieren. Das auch schon mal. Ach. Nee, hä? Ja, doch. So. Oh, oh, oh. Irgendwas Schönes dabei? Nö. So. Gut. Haben wir das auch. So, mein Schild schnell noch wiederholen. Okay, dann. Äh. Wo lang? Äh, Moment. Ja, ja doch. Hier runter. An der Kreuzung geradeaus weiter. Im Grunde bis ich an die T-Kreuzung komme und da nach rechts dann. Wie Achterbahn fahren hier. Großer Raum. Und hier gehe ich mal durch, weil, äh, könnte ich noch irgendwas übersehen haben, theoretisch. Ich glaube zwar nicht. Aufgedeckt ist ja alles. Also, ich bin dann so mehr oder weniger überall auch langgegangen. So. Gut. Haben wir das auch geschafft. Hat ja auch lang genug gedauert. Äh, war da toll. Wo ist jetzt die Karte? Wow. Das sind alles Gegenstände, die wir gefunden haben. In der Höhle. Da ist die Karte. Access verified. Jo. Äh, Moment. Ach. Ist ja auch noch eine Höhle. Hm. Wo bin ich jetzt? Da. Da kam ich nicht lang. Da kam ich nicht lang. Ja, hier. Hier war doch gleich der Ausgang, ne. Also einfach nach rechts. Ja, immer rechts halten. Oho. Ah, 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 ah. Dann so. Hier lang, hier lang, hier lang, hier lang, hier ist jetzt, genau, das Ding. Ich hoffe mal, dass ich hier... Ah, ne, ich glaube, hier kam ich einfach nicht durch. Hi, Wilhelm Männchen. Hallöchen. Ja, ja, aber auch nicht mehr super lange, also. Ich wollte eigentlich heute relativ kurz einen Stream machen, weil ich morgen früh auch... Verifying Clearance. Ah, okay, ne. Ähm, weil ich morgen früh auch relativ früh raus muss. Und ich muss ja für morgen fit sein. Morgen geht ja, äh, Speedcon dann auch los. Nachmittags. Hä? Wo? Ist hier noch mal der Ausgang? Also der, äh, in die... oberen Bereiche. Äh, ah, 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 ah. Was ist hier? Ne. Was waren da noch mal? Hier, glaube ich. Ich glaube, da war das. Also nach oben. Bei der ersten Gelegenheit nach links, an der Kreuzung nach rechts und dann immer geradeaus. Ähm, und? Ja, also hier lang. Dann hier links. Oh, einfach dem Weg folgen. Was, was ist abgelaufen? Äh, ach so, ja. Detect Secrets, ja. Ja, tun. So, hier nach rechts. Dann immer geradeaus. Also immer dem Weg folgen. So, die Abzweigung da ignorieren. Wow. Fünf Leute sind bewusstlos. Oder war das jetzt? Das war der Brunnen. Verdammt. Äh, wo war hier der Eingang? Ich weiß es echt nicht mehr. Hier? Ich bin besser jetzt. Ich fühle mich viel besser. Ich hätte da vielleicht auch mal eine Markierung auf der Karte machen sollen. Nee, nee, nee. Hier war... War da die Mumie drin? Oder? Ich weiß es nicht mehr. Alle Fälle. Warum nur noch meine beiden Balküren sind. Mein Bewusstsein. Äh, Quatsch. Alright, das ist besser. Hier. Puh. Teilblecheimer. Hallöchen. Right. Much besser. Ja, und, äh, ja. Schönen guten Abend auch an dich. Äh, ha, 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 ha. Hier vielleicht? Nee. Nee, da kam ich nicht durch. Da hatte ich noch keine Berechtigung. Genau wie hier. Hier? Nee, da war der Teleporter. Äh, ha, 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 ha. Wo war hier dieser Fahrstuhl? Verdammt. Moment. Äh, nicht wundern. Ich gucke mal ganz kurz nach. Water Caves. Achso, ja, da komme ich noch nicht ein. Okay, ja, jetzt habe ich versehentlich gelesen, äh, wo, ähm, ja, wo, wo, äh, einer der Wege hinführt. Achso, achso, ah, ja, 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 alles klar. Hm, war ein Denkfehler von mir. Und zwar habe ich, äh, ja, hier gibt es gar keinen Ausgang. Äh, so. Twitch-Chat öffnen. So, okay, jetzt. Und zwar muss ich doch wieder hier zurück. Äh, am besten, äh, am besten, ja, Weg folgen. An der zweiten Abzweigung links, äh, rein. Und dann einmal geradeaus. So, hier geradeaus weiter. Hier links rein. Lass wir mal durch. Ich bin wichtig. Oder auch nicht. Ähm. so man das nervt mit der karte du kannst sie jetzt gar nicht benutzen so dann benutzt du die jetzt okay kann ich auch so machen muss ich jetzt wenigstens nicht nochmal ablegen so einmal drehen und so und zwar ist der ausgang hier oben wo bin ich jetzt da bei der ersten gelegenheit nach links und dann immer geradeaus also immer dem weg folgen okay das fand ich ganz so wie man nehmen das mit dem geradeaus gerade ein bisschen zu wörtlich glaube ich so hier lang hier lang hier war der geheimgang der jetzt wieder zu ist er macht auch sinn der schalter ist ja nicht mehr betätigt hier war der schalter und irgendwo jetzt hier nach norden jetzt müssen wir noch mal gucken ach so ja erst im grunde die erste abzweigung nach links äh nein nach rechts so einmal kurz speichern nicht dass ich hier irgendwie den gegnern in die arme laufe ich bin nämlich gerade nicht so wirklich kampffähig also zumindest sechs meiner acht leute hier ja da ist er doch hier hat alles angefangen das ist tatsächlich okay ich fand einmal dass diese kleinere höhle dass das die erste war in der ich drinnen gewesen bin aber da habe ich mich dann wohl doch gehört moment habe ich ja ich benutze das erst mal ich bin wir draußen so keine aufgabe mehr offen hier das mit dem rodern ja gut aber da weiß ich jetzt beim besten will nicht wo er ist das ist quasi eine hauptquest ich bin mir ziemlich sicher dass man martin tatsächlich später noch gefunden hat aber ist halt schon zu lange her das weiß ich nicht mehr das hier ist quasi auch die hauptquest wenn man so will dann ja die habe ich ja schon die muss ich jetzt zurückbringen das ist quasi auch hauptquest die kann ich nicht abschließen also die kann man generell nicht abschließen hauptquest hauptquest na gut hier wird sich jetzt auch nichts geändert haben endlich mal wieder ja ich wollte gerade sagen zivilisierte leute aber gut das sind die um paar zivilisiert genug für meine zwecke jetzt mensch die blöden kanten hier das ist halt das problem wenn hier so viele leute rumrennen die stehen mir dann immer im weg und ja da ihr seid oh ich bin sicher sergeant rubel taught you how to distinguish your rear end from a rocket launcher that'll come in useful if anyone gets in the way of our next mission it's a big one pups now you remember what i was saying about those two new devices well we believe the mooc may be in possession of one of them but we're not going to use force just yet first we'll try the diplomatic approach the amir wants you to deliver this letter directly to the mooc at their compound at arnica cool and remember do not use force at this time got it good get going i got a pile of paperwork to get through here sehr schön ich könnte jetzt schon zu den moocs gehen ähm mache ich natürlich noch nicht aber ich könnte ich will nämlich erstmal die quests der trang jetzt abschließen und äh ja dann möglichst äh möglichst äh umpani also die leute hier und die trang die schnecken viecher die möglichst miteinander verbinden wie gesagt irgendwie ging das das werde ich natürlich heute nicht mehr schaffen das da müsste ich jetzt die ganze trang quest reihe noch zu ende machen äh aber da da hat es warst du bei bei dem portal im sumpf ja ok warst du oh gott hab ich gerade einen schreck bekommen ähm egal so jetzt werde ich nämlich hier runter Oh Gott, hoffentlich muss ich jetzt nicht noch irgendwie... Mensch, böde Wurzel. Ich muss jetzt hier nicht noch irgendwie kämpfen. Das würde das Ganze nur noch in die Länge ziehen. Darum habe ich keinen Bock. Ihr wahrscheinlich auch nicht. Bin ich jetzt überhaupt richtig hier? Ja, doch. So. Hier, das Ding habe ich gesucht. Wow, die ersten waren schon wieder bewusstlos. Die halten echt nichts aus. Und hier wollte ich hin zum Martins Blatt. So, Gegner. Ja, gut, an denen werde ich nicht vorbeikommen. Muss ich nur dran denken. Oh, da hinten sitze schon. Vorher nochmal schnell. Ja, ist schon ausgewählt. Rest All machen. So. So, dann haben wir jetzt hier noch Einkampf vor uns. Na, na gut. So. Oh, aua, nein. So. Das sind... Ja, die Physik in dem Spiel ist manchmal ein bisschen komisch, wie man eben gerade auch gesehen hat. Ja, dann werde ich nämlich gleich ein Portal da unten bei diesem Teleporter hinsetzen. Wenn wir schon mal da sind. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, wow. Okay, jetzt hat er nicht mal mehr Munition. Toll. Ähm. Ja. Bitte nicht weglaufen. Na, du läufst eh weg. Das weiß ich doch. Ja. Es wird wieder nervig, dem hinterher zu rennen. Vor allem sind das hier Fernkämpfer. Das heißt, ich muss dann zu jedem... Also Fernkämpfer, die sich jetzt auch so blöd verteilt haben hier. Also ich muss zu jedem einzelnen mal hinrennen. Ja, das ist ein bisschen doof. Naja. Muss ich mitlegen. Ja, ja, ja. Achso, toll. Super. Hätten sie den nicht in der einen Runde schon töten können? Äh. Ach, Mann. Na gut. Da rennt der eine. Äh, wen schnappe ich mir jetzt als Ersten? Äh. Mann, verdammt. Ja gut. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich, äh... Laufen. Oder gehen. So. Ach, da ist er wieder. Der kleine Flüchtling. Äh, wann... So, jetzt aber. Na toll. Jetzt hat der auch noch Angst, oder was? Ah. Ja gut. Ich will sowieso erstmal gegen den hier kämpfen. Ja, ja, ja. So. So. So, ich mach jetzt einfach... Oh, der eine ist gelähmt. Sehe ich gerade. Oder auch nicht. Okay, gut. Hat sich gerade erledigt. Na komm, lauft mal weg. So geht's halt einfach schneller, als wenn ich jetzt, ähm, den noch hinterherrennen würde. So. Ach, 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 ach. So, geht doch. So. Und wo seid ihr? Da. Da seid ihr beide. Äh, ja gut. Ist halt blöderweise immer noch ängstlich. Das heißt, der rennt... Oh, na gut. Er rennt doch nicht mehr weg. Er ist gelähmt. Ich hab nichts gesagt. Ah, und ich hätte seine Munition noch mal auffüllen sollen. Äh. So. Vielleicht führt's ja noch was. Ja, komm, einer noch. Ja, sehr schön. So. Äh. Ich kann schnell Munition auffüllen, bevor ich's wieder vergesse. Oh Gott, ich hab so viel Mist hier jetzt drinnen. Aber ich kann ja bald wieder verkaufen. So, Hunter Querels. Was ist jetzt bei euch munitionstechnisch? Oh, wow. Ja gut, das reicht jetzt noch. Jetzt werden ja sicherlich keine wirklichen Kämpfe mehr kommen. Äh. Oh mein, wie kam ich da jetzt noch mal runter? Ah, ich weiß wieder. Irgendwo war doch hier so eine... Oh, wow. Wir Gegner, ne? Ich will nicht schon wieder kämpfen. Lasst mich in Ruhe. So viel dazu. Moment. Wenn, dann will ich halt auch schon richtig positioniert sein gegen die. Kannst du schon mal, hm, ja, hier ein Feuerball machen. So, damit treffe ich doch hoffentlich alle. Ach, du machst dann auch gleich schon mal... Äh, wo haben wir ihn? Äh, wo haben wir ihn? Ach, ne, ihr war da ja. Nein. Obwohl doch, hier, Sionic Blast. Kannst du ja auch machen. So. 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 So, die sind, glaube ich, schon... Ja, na gut. Die Hälfte ungefähr haben sie verloren. Äh, aha. So, du machst den hier hin, genau. Und du machst nochmal genau dasselbe. Nein, Mann, Ed. Lalalala. Ey, das impliziert jetzt, dass du selber schon alt bist, aber war es eigentlich nicht gemeint, aber egal. So. Achso, da kommen die nächsten Gegner schon. Oh, fast. Okay, einer ist schon mal weg. Einer ist verrückt, cool. Äh, oh, wow. Machst du jetzt einen Feuerball irgendwo da hinten hin? Oh, oh, oh. Da sch- So, hier. Da scheinen ja wieder Gegner zu kommen. Und du machst da, wow. Du kannst ja nur auf Stufe 2 machen. Ah, okay, ich habe eins der Insekten getroffen da. Was immer das für Insekten sind. Wie viel hat der noch? 21, 7, der hatte 32, glaube ich. Ja, 32. Ja, ich bin alt, super alt. Oh, komm. Blöde Alligator. Ja, da sind die Insekten. Ja, da hinten. Da sehe ich doch schon was. Irgendwo. Ja, da. Irgendwo, ja, da. Oh, aber es scheint gute Erfahrungspunkte zu geben. Äh, ja gut, dann mache ich das so. Der ist jetzt eh weg. Achso, das sind Skorpione wieder. Also, hier Death is Sting. Ab- Abuses? Klingt so ein bisschen nach Abuse. Bin ich in Waffenreichweite? Ich bin besser, jetzt. Ne, bin ich nicht. So, also Nahkampfreichweite mit den Beinen, meinte ich damit. Ja. 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 Ich immer auf, auf die Schwachen. So. Toll. Na gut, ich hatte jetzt eh keinen Zauber mit dir ausgewählt, also das ist jetzt nicht ganz so schlimm. So. Dann machst du mal, ja gut, Rest all. Naja, immerhin. Immerhin so ein bisschen was noch. So, hast du noch irgendwas hier? Genau. Einfach ein Psyonisches Feuer. Ach, da ist der dritte. Einfach nicht. So. So, jetzt ist der wenigstens auch Nahkampfreichweite. So. Ach, nicht fliehen. Nicht wieder fliehen. Das nervt nämlich. Äh, haha. Und haut er ab? Ja, er haut ab. Dieser Feigling. Na gut, dann kümmere ich mich erstmal um den. Ich hoffe einfach mal, dass... Ja, okay, dass die immer noch auf den schießen. Gut. Na gut. Ging ja nochmal. Äh, wo ist jetzt diese... Irgendwo ist hier... So eine Eisenklappe. Oh Gott. Ah, nicht runterfallen. Kann ich mir den ganzen Weg wieder zurückrennen. Hier war die glaube ich, ne? Ja, genau. Hier. Das Ding hab ich gesucht. So. Wo war jetzt nochmal dieser Teleporter? Wo bin ich? Da bin ich. Äh, achso. Der war glaube ich gleich hier vorne, oder? Hier auf der rechten Seite. Ja, genau hier. Boah, hier ist wieder der ganze Schleim. So. Dann werde ich hier auf alle Fälle ein Portal setzen. So. Und zwar mit dir. Set Portal. Ach, Moment, Moment. Oh, ich setz mal mehrfach gleich ein Portal. Einfach weil man damit auch nen Wert ganz gut... Obwohl ich kann auch Turn to Portal machen. So. So, und nochmal. So. So. Hat zwar jetzt... Ich bin besser jetzt. Beste Zeit. Hat zwar jetzt an sich nichts gebracht, aber... So. Aber, ähm... Ja, damit steigt halt der entsprechende Wert wieder ein bisschen. So. Ich muss ja hier lang. So, und ich muss ja hier warten, bis... Irgendeiner sich bemüht, die Tür aufzumachen. Na komm. So. Lass mich durch, lass mich durch. Ich sehe nichts. Oh Gott. Sind hier Gegner, oder? Ich fürchte, es sind Gegner. Ach nein. Ach, hier komm ich ja so gar nicht vorbei. Verdammt. Ähm... Okay. Oh, Tür ist offen, Tür ist offen. So, schnell durch. Äh... Aha. Moment. Ich will... Ja, auf diese Seite wollte ich. Es gab ja irgendwo noch ein... Äh... Eine andere... Oder mehrere andere Möglichkeiten sogar. In das Gebiet rein. Hm. Ach. Schon wieder kämpfen. Vor allem, äh... Ja, meine mageren... Die ist im Moment so ein bisschen... Sagen wir mal... Sie ist ein bisschen verhindert. Äh... Moment, das sind Untote. Ahaha. Na gut, hier... Nein. Dich wollte ich nicht... Dich wollte ich... Äh... Hm. Okay, ja. Nehmen wir einfach mal den. In diese Richtung. Und du machst dann... Du hast ja dein... Verdammt. Äh... Ich brauche das so selten, deswegen habe ich jetzt, äh... Das soweit... Ziemlich großzügig benutzt. Also ich brauche es in Kämpfen halt so selten. Ja, und jetzt hätte ich es trotzdem mal gebrauchen können. Oh, 30.000 Erfahrungspunkte. Immerhin. Ja, also... Ungefähr 15.000 dann insgesamt. Bei 30.000 mal 4... 120.000 und durch 8 Personen. Oh... Oh... Na komm... So... Der ist weg. Panopticon! LUMBOQUALI... Mh... LUMBOQUALI... Mh... LUMBOQUALI... Mh... Äh... Du kannst... Ich kann schon probieren, aber... Ist halt sehr riskant. Okay. So... Was bad? Was bad? Was bad? Jaja... Ja, halt typisches... Tollenspiel halt. Ne? Ähm... Ne... Ich... Ich habe ja jetzt eine... Also die... Äh... Ja, und dann kann ich eigentlich schon in Richtung Ende gehen und... Achso. Einfach nur verlangsamt. Glaube ich. Also ich... Ich weiß es nicht mehr genau. Ich weiß nur... Ähm... Obwohl ich könnte jetzt... Glaube ich... Ich glaube im... Moog Hauptquartier. Da... Wo ich jetzt reinkomme... Wo ich die... Dieses Allianz ersuche von den Upani gerade bekommen habe. Ich glaube jetzt kann ich da ins... Hauptquartier rein. Also da bin ich mir sogar ganz sicher. Und ich glaube da ist nämlich... Äh... Dieses andere... Wie hieß das? Äh... Also ich habe ja... Astral... Astray... Domine... Schon? Und... Ich weiß jetzt gerade nicht wie das andere Ding davon hieß. Und die beiden brauche ich ja. Und damit muss ich dann zur Ascension Peak... Also zu diesem Gipfel hin. Also... Ja... Theoretisch könnte ich das glaube ich tatsächlich relativ schnell jetzt beenden. So... Äh... Hier war... Moment... Das war doch der Raum... Ja... Ja... Genau... Mit der Falltür... Okay... Der Stein sah ein bisschen komisch aus gerade. So... Und irgendwo... Hier glaube ich war das. Ja... Aber wenn ich mal überlege... Also... So viel ist es jetzt gar nicht gewesen. Also... Es kommt mir tatsächlich auch ziemlich lang vor. Aber das liegt auch daran, dass ich halt... Äh... Ja... Weiß ich... Moment... Einmal die Woche zum Streamen kommen. Wenn überhaupt. Nee... Kann ich schön weichen. Und... Äh... Deswegen zieht sich das generell so ein bisschen hin. Aber... So... Insgesamt... Moment... Moment... Warum bin ich hier noch nie gewesen? Oh... Okay... Moment... Das... Das mache ich doch gleich mal. So... Oh... Okay... Das sieht irgendwie so nach... Keine Ahnung... Äh... Nach Anführer aus. Dann erstmal hier hinten gucken... Äh... Will ich da was machen? Ach... Moment... Gehen die... Zellen da vielleicht auf? Nee... Nee... Okay... Achso... Mit dem kann ich gar nicht reden... Ja... Mir fällt grad ein... Äh... Ich... Ich... Bin doch total bescheuert... Ich suche hier die ganze Zeit einen Weg... Dabei ist... Ist der doch... Extrem geradlinig sogar... Äh... Und zwar... Toll... Äh... Kurz rasten... Ich habe ja vorhin... Ihre... Äh... Also die ganzen MP von der Magerin da verbraucht... So... Das reicht erstmal... Äh... Oh... Ganz kurz nochmal buffen... Ich höre dich... Ah... Licht... Ja... Hä? Oh... Du musst doch auswählen... So... Feuermagie ist wieder hoch gegangen... Armorplate... Äh... Hahaha... Da... Magic Screen... Nicht dass ich jetzt irgendwelchen Gegnern da in die Arme laufe... Und dann komplett unvorbereitet bin... Moment... Achso... Er kann gar keinen Return to Portal machen... Weil er noch gar kein Portal gesetzt hat... Auch gut zu wissen... Of course... So... Äh... Du machst X-Ray... Du machst Enchanted Blade... Und Missile Shield... So... Und so... Achso... Und äh... Du machst natürlich auch... Return to Portal... So... Muss man mal aufpassen, dass ich nicht irgendwann versehentlich mal Set Portal mache... So... Äh... Nee... 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 So... Das war das, ne? Und... Werde ich ja gleich sehen... Äh... Einmal speichern... Will jetzt einfach nur wieder... Ja... Genau... Genau... Hier wollte ich hin... Weil... Ich wollte eigentlich die ganze Zeit nur zu dem... Äh... Sand... Oder Sand... Ich weiß immer nicht wie... Wie der ausgesprochen werden soll... Äh... Ernsthaft? Ah... Ja gut... Dann halt... Über den Umweg... Ja... Aber der... Der ist doch gleich am Anfang... Dann kommt man doch ganz einfach hin... Ich wollte jetzt... äh... Durch... Loa... Loa Martins Bluff... Hä... Find ich gerade... Find ich gerade... So... Ich bin gerade echt an den Katapulten vorbeigerannt... Ja... Find ich... Gut... Ich verduf... So... Hier rein... Äh... Und hier... Genau... Uh... Toll... Autsch... So... Wo war er jetzt? Da... Da ist ja doch der Sand... Äh... Trade... Gift... Und nein... Kein Partygold... Du kriegst ja kein Gold von mir... Äh... Aha... Wo ist er jetzt? Oh Gott... Ich hab schon wieder viel zu viel Zeug hier... Oh Panny Flag... Oh Panny Flag... So... Da hatte ich eben schon mal die Sicherheitskarte Stufe 3... Äh... Hä? Hm... Oh... Ich will das jetzt aber nicht... Sortieren... Moment... Ich mach das ein bisschen anders... So... Im Inventar sehe ich die nämlich... Deutlich besser... Oder hat die irgendeiner... Ne... So... Das schon mal rein... Kann ich ja alles schon mal reinpacken hier... Na... Mensch... Äh... Auch was das Gewicht angeht... Äh... 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 Sieht nicht mehr ganz so gut aus... Vor allem... Jetzt muss ich mal kurz was gucken... Ja... Vor allem bei ihr wird's eng... So... So... Ne... Okay... Gut... Ähm... Aber hier erkenne ich die Flagge halt deutlich besser als da... In dieser... Liste mit den ganzen... Namen... Und... Ich könnte es jetzt auch sortieren... Aber... Dann hab ich halt das Problem... Dass ich nicht mehr weiß was ich verkaufen will... Und... Äh... Was nicht... So... Oh... Hey... War die doch einsortiert schon die Flagge? Hat ich da... Ach da! Da ist sie doch! Genau! Dich hab ich gesucht... So... So... Ah... Okay... Speichern... Yes... Trade... GIF... Und... So... So... It is true then... The Umpani are here... And with a base... I will send Drasic... To scout... The location further... I have something more challenging for you... But first... The rewards we spoke of... Oh... Okay... Your next... Mission... Is vital... A Rapax... Assassin... Is... Stalking... Our fort... He has... Already slain... Seven... Of my watchers... We have set... A trap... For him... In the room above... But the Rapax... Still... Lives... We know... The Rapax... Hunt... Through sight... And smell... So... We tried to lure... The assassin... Into the trap... With a Rapax... Figure... Yet... He refuses... To take the bait... There must... Be... Something... That would lure him in... And I want you to find it... Then... My talented servants... You can bring me his head... I know... You will not... Disappoint... Me... Hmm... Hmm... Oh... 40 000 erfahrungspunkter... Cool... Ah... Wenn ich bloß irgendwas hätte... Wait... There is... One more thing... Before you leave... The Watchers report... There is... A creature... In the swamp... Who may know... Something... Of these... Rapax... He seems... Less... Than friendly... Toward... The Trang Empire... Though he may... Talk with you... Perhaps... This... Will help... With the Rapax... Ja... Hab ich doch alle schon... Ja... Dieses... Vor allem... Dass die dann auch so viele S-Wörter benutzen... Das ist halt das... Das Lustige daran... So... Wenn... Wenn ich doch bloß irgendwas hätte... Womit man Rapax anlocken kann... So irgendwie... Keine Ahnung... Irgendein Parfum oder so... Hmm... 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 Ah... Wo haben wir es jetzt? Wo haben wir unser Rapax... Da! Da ist es doch... Ja... 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 So... Äh... Aha... Hiermit mache ich das glaube ich, ne? Ja... Uh... Nein, nein, nein... War vielleicht jetzt doof... Moment... Waste of time... Ich lade mal nochmal neu... Ich weiß nämlich nicht, ob das jetzt eine neue Puppe irgendwie ist... Habe ich die jetzt? Habe ich die jetzt? Habe ich die schon benutzt? Oder hatte ich vorher gespeichert? Ich weiß es jetzt nicht... Hm... Da ist es... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht... Ich weiß nicht, von wo der kommt... Das ist das Problem... Äh... Ich weiß auch nicht... Äh... Da... Da ist doch jemand... Und dann kann ich hier nämlich... Zumachen... Oh... Oh... Hey... Nothing... Located... Ah, er bewegt sich... Nothing here... Na komm... Na... Nu... So... Haha... Hahaha... Und... Jaa... Gut... Okay... Haben wir das? Nu... Dann will ich aber die beiden Dinger nochmal aufmachen. So. So, okay. Und wieder runter. Und wieder runter. Och Mann. Zu Tode gequetscht, ja. Hä? Muss ich doch das Ding hier betätigen? Mensch. So. Weil dann geht ja scheinbar... Doch, hä? Jetzt ist die Tür doch offen. Ich bin verwirrt. Egal. So, das ging jetzt relativ schnell. Einfach weil ich halt... Ja. Äh, einfach weil ich halt die... Dieses Parfüm auch schon hatte. Ah, die Items... Ah, da. Die Rapax-Head. Oh, noch 80.000. Cool. Oh. Cool. Das ging ja schnell. Das ging ja schnell. So. So. Die Questlein abgeschlossen. Das... Oh. Oh, Jurassic hat noch nicht zurückgekehrt von der Ompani-Race. Ich bin überrascht. Vielleicht können deine Augen sehen, was die Zuschauer nicht tun. Sei vorsichtig, dass es dir nicht passiert. Achso, ich weiß jetzt auch wieder... Also ich habe ja von den Ompani und den Trangets diesen Auftrag bekommen, dass ich da jeweils einen retten muss. Und die findet man an derselben Stelle beide. Das weiß ich noch. Was wollte ich jetzt? Achso, ja. Ich weiß ja. Erstmal das Level abschnell machen. Haben wir hier da, Vitality und Speed. Oh, du nimmst... Ach, oh cool, da war ein Trap. Ja gut, dann wirst du das ab jetzt übernehmen. Oh, hm hm hm. Toll. Ja gut, den einen muss ich mir aufheben. Pole Arms ist hoch genug. Die Arrange. Woop. Bow. Und Divinity, so. Mal speichern. Dich auswählen. Na komm. Jetzt habe ich nämlich von beiden Parteien jeweils diesen Brief, dieses Allianz gesucht. Und... Damit muss ich jetzt nach... Anika zurück. Anika zurück, so. Ah, hier war das. Genau. So, nochmal speichern. Nur zur Sicherheit, ja. Doch ist aber richtig hier. So, und wo genau bin ich jetzt? Äh... Hä? 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 Oh. Ach da. Da muss ich hin. Na toll. Genau da sind nämlich auch Gegner wieder am Weg. Ich habe jetzt eigentlich keinen Bock mehr zu kämpfen. Äh, ja gut. Ich wäre eh nicht an denen vorbeigekommen, dann mache ich das lieber so. Oh Gott, das sind schon wieder so viele. Ähm... Du machst hier... Sionic Blast auf die Juggernauts. Neun Stück. Das heißt neun Treffer. Hast. So, du machst Wap. So, einmal verzögern. Da-da-da. Ähm, es gibt verschiedene Enden. In dem Spiel. Gab es auch in... Interessanterweise in Teil 7 schon. Auch wenn ich Teil 7 nie gespielt habe, aber... Ich weiß es halt trotzdem. Und je nachdem... Also man konnte auch die Spielstände von Teil 6 zu Teil 7 und von Teil 7 zu Teil 8 dann übernehmen. Und je nachdem was für ein Ende man hatte, äh... Konnte man, wenn man ein Spiel schon importiert hat... Konnte man an verschiedenen Stellen hier in dem Spiel starten. Also so startet man ja immer in der Monastery. Also, äh... Ja, das ist halt so ein... Ziemlich nerviges Gebiet am Anfang. Und... Man muss da... Auf alle Fälle durch. Weil, ja... Ansonsten kommt man halt nicht ins eigentliche Spiel rein. Aber, ähm... Ja, man startet halt in der Monastery. Äh... Aber wenn man halt entsprechende Spielstände hat, kann man auch ganz woanders starten. Das fand ich eigentlich immer ziemlich cool. So, ich hab halt selber die Spielstände nie gehabt. Aber zum Beispiel bei den Upani da in der Base. Das ist einer dieser Orte an dem man dann starten kann. So, du machst gleich nochmal den. Du machst, äh... Wup, 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 Eiswoll. Ja. Irgendwo hier hin, sodass du alle triffst. Ähm... So. Ja, keine Ahnung. Was machst du? Oh, hier, Wallwind. Ja. Und zwar... Krieg ich den noch... Ja. Den... Ja, so krieg ich alle erwischt. Na, bis auf den da hinten. Obwohl, ich bewege mich ja jetzt eh noch ein Stück. Krieg ich den dann doch nicht mehr erwischt. Ah, toll. Achso, der rennt weg. Okay. Oh, der eine ist verrückt. Das heißt, der greift dann eventuell auch seine eigenen Leute an. Hat er eben sogar probiert. Leider erfolglos. Hä? Was ist mit denen los? Achso! Ach, die kommen da einfach nicht hoch. Na, super. Verdammt, dann umzingeln die mich jetzt doch. Das ist doof. Die können ganz schön hart zuhauen. Also vor allem bei meinen Magiern natürlich dann. Die sind ja nicht auf Nahgriff ausgelegt. Ja, ja, ja. Ja, ja. So, äh... Ah ja, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als... ...den irgendwo... ...hier? Ha? Ha? So? Na komm, bestimmt noch. So, jetzt wird der da hinten auch getroffen. Du machst... ...web, in der Hoffnung, dass die... ...zu derseitige gelehnt werden. So. Du machst nochmal... Oh. Ah, du machst nicht nochmal, okay. Ach, du machst einfach ins... Ne, es wird so unsicher. Ja, so. Sionic Fire... ...in diese Richtung hier. M.A. Oh, super. So, und jetzt wird's gefährlich für meine Magier. Hm, okay. Uh, der haut wenigstens ab. Oder er haut nicht ab, der greift jetzt seine eigenen Leute an. Au. So, der ist weg. Der ist weg. Okay, und der ist gelähmt. Sehr schön. Ähm, Moment. Nochmal den. Nochmal den. Ah, nett. Äh, ja. Ach, nein, der kam einfach nur nicht an mir vorbei. Ach, nein, der kam einfach nur nicht an mir vorbei. Ach, nein, das war der. Ich hab nichts gesagt. So, so, und so. Na. Geht doch. Der stirbt vielleicht jetzt auch noch. Rechtzeitig. Nein. Nein. Ich kann nicht. Ach, ist ja nur noch der eine. Okay. Immer nicht. Ui. Ach so, ja. Ähm. So was hab ich das erste Mal bei, bei. Oder war es das erste Mal? Ich glaube ja. Äh, äh. Bei, äh. Bei, äh, äh. Da gab's ja auch diese Funktion, dass man, äh. Äh. Oder, ne. Äh, äh. Ball das Gate allgemein. Also. Dass man Spielstand von Ball das Gate 1 übernimmt. Und dann hatte man, ähm. Das Level, wenn ich mich jetzt nicht erinnere. Und, äh. Bestimmte Gegenstände konnte man damit auch importieren. Da gab's ja in Ball das Gate 1 diesen eigentlich total sinnlosen Gegenstand. Die bronzenen Pantalons. Oder, ne. Die goldenen Pantalons waren's. In Ball das Gate 2 hat man dann die silbernen Pantalons gefunden. Oh, wir sind mal wieder in Arnica. Ach so, ja. Ähm. Und. In dem Addon zu Teil 2, das war gleichzeitig so was wie Teil 3 quasi. Throne des Ball. Da gab's die bronzenen Pantalons. Und wenn man die bis zum Ende, äh, behalten hat. Moment. Moment. Ähm. Ja, ja, ja. So. Ähm. Ja, und wenn man alle 3 Pantalons behalten hat, was halt sehr unwahrscheinlich war. Aber konnte man tatsächlich schaffen. Ähm. Dann konnte man... Ähm. Ähm. Dann konnte man... Die... Oh, stimmt. Da steht ja im Weg. Dann konnte man, äh, die drei bei so einem bestimmten Schmied zusammenfügen. Und hat da so eine... Äh, die... Besondere Rüstung bekommen. Das war ziemlich cool eigentlich. Yeah, so. So. Du kriegst... Äh, irgendwo unten ist der Diamant. Oh Gott. Wow. Ich muss unbedingt verkaufen gleich. Du, 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 du. Wo ist er jetzt? Da. Da ist der Diamant. Ja. So. 1001. Wow. Ähm. Man kann den... Äh, ja. So. Man kann den auch bei, bei äh, wie hieß sie? Haley? Die eine Händlerin hier? Oh Mann. Du lass mich durchkommen. Komm. Ach, das ist doch doof hier. Mensch. Ähm. Bei, bei der Heli konnte man den halt auch verkaufen. Also, nicht auch verkaufen. Hier hat man den ja gerade nicht verkauft. Aber da konnte man den verkaufen, hat 10.000 für bekommen. Aber halt keine Erfahrungspunkte. Und im Moment brauche ich Erfahrungspunkte, glaube ich, ein bisschen mehr als Geld. Würde ich mal so behaupten. Was? Äh. Haha. Ja, doch. Ich kaufe erstmal hier. So, wir haben ja wieder eine ganze Menge gesammelt. So, hi. Achso. Also. Ja. 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 Ich glaube, du spielst auf beide Seiten der Fenster. Ich muss sagen, es ist brillant. Und ich werde glücklich sein, dein kleines Geheimnis zu halten. Aber. Ja. Ja. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Das Geld, was ich eben für den Diamanten als Finderlohn quasi bekommen habe. Ja. Kann ich jetzt wieder ausgeben. Plus sogar noch was zusätzlich. Äh. Ja gut. Ich würde sie gerne töten. Nein. Würde ich nicht. Aber verdient hätte sie es eigentlich jetzt. So. Dann. Moment. Ich gehe gleich weiter. So. Dann verkaufe ich jetzt. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann weg. Kann alles weg. Äh. Feuerbombe kann weg. Die hat aber Holz von Hütten. Jaja. Ja. Typische. Vor allem 90er Jahre. Äh. NPCs. Äh. Nicht nur NPCs. Eigentlich. So ziemlich alle Frauen in Videospielen wurden ja immer irgendwie so dargestellt. Oh. Die Lightning Bolts behalte ich. Das kann hier weg. Äh. Da 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 da. Ja. Das kann auch weg. Das kann weg. Der Magic Nectar kann weg. Äh. Hier. Die ganzen leeren Flaschen. Ich weiß halt wofür man die benutzen kann. Aber. Wohnt sich nicht. Also finde ich zumindest. Aber kann man halt so ein paar äh. Oh ne die nicht. Äh. Dann kann man so ein paar Dings hier. Na. Päusen. Äh. So ein paar Bomben und sowas herstellen. Die Raketen. Ha. Ne. Die behalte ich mal. Auch wenn die einiges wiegen. Aber. Ich werde jetzt generell wieder einiges an Gewicht hier los. Gin. Nein. Nein. Das behalte ich natürlich. Resurrection Powder behalte ich. Äh. So. So. Ne. Hm. Das kann weg. Äh. Gibt noch ein bisschen was zu identifizieren. Skaten. Äh. Die normalen können weg. Oh. Das war es bei ihr schon. Ja. Tatsache. Cool. Äh. Moment. Mal kurz gucken. 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 Alles klar. Nr. 1. Nr. 2. Oh. Die Pfeile will ich ja sowieso behalten. Und. Nr. 3. Ja. Kann beides verkauft werden. Oh, ja toll, ähm, nein, nicht, nicht bestehlen. Ihr könnt's gleich wieder haben. Effektiv habe ich jetzt 10 Gold von ihr bekommen. Äh, ne, du hattest 10.000, ja, ja. Oh, 10.000, oh, nicht schlecht. So, ähm, ja, dann bin ich hier bei ihr fertig. Ja, ja, ja. So, speichern. Hoffentlich jetzt nicht in die Gegner da reinrennen. Die da draußen irgendwo warten. So, da, 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 da ist Anton. Zudem will ich als nächstes, weil ich jetzt nämlich die ganzen Waffen und Rüstung verkaufe. So, äh, Party-Items. Helle Bade, weg. Weg, weg. Weg, weg, weg. Muss mal so ein bisschen drauf achten, nicht, dass ich jetzt versehentlich mal irgendwas verkaufe. Ich meine, gut, das kann ich notfalls dann zurückkaufen, aber im schlimmsten Fall kriege ich das gar nicht mit. Äh, Moment, was war das eben? Irgendwas richtig teures, da. Achso, ja, ja, okay, gut. Ich blande da was. Äh, Party-Items, achso. Nee, die wollte ich verhalten. Äh, kann weg. Der kann weg, auch wenn er eigentlich gut ist, aber... halt nur für, äh, für Baden. Und Baden werde ich ja nicht in der Party haben. Äh, immer. Immer. Obwohl in den letzten Jahren sind die Frauen in Spielen tatsächlich deutlich realistischer dargestellt, finde ich. Also nicht alle, ne, es gibt ja immer noch Ausnahmen, aber es hat sich gebessert. Bestes Beispiel ist das, äh, Lara Croft. So, weg, 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 oh nein, das ist bloß nicht weg. Den Raketenwerfer behalte ich. Äh, ja, doch. Äh, hm, weg. Dann habe ich jetzt nur noch die Sachen, die ich behalten wollte, ne, ja. So, und dann werde ich mal bei ihm, äh, wir werden dreimal speichern erst mal. Ja, ja, ja. So. So. Custom. Ah, ja, ja. So, habe ich die Sachen jetzt hier drinne? Hm, wer hat da? So, mal gucken... Okay, dann sind die wenigstens schon mal im Inventar dran, äh im Tagebuch drinne. Mami, das habe ich auf alle Fälle. Ich glaube, einen Evengem habe ich doch auch, ne? Ja, eine wunderbare Pläte. Aber sie hat nur die kleinen. Habe ich? Habe ich? Aber Venom Craption habe ich noch nicht. Ah, die kann ich glaube ich machen. Ach! Ja! Ah ne, Thorn from an Iron Wheat habe ich auch noch nicht, verdammt! So und, kann ich die vielleicht schon herstellen? Ah, das Gin-Auge habe ich halt schon. Ah! Na gut, ähm... Sayonara! Zumindest sind sie da, ja. Zumindest sind sie jetzt hier drinne. Und, äh, ja. Das habe ich schon. Das würde ich dann im nächsten Stream machen. Das ist ja im Grunde genau dasselbe. Äh... Ja, das ist halt das mit den, äh, beiden Schreiben. Das kann ich nie abschließen, weil der Typ nicht mehr da ist. Also der, der verschwindet generell. Das ist ein Fehler im Spiel. Haupt-Quest, äh... Haupt-Quest. Oh. Hier hat sich auch nichts geändert. Gut. Dann noch schnell zur dritten Händlerin. Äh, die war... Hier? Ich bin so lange nicht mehr hier gewesen, deswegen muss ich jetzt selber erstmal gucken. Äh, haha. Da. Fischfrau, genau. Fischfrau habe ich die ja genannt. Jetzt muss ich nur einen Eingang finden. Oder stand ich gerade? Ja, ich stand gerade genau vor dem Eingang, ne. Super. So, Trade. Ich habe nämlich noch ein paar Sachen hier drinne. Äh, no. Komm. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Äh, ne, das wollte ich behalten. Weil vielleicht finde ich nochmal ein Book of, äh, Bordel. Dann kann ich... ... ihr den beides geben. So, das kann weg. Scroll of Armor Plate kann weg. Rocket... Ne, das war's. Gut. So, ich wollte ja bei ihr auch nochmal gucken. Muss ich auch gleich bei dem anderen Händler dabei antwarn nochmal gucken. Also, Munition... ... braucht man immer. Hunter Curls... Ja, die nehme ich auch noch mit. So... Nochmal irgendwo nämlich. Ab und zu, äh, taucht unten dann nochmal Munition auf. Warum auch immer. Alright. Goodbye. 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 So. Jetzt nochmal zu. Hier. Genau. Wann hin? Nochmal wegen Munition gucken. Generell auch mal gucken, ob er irgendwas interessantes noch hat. Ich glaube zwar nicht mehr. Also, äh, hier. Spike, 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 Spike. Äh, 4 Bulls nehme ich jetzt nicht mehr mit. Weil die will ich, äh, also die die ich habe werde ich noch aufbrauchen, aber die werde ich dann nicht mehr erholen. Oder nicht mehr nutzen. Oh, okay, das war's schon wieder. Hm. Ja, gut. So, speichern. Äh... Einmal... Sortieren. Kann ich bei der Gelegenheit auch gleich nochmal hier alles aufhören? Oh, ja. Precision Arrows habe ich noch. Ja, klar, habe ich noch Precision Arrows. Hä? Oh. Na gut, so viele sind das gar nicht mehr. Na doch. Okay, das sind doch noch eine Menge. Ähm, also eine Menge jetzt nicht, aber noch genug, um das nochmal einmal komplett aufzufüllen zumindest. So, das waren Appaling Stones. Oh. Du darfst nochmal da runter scrollen hier. So, da oben. Da nochmal auffüllen. Hier nochmal auffüllen. Ach so, ja Quatsch. Du kriegst ja... Was hast du jetzt? Vier... Ne, Hunter Curls. Äh, ja. So. Gut. Nochmal speichern, dann wird gerastet. Na, hier reicht es nicht mehr. Ne. Ja, toll. Ich wollte gerade sagen, äh, schaffe ich es noch? Ohne, äh, überfallen zu werden? Offenbar nicht. Ja gut, aber gib nochmal ordentlich Erfahrungspunkte dann. Ja, super. Mein... Mein Kämpfer... Ist gelähmt. Ich bin ja geparalysiert, so. Ja, ist ja effektiv dasselbe, aber... Das Problem ist, äh, ich hab jetzt halt... Ähm... Ich hab jetzt... Keinerlei Buffs drauf. Äh... Ja gut. Muss auch so gehen jetzt. Ne. Auf die Ganner. Einmal nicht. So. Du machst Web. Genau. Treff ich nämlich auch besser. Exterminate. So, ich hätte vielleicht kurz warten sollen... äh, warnen sollen. Alles klar, Wilminchen. Dann schlaf gut. Ich werde ja auch gleich ausmachen hier. Wollte ja eigentlich nur... nur noch rasten. Die Buffs sprechen ja gut. Jetzt kommt halt der Kampf noch dazwischen, aber... So, nochmal eins weg... So, nochmal eins weg. Äh, will ich alles nochmal wiederholen... Obwohl du machst, Wilminchen einfach so. Und du machst noch mal ein Magic Missile. Ja ja, nur noch, genau. Oh cool, die anderen sind alle tot. Oh, der ist jetzt bewusstlos und paralysiert gewesen. Oh, und noch mal ein Level Up. Oh gut, so kann man Stream beenden. Schade, dass das nicht mehr reicht. Aber beim nächsten Level Up hat sie gleich zwei Expert Skills. Mehr Ausfall habe ich ja hier eh nicht. Ranged kann ich noch hoch machen. Oh, kann ich noch hoch machen. Und der Rest geht in Divinity. So. So, jetzt noch mal Munition auffüllen. Äh, ja doch. So und so. Na, Mensch legt das ab. Geht doch. Dann, äh, Spike, Spike. Ach ne, Impaling. Äh, haben die überhaupt... Ach ne, die haben ja gar nichts verbraucht. Die haben ja gezaubert die ganze Zeit. So, guck mal, du kriegst noch mal Hunter Quarits. In Metall war überall leer, ne? Na, außer bei dem, aber das sind ja seine Gadgets. Äh, na gut, es geht. So, hier noch mal gucken. 74 von 96, geht auch. Oh, ich hab grad gesehen, 448.000 Gold. Oh, lohnt sich doch langsam. So, speichern. Äh, Moment. Ich bin nur... Ja, okay, ich kann... Ich kann auch mit ihm handeln, ne? Ja, geht. Ich hab grad so ein bisschen, äh, die Befürchtung gehabt, dass, dadurch, dass er jetzt da draußen steht, dass ich dann, äh, nicht mehr handeln kann mit ihm. So, die Buffs noch einmal sprechen... Nein, falsch. Hier, Armor Plate. Äh, Magic Screen. Äh, ach quatsch. Ja. Äh, dann... Du noch... Missile Shield. Stop. Enchanted Plate. Und, äh, X-Ray. Und, du noch einmal Detect Secrets. So, haben wir's doch geschafft. Äh, da, 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 da. Ach so. So. Die, äh, Enter-Taste auf der, ähm, Num-Bereich, die nimmt er irgendwie immer nicht. So, ja. Eine Sache würde ich noch kurz gucken, und zwar, wie es jetzt leveltechnisch aussieht. Äh, äh, na gut, sie ist ja gerade aufgestiegen. Äh, die nächsten Level-Ups lassen noch eine Weile auf sich warten. Ja, obwohl, hier sind's auch nur, in Anführungsstrichen, ja, nicht mal ganz 300.000. Gut. Na, aber doch ein kleines bisschen dauert's noch. Gut, apropos dauern. Hey, der schöne Bildschirm. Äh, ne, apropos dauern, äh, der Stream hat lang genug gedauert. So, jetzt hab ich einen guten Übergang gefunden. Also eigentlich nicht gut, aber egal. Aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht zuzugucken. Äh, und ich werde dann jetzt noch natürlich jemanden hosten. Obwohl, um die Uhrzeit, weiß ich nicht, wer da noch alles ist. Oh, Moment, äh, hm. Den nehmen wir, ach, hier, nehmen wir, oh, Alundra. Alundra ist natürlich auch schön. Ja, dann nehmen wir Heaven's Army, genau. Ich glaub, den hatte ich vor gar nicht so langer Zeit mal gehostet, weil er Breath of Fire 2, den letzten Stream da hatte. Aber, ja, Alundra ist auch ein schönes Spiel. Alles klar, dann wünsche ich euch eine schöne Nacht. Oder, ja, guten Schlaf, je nachdem, ob ihr jetzt noch wach bleibt oder nicht. Wir sehen uns dann irgendwann nächste Woche erst wieder. Weil, wie gesagt, ab morgen, oder ab heute jetzt technisch gesehen, geht ja die Speedcon los. Ähm, beziehungsweise wir hören uns dann. Wir sehen uns. Äh, eventuell schaut ihr da ja auch rein. Also bei German schon direkt. Ähm, dann hören wir uns schon ein bisschen früher. Ansonsten dann irgendwann nächste Woche geht's dann mit Wizardry weiter. Oder vielleicht dann erstmal nochmal einen Speedrun streamen und danach im Wizardry muss ich mal sehen. Weiß ich jetzt noch nicht. Auf alle Fälle, danke fürs Zuschauen. Und, ja, bis dann. Ciao, ciao.